so wer hat geglaubt das ist teil des fotos ja hallo und herzlich willkommen liebe leute hallöchen sarkaz hallöchen master of dears hallöchen auch an den at der freund schon geschrieben hat schon um 17 uhr genau um 16.59 schrieb at bald geht's los willkommen willkommen leute heute ist es soweit also wie es aussieht hat das ganze auch einen namen bekommen herrscher des zeitalters wir spielen age of wonders 4 und das zusammen mit den feinen herren die ihr hinter mir seht einmal strategie ecke von links dann maurice weber steinwallen ranger und writing bull und wer der typ mit dem hut ist weiß ich nicht hallöchen skaba hallo ich ein zauberer ich grüße euch ach ja und der hand sagt mir gerade ich muss selber noch mal einen neuen kanal machen ja dann 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 mache ich das mal sekunde einen neuen voice kanal intrigen so kanal erstellen dann haben wir den hier und dann gucke ich mal dass ich den hier noch kurz einstelle berechtigungen auch kann man nicht irgendwie auch ein kanal kopieren doch kann man kanal duplizieren geil moment geil dann hat das geklappt und wir haben jetzt einen kanal der intrigen und staff heißt man kann also so halte ich noch in bibliothek montrawan sabudan willkommen 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 alle dass ihr dabei seid grinsen und lächeln nur ich voll ernst wir sind ja auch die magma moles wir haben kein humor von dem wir wüssten hallöchen halt auch in den dark star cast guten tag guten tag beziehungsweise einen guten abend schön dass ihr dabei seid leute ich freue mich ich freue mich es wird auch ein multi stream link geben ich weiß noch nicht ob die anderen den auch teilen wir haben auf jeden fall ein gemacht also range und ich habe einen gemacht einfach aus solchen multi in den chat dann habt ihr alle sechs perspektiven nachher vorausgesetzt der ganze käse funktioniert genau unser humor ist sehr geerdet wobei ja auch heißblütig sind wir sind schließlich die magma moles aber wir sind eher so wie platten tektonik scheiß langsam aber wenn was passiert dann rum ist richtig so so muss man sich glaube ich meine fraktion vorstellen wie ich sie mir vorstelle mal gucken wie es klappt so ich werde sie auch nachher euch noch ganz ganz kurz natürlich wenn das spiel startet dann aber vorstellen ich freue mich auf jeden fall jetzt total darauf zusammen mit den jungs hier age of wonders 4 im multiplayer zu spielen wir haben da so ein kleines regelwerk das ich euch gerade am anfang noch mal so ein bisschen näher bringen möchte denn wir haben uns natürlich auch überlegt wie wir das ganze spielen wir werden als reich landmasse haben mit einer distanz standard simultane runden natürlich nicht abwechselnd und der resten standard einstellungen spieltempo ist erhöht wir spielen mit spielgeschwindigkeit schnell wir haben eine runden zeit limit von 120 sekunden plus 15 sekunden pro sechs einheiten zu den starteinheiten plus 15 sekunden pro zusätzlicher stadt also ihr seht umso größer das reich ist desto mehr zeit hat man das finde ich ziemlich gut dass es in diesem spiel geht wir haben normale startbedingungen normale weltgefahr und schnelle punktzahl wir wollen heute abend ja auch gucken dass wir einen sieger noch bekommen wir versuchen das also tatsächlich heute abend irgendwie über die wuppe zu bekommen dann im kampf haben wir folgende regeln gegen kai wird immer ausnahmslos automatisch ausgefochten das heißt also wenn ihr seht wenn wir sehen diesen kampf kann ich gar nicht schaffen dann musst du ihn halt entweder sein lassen später machen oder gar nicht machen oder verlieren wenn es nichts anderes geht kampf gegen menschen sind enorm eingeschränkt einfach weil wir nicht die zeit haben also wir sind sechs spieler und deswegen haben wir für uns entschieden dass wir jeder von uns darf ein einziges mal am heutigen abend eine anfrage stellen ob er eine entscheidend wichtige schlacht gegen einen anderen kämpfen darf das darf man aber auch nur einmal also ich darf jetzt nicht jeden herausfordern sondern ich muss mir genau überlegen ist das jetzt die schlacht meines zeitalters und dann darf ich also die die anderen fragen ist es für euch in ordnung wenn ich jetzt zum beispiel gegen ranger diese schlacht manuell schlage und wenn alle anderen ja sagen dann findet sie statt wenn irgendjemand sagt nee finde ich jetzt gerade eben nicht passend dann machen wir das nicht und jeder darf das nur einmal versuchen also ich darf das danach nicht nochmal versuchen wenn die anderen nein sagen ist es vorbei ich rechne also auch nicht mit besonders vielen von hand ausgefochtenen schlachten nur damit ihr da im bilde seid zeit limit für taktische inaktivität ist mittel kampf wiederholung aktivieren ist niemals also man kann natürlich nicht wiederholen kampfschlacht neustart ist auch nicht erlaubt so und auf die frage hin gerade eben hallöchen erstmal archivarsen dankeschön für den reset im 26. halüchen auch an imperator der uto grüße auch defcon winzen willkommen denn so shotgun brother willkommen auch an dich also wie gesagt wir haben simultane runden ja wir haben simultane runden keine sorgen und wie gesagt wir haben seinerzeit also ich habe das gemacht wurde gefragt ob ich das machen soll und habe es gemacht ausgewürfelt wer quasi welche kultur bekommt also wir haben ja extra sechs spieler gewählt und sind bei sechs spielern dann auch geblieben weil es hat sechs kulturen im spiel gibt und deswegen haben wir die kulturen untereinander aufgeteilt maurice weber spielt eine hochkultur ich spiele die fleißigen ranger spielt die mystischen steinwallen die feudalen strategie ecke die barbaren und writing bull die dunklen ja und das ja die den restlichen fraktionen solltet ihr im grunde eigentlich doch die anderen noch kennenlernen aus meiner sicht dankeschön übrigens auch an black drift der hat vor fünf minuten noch ein sub da gelassen hallöchen guten abend auch und dann hoffe ich dass wir das jetzt hier soweit geklärt haben haben sie fragen nico habe ich noch in salem guten abend der von knapp oder in seiner hawaii pizza aus kriegung hallöchen an xarathis welcome welcome siedlungen benennen würde ich nur bedingt an machen zauberer also würde ich tatsächlich nur bedingt an machen einen guten abend auch an belreher joshua peters ist auch da dieses die banane krumm ganz einfach weil keine in den dschungel geht und die banane gerade biegt hat man mir zumindest als kind gesagt joshua peters lass die spiele beginnen ja ich hoffe es ich hoffe es ich hoffe dass die spiele beginnen wir werden sehen hey destroyer wir sind ja noch relativ früh dran also da ist erstmal ohne namen vergeben erstmal ohne namen vergeben wenn wir nachher sehen kommen wir können das ruhig auch mal anmachen dann machen wir es auch mal an ich weiß ja noch gar nicht wie dicht die atmosphäre wird wir haben natürlich auch ein bisschen vor roleplay zu machen wir sind zum beispiel die magma mauls wir sind die magma mauls ich weiß nicht ob ich den ganzen abend aufbrechen kann wahrscheinlich nicht aber ich möchte einen gewissen eindruck vermitteln ich bin kataklysmiker tyranias tunnelbrecher ein komplexer name wenn man sich so lange zähne hat ihr seht schon wohin das führen könnte okay tatsächlich winzen musste deswegen den zog gerade eben bewilligt werden twitch hat komische allüren welche worte verboten sind also keine stadt mit dem namen rangers end vielleicht mache ich das alleine samutan meint du bist schon beeindruckend aber die stimme den ganzen abend ne deswegen sage ich ja ich will eigentlich nur so ein feeling vermitteln damit ihr dann einfach quasi wisst okay so funktioniert der charakter weil auf dauer kann es auch gut sein dass dadurch das halt auch für mich zu anstrengend wird leider mache meine stimmbänder sowas nicht ewig mit ich mache gerne mal so mal andere stimmen aber gerade besonders tiefen stimmen kann es passieren dass mir irgendwann mal die störe wegbrechen weil es irgendwann mal eine volle kanne auf die bänder geht hallöchen bierähnchen und guten abend an rottmann willkommen willkommen genau wir sind fleißige maulwürfe aber mit einem twist wie gesagt wir sind wir haben uns auch dazu entschieden dass jeder von uns die erste magie buchlehre muss er auch im bereich wählen wo er schon seine hochkult als eine kultur hat also bei mir ist es ja fleißig also materium also muss auch meine erste magie schule materium affinität sein und mein erstes eines meiner beiden staatselemente muss auch fleiß sein das zweite steht mir frei ich habe mich beim zweiten für eine chaos affinität entschieden weil ich mich quasi feurig machen wollte also ich werde so eine mischung aus materium und feuer machen also deswegen magma moles wir leben unter der erde und wir mögen es schön heiß und auch in gewisse maßen heiß blütig allerdings mit der langsamkeit eines berges wie ein vulkan so könnt ihr euch die magma moles vorstellen sie reagieren langsam aber wenn sie reagieren dann so in der art ist so der roleplay ansatz kann stimmenverzerre nicht obs oder plug-in nee nee das war ich selber ajoscha peters das war ich selber ich habe mir schon mal so was überlegt mir so was zu holen aber bis jetzt hatte ich nicht die zeit mich in solche stimmenverzerre einzuarbeiten ich habe mir auch schon mal überlegt einfach mal so zum spaß mich selber zu so einem virtual charakter zu machen da gibt es ja auch plugins ohne ende dass aber wenn man nicht mehr ich hier sitze sondern donald duck oder sowas in der art es gibt ja die ganz ganz viele virtuelle streamer kennt ihr ja vielleicht die bekannteste die mir gerade eben zum beispiel einfällt ist suki dingles mit der hatte ich ja auch schon zu tun bei project somit platzt die ist ja immer nur quasi so zu sehen mit so einem anime avatar da gibt es ja allerhand zeug was ziemlich cool ist und nico weger hat gerade eben hello fresh gegessen coolio danke nochmal übrigens an alle die mich da unterstützen die da quasi darüber bestellen unterstützt natürlich auch noch mich und meinen kanal der sprechende hutmann ja also ganz ernst ich hatte mir überlegt ihr kennt ja meinen avatar der ja so über mir ist oder ist er unter mir ihr wisst schon der typ der hutmann halt den zu einer figur machen würde ich total lustig finden aber vielleicht kann ich das ja sogar noch ne ich habe ja inzwischen jetzt ein management und habe kontakt deswegen zu leuten die sowas können vielleicht entwickelt sich dann über die monate und jahre er was hey wo die grüße ich nicht nicht dass ihr lieber moderator nicht dass ich wurde der hut jeder kennt mich privat seit 20 jahren wer darf sowas schreiben ein freund von mir grüß dich gut genau mit hoppl und schwer oder sowas genauso in der art und weise ja so jetzt bin ich mal gespannt also die anderen sind noch nicht auf dem discord also sie sind theoretisch da wahrscheinlich kommen sie erst kurz vorher rein solche freunde habe ich also ja das nennt sich schwäbische kultur nico weger ich weiß nicht ob du das kennst das ist ja völlig normal weißt du ich habe euch ja die geschichte erzählt von von meiner oma und meinem opa wie die miteinander über das essen geredet haben das thema quasi ich schmeckt nicht lange es oder stoppt doch in mir nein war sie ist doch das ist es also schmeckt muss wohl das ist so schwäbisch nicht geschimpft ist globt genug die verbindung ist gut die verbindung ist gut aber nein das hasen kostüm ist nicht mehr existent also ich weiß gar nicht wo es ist ich glaube es ist sogar kaputt also ich finde es auch gar nicht mehr gerade eben dafür bekommt gut wie beim nächsten treffen die kopfnuss aber eine mit liebe so da kommen jetzt auch schon die ersten rein und wir haben noch sieben minuten freunde wir haben noch sieben minuten bin gespannt wie das ganze heute abend laufen wird wir haben ja ich weiß gar nicht habt ihr schon multiplayer gemacht ich kann es auch gerade mal hallöchen auch zu steinwallen sagen sekunde dass ihr mal hört so hallöchen steinwallen ich bin bereits schon live grüß dich ich bin auch live wunderbar wunderbar darf man denn schon spoilern was du was du für eine spezies spielst oder für eine für eine rasse ja ich bin maulwürfe wir haben zwei maulwürfe naja ich bin sowieso der herrscher der tierwelt ist ja gut was löwen wahrscheinlich gebaut aber wir empfinden uns quasi als ja gut ich meine also da kommen wir uns ja nicht in die quere ne also wir sehen uns ja eher so als herrscher der unterwelt damit kann ich gut leben hey grüß dich wir sind schon live jo ich auch wunderbar so fehlen ist nur noch wb und moris aber die dürfen ja auch jeden moment kommen starten dann beide maulwürfe unterirdisch das weiß ich nicht das müsste ranger sagen also wenn ja dann wird's witzig ranger ist auch noch mal wo bist du auch mal durch die kiel also ich bin ein höllen org also dass ich im untergrund start ist eigentlich doch auf der hand oder jetzt sind wir schon zu dritt und oder was ich bin ich unten okay gut okay das heißt also ecke und ich mache im wahrsten Sinne des wortes ein keller-duell oder ja mal gucken wirklich ob das ein duell wird oder ein schlachtfest das wir mal sehen ich glaube nicht dass man überhaupt so krass dominieren wird nein auf gar keinen fall dafür sind meine maulwürfe viel zu langsam sehr gut also ich kann euch schon mal ein grafen wollt ihr müsst nur auf den steam auf online gehen das ist das die große herausforderung für den creator als online zu erscheinen einmal jubeljahre ja auch keine freunde ja aber wenn man tolle spiele hat steinwahlen braucht man das ja auch nicht ne ja genau dann müssen wir jetzt mal warten ich bin jetzt online du hast recht kriegt nicht jeder maulwurf muss unten starten das können ja auch in der hoch maulwürfe sein das hat nichts zu bedeuten ob du online bist du musst dich selbst die erfinder des fahrstuhls ah ok gut ja ich bin doch auf offline so jetzt aber shadowhunter kann ich gar nicht weil ich kenne die anderen völker nicht ja ich habe ich eingeladen jeder wird wahrscheinlich sein eigenes volk vorstellen von den leuten genau der große showdown im keller ist nicht genug platz teil zwei danach schnell wieder offline gehen ja ohne witz abudan ich habe mir auch schon überlegt fliegende maulwürfe werden geil vergewissern was ich alles eingestellt habe vorteile für mich und zwar erhebliche vorteile dann darf ich in der lobby irgendwas nicht zeigen oder so was heißt ein lobbycode oder so den beitrittscode darfst du glaube ich nicht zeigen weil kein passwort hinterlegt ist sondern der beitrittscode das aber man sieht ihn ja eigentlich nicht ehrlich gesagt ach so dann sehe nur ich den ja gott sei dank bin ich noch ein standbild ja ich ja ich gucke gerade immer und sagen müssen ich habe es geliegt aber ich bin ganz schnell dann auf der charakterauswahl gegangen also ich sehe ich also ich sehe hier keinen code das ist gut ja dann kann ich ja tatsächlich jetzt ja auch mal umschalten damit sie mal zu sehen ist der beitrittscode sage ich auch einfach ranger gewinnt steht da ganz fett ja ja das ist normal gibt zehn prozent rabatt weiß der ranger an der stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen dass in meiner community jetzt schon die stadt rangers end gefordert wurde woher weißt du dass es ein österreicher war nein ich weiß es selber nicht mal ach ja es geht schon gut los kriegt das werden wir sehen wir haben einen extra channel ich weiß nur nicht ob das so geht ich habe steinwallen eigentlich schon deutlich lauter gemacht aber ich kann die natürlich jetzt noch auf 175 prozent setzen ich hoffe dass das dann funktioniert wie gesagt und moris und writing wohl fehlen noch die müssten aber eigentlich jetzt demnächst auch noch kommen die sind wahrscheinlich auch schon live nehme ich mal an genau ich wollte ihn jetzt nicht noch mal auf mechabellum ansprechen hey tür grüß dich guten abend alle miteinander schön dass ihr da seid sind es auch da halb ich den raben moris hat freund schon live ja dann wird der wie immer jetzt in dem moment weil er schon live ist spontan dann um 17 uhr hier reinkommen davon gehe ich ganz stark aus haben ja nicht haben wir nicht alle auch noch ein leben neben dem streaming so wie ich kommen gerade eben erst zur tür rein ich bin mir tatsächlich so war den ganzen mittag unterwegs mikro zwerg grüß dich guten tag guten abend so ja also jetzt bin ich einfach nur noch feuer und flamme man sieht ja leider die andere nicht aber ich kann euch gerade eben schon mal meine spezies kurz mal zeigen also wie gesagt das hier sind die magma mauls hier seht ihr gerade eben schon mal jetzt hier ihre eigenschaften albtraum reittiere untergrundanpassung fleißig fruchtbare schwärmer und runenschmiede sind wir und wir starten mit dem buch des gesteins ich versuch's an müsst ich habe mich ja hallo ich bin writing bull grüß dich wir sind ja live alle sehr schön seid ihr auch alle live so wie ich ja ja sind wir wir sind ja alle unterschiedlich laut noch sind für freundlich zueinander ja ja die hüpfernschläge lang die 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 lautstärke müssen wir eventuell noch irgendwie einstellen du bist so leise wird sag mal was ich bin leise okay plötzlich bist du ganz laut unfassbar das war stefan stein mal stein mal geht es euch allen gut ja ich hoffe euch auch natürlich nur bei mir werden die gesamte familie krank ich gehe in zwei wochen seit drei jahren endlich mal wieder in urlaub und jetzt werden die alle krank ich rieche verrat furchtbar bist du sicher dass du nicht dass du nicht das bakterium des bösen war es das den gerest der familie infiziert hat nee tatsächlich nicht ich bin eigentlich immer der letzte der krank wird weil du weißt ja wir als creator sind der keller kinder wir kommen ja nie raus naja ich habe vor vielen vielen jahren ich war ja radiojournalist mal eine umfrage gemacht das war 20 oder 25 jahre liegt das zurück für eine schulfunk sendung da habe ich mich in köln in die innenstadt gestellt und habe die vor die die passanten gefragt glauben sie dass sie mehr oder weniger krank sind seit sind als ihrer durchschnittsburger um sie herum ratet mal was dabei als ergebnis raus kam schwierig ich würde sagen das kommt darauf an wann zur schulzeit also bei jungen kindern würde ich sagen häufiger bei älteren seltener ist dazu rational ran also von neun der zehn befragten haben steif und fest behauptet wir sind seltener krank als die anderen das muss sehr rational seien dieses empfinden ja aber ich versuche immer rational ranzugehen ich habe eben bei mir schon ranger und murphy die gelobt für organisationstalent heute ja das war wirklich eine gemeinschaftsproduktion an der stelle so ranger hat mir alles abgenommen was ich nicht machen konnte thank you dankeschön aber auch dankeschön weil die wohl dafür dafür dass so macht arbeit ist viel schwieriger wohl war wohl war sind für den alle schon leisten ach so ihr habt euch teilweise gemütet jetzt bekomme ich das gerade mit ich habe extra vorher liebe grüße an meinen community moderator marcel verschiedene knöpfe auf mein steam deck legen lassen wird er sich euch muten kann oder wieder nicht aber ihr kennt das wahrscheinlich in und auswendig dass man das kann stream deck ja 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 ich habe da so ein kleines niedriges noch nicht so lange dass das geht ohne wie mod bastelei ich glaube offiziell wird es seit ein dreiviertel jahr unterstützen ja ich habe noch klack in ja das brauchst du nicht mehr das machen ein software inzwischen automatisch also das ist kommt mit dabei ja alles machen also ich glaube sogar dass ich bei weitem nicht mal die hälfte aller funktionen nutze die dieses ding kann naja ich habe noch niemals getraut mich den mir den 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 knopf zu drücken für den schleudersitz hier schon diese rot aus oder den habe ich die reaktiviert ich grüße euch hallo gerade noch etwas rat gehalten was das volksdesign angeht brauchst du hart ja immer immer muss aber ich dachte erst wirklich dass du dir katzen sith gemacht hast also ich hatte an star wars gedacht als ich das gelesen habe heute schon fragen woher du rote lichtschwerter hast du spiel weil dann hätte ich dafür hätte ich gemobbt rote lichtschwerter aber wer weiß ich bin ich bin gespannt ich wollte sowieso mal fragen wollen wir uns eigentlich am anfang noch alle kurz mal so unsere völker vorstellen oder wollen wir das dem zufall überlassen wir uns begegnen also überrascht werden was im hintergrund mit einem deutsch zwischen denen und in zähne meine katzen sind ja weitestgehend unsichtbar es hatte ich schon gehört hat deine deine armen katzen sind glaube ich verschnupft die die heißen hat ski und machen hat schien oder wenn man die richtig ausspricht ja hat schien kann man alles gut haben alles gute die und einem katzen folgen ja das ist natürlich logisch dass es wie hat ski klingt weil eine katze sagt natürlich nicht hat ski sondern sie sagt weil sie eine katze ist katschi wenn sie nie ist dort ist alle albern meine frosch menschen meine noblen werden euch schon zur raison bringen aber du hast dann mäßig wie im untergrund oder frosch mäßig bei uns katzen also mein meine frosch menschen sind noble geschöpfe des lichtes auserkoren zu werden sich nicht schäbig im untergrund verstecken wie irgendwelche maulwürfe sondern sie sind sind hier um die katzen zu dienen verstehe um das licht zu bringen steinballen so kennst du mich doch wir haben auch ich alle alle gerne mal entschuldigung um eine schätzung bitten alle mit ausnahme von moris ich hätte gerne von euch eine schätzung wie viele minuten ist heute dauert bis moris zum 100.000 griff ehre verwendet hat in jeder beliebigen zusammenstellung wie er los ehrenvolk ich bin ehrenhaft ehrenvoll was auch immer was glaubt ihr wie lange das dauert dreieinhalb minuten weniger kann bitte mal jemand von meinen subscribern bei writing bull rübergehen und das moris innocent im mode dass ich jetzt neue habe in seinen chat spammen das ist ganz wundervoll das ist sehr ich habe einen heiligen schein ich gucke komplett unschuldig es wird dich komplett überzeugen danke keos rules so ich würde jetzt mal gerne alle bitten die gerade schon steam offen haben stellt online damit ich euch einladen kann ins team selbst ja und dann dass ich eure gesichter noch nicht sehe das ist ja das war normal ja wir sehen die raschung ist ja es ist es ist jetzt es kam jetzt gerade die idee auf ich weiß nicht also nur liebe mods nur wenn ihr es hinkriegt bei mir ist kein stress bin ich aber wenn ihr einen ehrencounter bauen wollt bei mir nach dieser ansage von wb dann seid ihr hoch und willkommen dies zu tun also er hat jetzt gerade eben schon mal ehre gesagt damit hat er auf jeden fall ich oder ranger recht das waren keine drei minuten das stimmt aber aber es ging es nicht um 100 mal hier wird geschrieben 17 minuten bei maurice 15 minuten versucht sich zurückzuhalten also ich wollte zum thema licht auch noch etwas sagen und zwar wie magma maul wir werden euch schon feigen was bei licht auch vom untergrund kommen kann wenn ihr schon böse worte von oben zu uns herab richtet ich nicht ganz verstanden du sprichst bei maulwürfen um redest du über das thema licht und gucken können oder geht es um frösche es geht natürlich um licht von unten was kann für licht von unten kommen writing bull licht von unten flammen feuer magma genau laba magma das heißt du das heißt du dein volk möchte auf den grill wenn ihr möchtet wenn wir sind der grill das hatte ich gerade missverstanden ich dachte schon ihr wollt als provianthäpfchen für uns dienen als wegzehrung auf dem weg zur nächsten schlacht das könnt ihr gerne mit uns versuchen rein fünf nur weiter ja ich bin glaube ich bin sicher wenn du dies dies diese sprache weiter zu benutzen ist ein unglaublicher diplomatischer vorteil der dich sehr beliebt macht bei allen du solltest es auf jeden fall durchziehen nee werde ich nicht ich wollte ich nur einen eindruck vermitteln so reden die weit wie wie redet man wohl wenn man so riesige schneidezähne hat es gibt jetzt bei mir einen ehre-counter tatsächlich meine mods sind sehr auf zack dankeschön der lord lord nutzt ehre zum ersten mal es ist überaus effektiv muss man muss man sich meine paradox konto einloggen wenn ich dich über das team einlade eigentlich nicht maurice das ist mir noch einmal einer anlegen haben wir uns auf steam ich glaube nicht aber ich habe meinen meinen code in links reingestellt schon das zweite mal angenommen aber irgendwie ploppt immer irgendwas anderes hier auf ich werde immer aufgefordert hier ich klicke mal auf abbrechen mal gucken was dann passiert also im notfall kann ich sagen im notfall kann ich auch einladen so wie es aussieht weil ich habe euch auf der liste dann macht das da ich probiere es mal ich lasse mich heute nur von mörb einladen genau verstehe ich okay es ist in ordnung für mich sagt man dieser da kann was wie das kotlinke den er gepostet hat er ist er auch dafür da dass ich den meinen zuschauern geben kann und dann klicken die drauf und haben die ein squad stream ja genau so ist das angedacht ich sehe dich nicht writing bull ich weiß nicht ob du online bist doch du bist unten bist aber doch ich habe dich gefunden tschuldigung alles gut gerade kann ich herausgehen aus den schulen ganz doofe discord fragen rausgehen aus dem audio kanal den wir haben und mir den link von wo eben hier holen ohne dass ich das hier verlassen wie meint ist ich meine dass ich hier habe ich muss nur den link mal kopieren denn hat auch ganz neu hingehen ach so ja du bleibst du bist dort drin keine sorge ja genau ob ich einen anderen anderen voice channel gehen ansonsten ist alles gut also ich merke schon wenn ich diplomatschein übersetzer brauche heute für irgendwelche verhandlungen ich frage immer steinbar nico zwar das war im grüß das cosplay für victoria 3 für heute erstellt habe nicht in der auswahl die ist so geheim nicht ich also ich kann andere wählen ich kann die dunkle maulwürfe nehmen und so musste ich gehe noch mal raus und muss noch mal in den entspricht nicht unseren regeln und sind geflogen hat diesen filter drüber gelegt das spiel hat einfach erkannt dass moris etwas gebastelt hat das einfach viel zu op und illegal ist dass ich war die sind voll nettes neues spiel da ist ein single player habe ich ihn hast du eine farbe die jemand anderes von uns vielleicht verwendet das könnte der grund sein welche farbe haben deine das ist ja das könnte sein ja dass die farbe vielleicht blockiert ist ja dann wird normalerweise angezeigt dass du eine andere farbe bekommst ja im single player aber auch ja okay habe ich in der achterrunde gehabt da wurde dann gesagt hey dann habe ich benutzt du musst jetzt die farbe nehmen da musst du auch klicken passt das ist auch gerade ein bisschen rührt weil die auch nicht gespeichert wurden ich habe sie gerade noch mal verändert es kann sein dass es daran liegt dass der mein dieses custom item von mir hat was noch nicht alle haben ja das könnte sein das ist möglich das ist nicht und ich habe jetzt keine probleme das ist natürlich super wichtig weil weil ich damit ja protzen möchte eigentlich geht das nicht aber warum soll ich das nicht gehen wenn das also ich meine dass er trotzdem nur du ja das ist halt wie ein deal ziehen genau trotzdem bisschen wird was war doch eigentlich dann die paradox art oder moris muss dann aber ich denke dass dann muss man halt mal verzichten war es fährt sich auf seine krone ehrenlos moris es wäre ehrenvoll wenn du verzichten würdest moris ganz lieben dank zwischendurch für deine edle spende bei mir im chat schreibt einer er hat sich gerade ein brot mit creme frösch schmieren können das ist sie ganz zauber auf danke an dich und deine froschleute okay das ist sehr komisch man kann sehr viele wortspiele mit fröschen machen wie schon festgestellt habe ja ja wirklich ganz schön frisch von dir wie gesagt eine heißen ja auch wir hatten am wochenende die an toad und tote kröten wow das ist du kriegst heute flachwitze counter ja ich habe sie nicht überschreiten oder oder ich habe sie am ende so ausgebaut dass sie zu weißen kröten wanderern wurden wer kennt die anspielung genau genau schneemänner nein weiße kröten als weiße wanderer deshalb normalerweise gibt es ja froschwanderung und ich habe die kröten da reingesetzt und da haben wir weiße kröten wanderer rausgemacht kann mich noch mal einer ich probiere es ja ich mache ich mache sie weil ich habe jetzt gerade selber was gehostet da konnte ich sie nehmen schauen wir gleich mal naja weil bei der hostet dessen die es werden bei allen aktiviert ansonsten muss ich jetzt die krone schnell wegnehmen ich wollte es noch mal testen weil die auch gerade irgendwie nee es ist wirklich so ist wird die krone sein dann gehe ich noch mal raus und hat es eigentlich geklappt daniel dass du reinkommen bist ich mache die ganze zeit drauf dass man jemanden einer einladung schicken dann schiebe ich dir noch mal eine einladung bekommen die links dann aber ich sollte da eine von mörpen bekommen oder ich habe noch keine rausgeschickt also ja ich habe ich habe jetzt noch mal eine geschickt aber du bei mir ist es auch so ich weiß nicht ob es in deinem setup liegt du siehst bei mir auch nicht so aus als ob du das spiel an hättest auf steam ich unfassbar also ich habe gerade eine einladung angenommen gut es kann sein dass ich aufs team erst in online gegangen bin nachdem ich von das vier gestartet hatte ich kann raus und noch mal neu ich weiß nicht nur ein paradox konto einloggen das nervt ohne ändern ich starte einmal das spiel neu ja es ist total komisch halt weil er wirklich auch irgendwie also ich versuche jetzt dass wir zu speichern aber er speichert zum teil auch die änderungen nicht wenn ich das ich muss ja dann neues spiel mit dem editierten volk starten gibt ja keinen volks editor ohne dass man eine neue partie starten jetzt richtig sehe richtig und das also durch durch die krone weg die frage ist ist er überhaupt das in der lage das dann so zu speichern dass naja stadt ist halt einfach ganz kurz eine runde und das habe ich gerade gemacht und so trotzdem wieder nicht gespeichert gewesen das hier unfassbar geht es echt aber er meint es geht auch ohne oder ohne was weiß ich jetzt gerade das konto lockt ihr euch an multiplayer zu spielen musst du dann das konnte sein oh gott ich habe ich habe vor jahren mal irgendwann irgendwo eins gehabt ich versuche mal neues anzulegen ich also ich muss uns ewig daten daten suchen gehen hier ja 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 der heiße nadel gestrickt sonst funktioniert das mit dem server gar nicht wir haben ja noch zeit ist ja kein ist ja kein druck für die stunde verspätung gehört dazu du meinst das akademische viertel genau also musik muss noch mal eine einladung haben auch daniel du musst noch mal eine einladung haben der eine hat eine krone der andere kein paradox konto aber ich habe katzenohren und kein nachteil ja also ranger du reitest auf diesen nachteilen rum wenn du unbedingt einen haben willst nimm dir einen ja okay hier erheblicher vorteil den verpasse ich mir du willst einen nachteil du willst einen nachteil ich habe jetzt noch mal versucht ihn zu ändern und die krone raus getan dann haben wir hier noch mal eine einladung aber ich weiß was du meinst ich habe auch schon festgestellt dass nicht immer alles gespeichert wird also gerade zum beispiel wenn man so einen individuellen titel für die spezies macht habe ich mir das hat er wird nicht gespeichert aber da ist ja sehr gut mauritius weberleichingen von den kaulknappen steht nun bereit ich gebe zu ich wollte heute echt gern protzen mit meiner krone das ist jetzt gerade ein bisschen traurig aber die gewählte primärfarbe wurde bereits gewählt okay auch das noch schlimmer welche war's denn ja gold natürlich ach die habe ich ja ich habe die genommen weil ich wollte ein bisschen feuer darstellen und das haben leitigen wurde schon vergeben das hat nicht echt fix und alle ja das was bestimmt du das ist ja das ist mein original konto ich habe einen bösen doppelgänger haben der in der vergangenheit mich für die zukunft geklämt das ist erschütternd der vergangenheit writing bolis schuld ja da kann ich habe es jetzt einfach umgekehrt gemacht ich habe ich nur mal gucken ob das klappt wenn es jetzt so ist bei maurice dass auf die krone verzichten muss und auf die goldene farbe dann sind es doch eigentlich nur noch ganz normale kröten oder es ist ein bisschen ein problem ich gebe es zu ja wir werden uns irgendwas anderes überlegen müssen dass unsere unsere glorie irgendwie belegt ich habe es einfach getauscht ich habe halt schön byzantinisch purpur und gold gehabt jetzt habe ich halt gold und purpur sind nur die primär farbe um alles in drin alles in trainer ist dann macht bereit dann können wir loslegen das ist also immerhin ich habe ich habe immerhin goldene rüstung ranger sehr gut und ich habe es statt der krone in heiligen scheinen genommen dass ich glaube ich habe grob den weib bewahrt ein heiligen schein ist ja auch eine krone irgendwo ne ja eben eben eigentlich sogar noch eine höhere weil sie von höheren mächten verliehen wird richtig ja die ich muss nur auf klicken genau auf bereit ja also nicht auf fertig weil dann geht man raus dann drücke ich auf spiel starten wenn alle bereit sind bereits erst schon mit timer oder ist die erste runde erstmal ist direkt ab der ersten runde timer dann müssen wir sofort loslegen aber keine zeit ja ebenso nicht sagen aber ich will gewinnen deswegen seid dabei dabei sein ist alles du kannst ja vielleicht die gelegenheit nutzen auch die die regeln noch mal allen zuschauern ins gedächtnis zu rufen oder zu erklären also los geht ja wir sind die magma mauls ich habe heute schon großartig wenn wir sind leute wir haben leider nicht sehr viel zeit schnell bewegung schnellkampf habt ja auch ich bin ja wieder so fair und sportlich ich bin ja wirklich ein held ich mache mal das arbeite gehört hier als erstes spieler die die dunklen stefan lass bitte alles bei der manuellen bewegung ich bin komplett aus der rolle gefallen entschuldige wir nehmen als erstes die erdwesen hier und damit wir schnell am start sind und das sage ich jetzt nicht das geht nicht ich spiele die bösen geht einfach nicht schnelle kampf animationen erzwingen weil das glaube ich nur der kam ja das neue kampf ich weiß gar nicht sieht man irgendwo die zeit ist nicht ob die standardmäßig jetzt bei allen sind was ist jetzt schon auch mäßig bei anderen die schnellen kampf animation es ging um die bewegung bewegung und und kampf auch okay also ich habe es tatsächlich geschafft innerhalb der sitz sieht man irgendwo den timer unten rechts unten rechts der tatsache hier sieht man so hier in dem spiel kommt man doch atombomben habe ich mich doch jetzt nicht vertan oder richtig genau ja okay aber erst nach den raketen ja klar und den satellit wenn meine spezies fertig ist dann habe ich sowas wie atombomben hallüchen noch mal alle die reingeschaltet haben hallüchen martin hallüchen it's my raffi hallüchen auch an den alchemisten forever ich ziehe friedlich aus jetzt will ich wirklich das wort vermeiden ihr wisst schon welches dieses landwirtschaftliche wort genau ganz einfach mit er betonen das sollte doch passen ja ich friedlich ziehe ich aus um dinge zu tun einfach sage ich mal also ja du ich bin auch schon stolz auf mich eine runde ist vergangen und ich habe noch keinen getötet also das ist ein rekord wir sind alle stolz auf dich hey motion hallüchen phoenix ich grüße euch leute schön dass ihr da seid scheint ja alles zu klappen mit dem runden timer habt ihr gut hinbekommen bei der überlegung ja so wir schauen wir sind alle so stumm und still daraus vermute ich hochkonzentriert oder mich überfordert der timer gerade aber nur minimal ich bin etwas erfreut dass meine meine hauptstadt wurde sublime genannt was finde ich sehr dafür spricht dass ich nichts böses beabsichtige und einfach nur subtil das gute in die welt bringen will ich fest das programm hängt an der einen oder anderen stelle bisweilen also wenn man auch wenn es kampf ist bei mir auch ohne kampf komischer wenn ein anderer kämpft vielleicht genau ja das ist sobald ja andere und dann spieler entscheidungen habe ich auch gerade das normal genau das ist ähnlich wie bei warhammer 3 wenn jemand gerade kämpft dann können wir meistens nichts machen okay kämpft in einer von euch schon die gerade letzte unterbrechung war meine steht das ist nämlich auf meine kappe dann müssen wir hier schon mal kollektiv darüber abstimmen ob ich jetzt aus das hier ist jetzt übrigens terranias terrorbringer eigentlich sollte der nicht terrorbringer heißen das wurde also wieder mal nicht gespeichert der sollte das war noch ein arbeitstitel der sollte eigentlich tunnelbrecher heißen aber es hat nicht geklappt er ist eigentlich ein zauberer leute er ist ein zauberer und wir benutzen albtraum reiztiere wie ihr sehen könnt aber ich habe ihm trotzdem nahkampf wachen gegeben hat das jetzt okay also ja erzähl deine geheimnisse drei armeen berichte ranger berichte deine geheimnisse auch die schmutzigen meine meine hauptstadt heißt spitze des trosts also ich weiß nicht ob das vielleicht zukunftsversionen ist ich finde eigentlich den namen meiner hauptstadt in das spiel gewählt hat jetzt schon episch zunderhorst den lasse ich direkt so das finde ich gut ich freue mich schon wenn ich die stadt einnehmen mit deinem maulwürfen naja ich mein komm ruhig vorbei verbrennst du dich vielleicht ne so hier gehen wir mal nach oben beziehungsweise ich werde mal gucken was ich noch alles einsammeln kann die fleißigen haben mal den fetten vorteil dass wir überall schätze finden können leute direkt schon mal einen katastrophalen autokampf gehabt ich habe möglicherweise das wort in der ich wollte eigentlich es hat wurde nicht gespeichert warum nicht gespeichert die stadt gerade umbenennen in ein wort das ich nicht sagen darf aber ich habe es ja nicht gesagt ich habe es nur aber er macht es nicht ich kann nichts umbenennen das ist dann wieder so ein halber auf irgendwas gewartet wird dann geht es halt nicht wir müssen auf den spiel erwarten neue reichsentwicklung der bau von außen posten geht schneller ja wohl ich mir jetzt schon mal direkt so jetzt haben wir auch eine schlacht zu schlagen automatisch viele kämpfe hin und her zu gehen ja ich hatte gerade eben auch ein mein erster so jetzt habe ich hier schon mal in den stein gelaufen wie bei mir der erste kam nö der lief gut bei mir lief er gut tatsächlich der erste also bei mir lief er gut aber ich habe halt auch von anfang an schon eine full stack und drei also bei mir sind ja weil ich ja fleißig bin sehr robuste truppen da darf man nicht vergessen das macht ja schon unterschied bei mir auch kann einfach mit katzen nicht umgehen ich hatte tatsächlich den eindruck dass astral völker aber autoresolve ein bisschen ein nachteil haben ich habe neulich mit also ich habe mit dunkel gespielt und da lief es immer super als ich neulich mit astral gespielt habe hat er mir schon teilweise zu wissen was von total war dann teilweise gehabt dass auf einmal einheiten gezockt wurden wo ich dachte wir waren doch überlegen warum geht das spiel davon aus dass ich diese verwundbare magiereinheit gewiss in die frontlinie stelle ich weiß was du meinst also ja wir haben bei uns auch schon über das also ich nenne es immer das triple v das voll vertrauenswürdige vorhersagesystem oder in dem fall hat einfach die autoberechnung dass die hier genauso fragwürdig teilweise ist ja weil es gibt halt einfach dann so teilweise situationen wo du halt wenn du selber spielst es ist spielend einfach und ja die ki kriegt anscheinend nicht hin es gibt armee zusammensetzung für autokampf und für manuellen kampf habe ich natürlich alles schon studiert aber schon geist darüber geschrieben haben ich weiß auch alles über das spiel ich dachte du bist der guide ranger ja ich ja klar also ich will nicht angeben aber ich weiß tatsächlich wie man in dem spiel die enziklopädie öffnet ja ich bin beeindruckt von dir ich habe es gerade eben vorgemacht goldbank der namen ist jetzt schon episch von den anderen maulwurfen unten ich finde es gut immer wieder erstaunlich ein spiel wo man eigentlich denkt ja das habe ich jetzt schon ein paar stunden gespielt sobald ein timer dabei an ist direkt gott ist das herrlich ist das aber wir haben erdwesen erforscht sekunde als nächstes holen wir uns die stein in der nähe kommst du da und wir machen so weiter geht es da wir uns mal ein bisschen produktion in der nächsten von dann bis dahin ist du kannibale ich doch klar ich meine maulwürfe ist wie hamster bestimmt sagt das nicht strategie hamster im mehrschweinchen ist glaube ich eine delikatesse oder ich haben es da sondern mehrschweinchen ich bevorzuge gar keinen nager zu essen also ich weiß es nicht an denen ist ja auch nichts dran ja deswegen hat sich auch nager aber du dran nagen muss stimmt da kommt das ja macht wo ich habe endlich mal ein flachwitz gelegt ranger bist du stolz auf mich du färbst ab ich weine aber das nein der maestro ist nicht zufrieden die map wirkt bin das nicht ziemlich klein dafür dass ich finde die allgemein überraschend klein in dem spiel aber dafür dass wir dazu sechst hier sind ja ich habe mir auch schon gedacht dass murp und ich im untergrund hocken und dadurch dann quasi so ach stimmt entweder das oder es liegt vielleicht auch einfach daran dass hat ein schnelles spiel eingestellt ist und dadurch halt absichtlich ist wahrscheinlich nicht so ewig dauern soll nehme ich mal an die sind das sind unterschiedliche faktoren die kartengröße und die warte mal muss ich müsste ich ja selber noch mal nachgucken in deinem guide in meinem guide genau bin nur quasi ein wenig ich finde immer ich habe immer noch in diesem spiel nicht so raus wie viele städte man gründen soll und wie weit abstand und so weil man ja eigentlich immer immer der instinkt des vx spiel das ist ja so viel wie möglich so schnell wie möglich aber in dem spiel habe ich das gefühl teilweise gar nicht unbedingt also es macht schon sinn mehrere städte zu haben habe ich den eindruck aber ich weiß was du meinst also teilweise ist es einfach nur wichtig dass man wirklich ein oder zwei richtig gute städte hat ja bis zu meinen eindruck und da finden wir dann kampfstadt es tut uns sehr leid ich bin sicher ja ich merke es sag gerne wo dann komme ich vorbei wir sammeln nämlich seelen für spezialeinheiten nein da baue ich lieber eine seelsorgerin um auf das sowas nie wieder passiert das war kein flachwitz das war das war echt witzig also auf gehobenem niveau das war echt gut kompliment es war bislang der beste spruch des heutigen abends ich soll mal so eine art wandertrophäe einrichten die immer derjenige bekommen der den bislang besten gehecke gelandet hat das finde ich gar keine so schlechte idee tatsächlich ja du würdest die tragen und du müsstest die du müsstest auch selber bestimmen wer die danach von dir bekommt du dürftest sie dir nicht selber noch mal geben ne das verstehe ich etwas geistreicheres sagt als das was du gerade gesagt hast dem überreichst du dann oh das wird schwer die trophäe die trophäe das ist gar nicht so leicht aber ich glaube an euch aber wir glauben auch an dich dass du überhaupt irgendjemanden für so wertvoll achtest in seinem Urteil wie dich selber halt aber dann habe ich die Frage ich nenne dir mal eine Zwischenfrage also was ist wenn Maurice dann gar nicht der Meinung ist dass überhaupt ein besserer Spruch gekommen ist das ist ein Chaos Spelly okay gut so einfach okay verstehe so far okay dead escalated quickly ja aber ich meine ich bin durchaus offen Nominierungen mir anzuhören von euch also ich glaube ich als nächstes das kann wir können ja mal schauen erstmal die Werkstatt und dann den Verkäuferleute noch so ich plan mal schon mal jetzt hier meine Gebäude Dankeschön Nico Vega Dankeschön auch an Marco Berlin Dankeschön an Saru Lun Dankeschön an alle Leute Dankeschön und Hallöchen auch nochmal Moschen und Wauwinden da musst du noch eine schwerwiegende Entscheidung treffen ah jetzt geht's weiter ich weiß nicht wer muss schwerwiegende Entscheidungen treffen ich dauerhaft gedisst wenn man hier das Limit aus nutzt ja natürlich ah ok war gut dass wir uns alle einig sind dabei diese diese Bewusstung einfach natürlich das gehört doch zum guten Ton wo kommen wir denn hier hin ich ich habe irgendwie Angst vor meiner Armeen wenn ich nicht deren Schicksal bestimmen kann ja es ist ich auch es ist schrecklich man fühlt sich so ein wenig nackt wenn man eine Armee einfach in einen Autokampf schickt auf den man keinen Einfluss hat ach ich als Maulwurf sehe das ganz entspannt blind sein ist ein normaler Zustand deswegen habe ich ja die blinden Seher ich sehe schon alles ist nur nicht was der klare Wald das erinnert mich an eine Stellaris Rasse alle tot ist so wir haben gleich unsere erste Volksverzauber hat einer von euch schon eine komplette Armee verloren? nein ich habe nur so gar keine Einheit verloren ich war kein Freund das war sehr traurig wir weinen immer noch um sie ja das waren auch garantiert alles Adelige du hast eine Hochkultur ja natürlich ja ja jeder einzelne von ihnen ein ein froschblauen Blut ist der sein ganzes Leben lang trainiert wurde für diesen Moment nur um dann im Kampf gegen irgend so eine random Wanderarmee sein edles Leben auszuhauchen ist natürlich kein Tod den man jemandem wünscht das sehe ich ein ja ja also tatsächlich der Chat versucht mich natürlich die ganze Zeit zu den Worte zu treiben das nicht gesagt werden darf welches? ihr kriegt mich nicht dazu Leute baut sich da eigentlich in dir so ein Druck auf der irgendwann platzt? ich habe die Befürchtung also das Event läuft jetzt eine halbe Stunde schon und es wird schon schwierig ähm das hm also auch da hast du nicht optimal auch da hast du mein volles Mitgefühl volles Mitgefühl ja das denke ich mir das ist auch lieb von dir versuch das doch mit gleichklingenden Worten zu umschiffen also irgendwie eine fährvolle Armee ist mir eine Fähre wow ist nicht dasselbe irgendwie nicht ganz nee Bannerlose Burg da gehört ein Banner drauf glaube ich hm wo gehen wir jetzt hin ach da kann ich noch mal was sammeln war beinahe sogar ein Helden verloren hier das ist einfach dann gar nicht ich habe irgendwie gerade dasselbe Event mehrfach es kann sein dass in dem Moment jemand nochmal einen Krieg angefangen hat ich kann es wahrscheinlich nicht weil da das viel im Weg ist ah das macht natürlich Sinn einholen wir uns noch bevor wir uns jetzt hier entscheiden hier nochmal so ein Steinbruch Verhandlungsupdate das ist gut wir haben diverseste Gebäude jetzt hier bekommen das ist auch gut mir fällt jetzt gerade erstmal auf der ich schon im ersten Krieg bin na das ist ja unglücklich was gegen wen so ein Stadtstaat meinte einfach mal zu sagen halt stopp Ranger bist du etwa so bösartig nee ich bin relativ neutral ich habe nur Leute wegen Arcana Energie ausgesaugt also das ist ja das bösartig ist ah ja klar das kann mal passieren passiert den besten von uns ja also ich sage es immer so Ranger das muss natürlich auch ein bisschen mit dir zusammenhängen wenn die jetzt gleich auf dich los gehen weil ich habe noch keinen Krieger also ich habe eine Stadtstaat gefunden die sind total nett ja so eine habe ich auch Hochhall ist ziemlich toll eigentlich also vielleicht kann ich ja mit denen verhandeln der Stadtstaat bei mir heißt übrigens Goldbank finde ich großartig das ist gut nee die wollen nicht verhandeln das ist eine Frechheit ist das hier alles wirklich die Schweine dann wird es bei dir wenigstens nicht langweilig nee ich glaube was ich mich gerade aktuell noch gar nicht traue weiß nicht wie es euch geht ist mit Auto Resolve in eins von diesen alten Wundern rein zu rennen oh nee das ist gefährlich das kann ich nur von abraten ja ich habe hier eine ganze Menge von denen also da würde ich glaube ich echt erstmal eine ganze Menge Buffs aufbauen und Einheiten Level und danach auch immer noch beten ich bin mal mit T3 und T4 Einheiten in den Silberwunder reingegangen und die haben mich zerrissen und ich war also ich habe gedacht so okay ich komme mir wo ganz anders rein aber das war wild das wundert einen ja das hat mich wirklich gewundert was da passiert ist okay dann ich glaube Ranger darf jetzt die Trophäe dann vielleicht mal kurz tragen oh Gott ist die schwer die blinden Seher in dem Moment habe ich ihn auch noch gefunden danke dass du mir die persönlich übergibst die Trophäe ja Balthasar Klauenwurm ach wie nett lebewohl wo bist du denn wo habe ich dich denn gefunden ach ich sehe auch nur deine Speereinheit ja ein flammendes Pferd ja natürlich wie jeder gute Frosch da sitzen wir auf Feuerpferden verständlich ja also hast du auch Flammenwaffen ich sehe schon komm ich hier rein ich gestattet mir mich vorzustellen ich bin Höllenfürst Borg der Verbrannte von Höllenorchs hoffen wir dass es reich groß genug ist für uns alle du siehst nicht aus wie jemand der hofft dass dieses reich groß genug für uns alle ist wenn ich das dir so offen und ehrlich ähm lügen haben kurze Beine ja lügen haben kurze Beine ich glaube die kommen nicht ein ja wirklich also bisschen schäbig wirkt das schon ja ich würde dem auch nicht trauen also oh ich habe Katzen kennengelernt ah wie konntest du mich sehen ähm ich kam aus diesem Loch eigentlich bin ich getarnt dürfte es mich gar nicht sehen ich bin geredet dabei ich bin glaube ich in dich reingerannt versehentlich das könnte sein ja das ist meine Tarnung aufgeflogen das sieht so aus ja passbar oder wenn man direkt daneben ist ne ja ja also ich kam halt raus und du standst direkt neben diesem Untergrunddurchgang ja genau jetzt weiß ich immerhin dass du da oben wohnst du Katze habe ich jetzt immer schon mal ein Feeling dafür wer über mir wohnt also ich kann ja mal gucken ja diese Untergrunddurchgänge ist ein bisschen suspekt wenn man weiß was da so kreucht und fleucht oh ich habe ihn kennengelernt den Erdseer Balthasar Clownhof von den blinden Sehern welcher wenn das ist das ist meine Wenigkeit warum bist du in so Blut verschmiert ja ist so passiert in der Vorbereitung hier drauf das ist eine ganze Blutmutter du siehst ganz in Zukunft aus muss man ja sagen du trägst keine Brille Respekt für einen Maulwurf allerdings scheint es mir ein Volk der der Blinden hier zu sein genau wir ertasten uns einfach alles alles gut was hältst du von einer Zweitkarriere als Schiedsrichter ja tatsächlich die will ich nicht bedrohen aber ich weißt du wo dein Wagen auf dem Parkplatz steht da weißt du mehr als ich vielleicht kannst mir helfen tatsächlich ist ja vor allem aber Steinwallen hier der Anti-Maulwurf-Rassist aber warum ich verstehe es auch nicht Maulwurfe sind ein so nobles edles gutes Volk ähm absolut richtig also tatsächlich ist es so dass ich die Erfahrung gemacht hatte in allen meinen Spielen es gibt ja diesen diesen vorgefertigten Maulwurf der hat mir egal mit welcher Rasse die ich gemacht habe immer den Krieg erklärt immer also ich kann schon nachvollziehen wenn man irgendwann mal Aversionen gegen Maulwurfe entwickelt die verteidigen sich nur du meinst so George Bush Style mäßig er ist ein zutiefst missterstandener Wesen genau wie George Bush zutiefst missterstanden wow schwierig Ranger so ich habe nun eine Krone als Item gefunden immerhin wenn ich schon keine haben kann als sichtbares Ding dann immerhin so das ist auch schon mal ein Anfang ja die machen mir diese Goblins mit den ganzen Zacken auf dem Rücken Angst den habe ich hier denn entdeckt uch jetzt kommt er jetzt will ich doch lieber die Goblins haben was ist das hier für ein Ungetüm ist das The Rock mit roter Farbe du siehst ja putzig aus mit deinem Aufzug ich komme mal vorbei und knuddel dich ein bisschen wenn es okay ist klar ich weiß nicht ob das ist also wenn eine heiße Liebe wäre das verspreche ich dir man will sich doch als Nation auch irgendwie ernst genommen fühlen oder also er schlägt Funken merkt er schon mit meiner Arkan Magie so das wollte ich noch gerade noch schnell machen das war mir wichtig Leute genau ich weiß eh nie wer vor mir steht weil ich ja niemanden sehen kann was ich vorhabe ich schaue mir den Untergrund an Leute Finger weg das ist eigentlich alles was ich gerade eben tue ich schaue mir den Untergrund an und versuche Schätze einzusammeln weil ich kann ja mit meinen Einheiten überall auf der Welt Schätze finden also direkt unter mir ist schon mal niemand da bin ich ja schon mal ganz zufrieden da hier zum Beispiel ist nochmal so ein Schatz da ist habe ich den Ring des Mörders doppelte Menge an Moral wenn sie eine Einheit tötet geil Wegfindungszauber machen wir an ja das ist nicht ganz optimal gelöst und du gehst jetzt hier erstmal wieder zurück aber das wird sich leider auch in Zukunft nicht ändern schon angedeutet weil es dann noch mehr zu D-Syncs führen würde noch ein Steinbruch dazu freie Stadt zur Verhandlung bereit die die mit mir Krieg führen ah ne doch nicht so ich warte mal hier um regeneriere mal gerade eben ganz ganz kurz einfach und dann ich merke halt wie ich richtig feige sogar so Kämpfen aus dem Weg gehe die eigentlich äh machen wir mal Einheiten sein sollten weil sie genug äh Gefahr bieten dass ich vielleicht eine Einheit verlieren könnte und das will man ja allein schon nicht aber das ist dann echt ein Nachteil weil du dadurch halt auch nicht levelst ne ja ja aber ansonsten riskiert man halt dass man auch Truppen verliert also weil das muss jeder wahrscheinlich jetzt ein bisschen selber überlegen wie er das handhabt das ist richtig feige faulquappen äppisch das Problem ist wir wir Kaulknappen wir haben ja eine es gibt ja eine ganz klare Weltordnung wie die Dinge funktionieren sollten und zwar wir in der zweiten Reihe und irgendein Vasall in der ersten das Problem ist wir haben aktuell noch keine Vasallen wir arbeiten daran aber bevor wir jemanden haben der der Nobel für uns in der ersten Linie streiten kann ist es ja nicht das Schlaueste ähm uns in die Schlacht zu werfen weil es ein Zweihandschwert ist Demon King und dann könnt ihr nicht mehr reiten ne also ergibt das Sinn schon oder ja ergibt durchaus Sinn also wenn du keinen Vasallen hast dann würde ich dir echt gerne entgegenkommen und dich stattdessen als meinen Vasallen nehmen ist das ist das ein fairer Deal für dich das ist ja überhaupt keine Lösung für das Grundproblem Ranger dann sag nicht ich hätte keine Lösung gewohnt ich glaube du hast einfach das Grundproblem gänzlich nicht gesehen würde ich mal sagen weil du es dir nur ertasten kannst und dabei versagt hast diese blinde Wut in mir das war hart die ich quasi ja 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 ähm ich hab das Gefühl die Trophäe ist gerade kurz zu mir und dann wieder zu dir gewandert aber sie bleibt weiter bei dir ich finde das das ist auch absolut legitim ähm stimmt ich muss ja die Trophäe noch vergeben die Trophäe ja denk dran also ihr lasst euch von solchen Sachen wie Trophäen ablenken ja klar natürlich alles Materielle ist wichtig so was machen wir denn hier Sieg über eine Plage das will ich ehrlich gesagt gar nicht was ich haben möchte ist dass ich auf Wasser reisen kann dann können wir nächste Runde hier zuschlagen dann machen wir jetzt endlich mal gucken ob das hier was wird oh das war ja ein einfacher Kampf wo sind meine Einheiten der hier sollt schon rerolen so was kannst du noch finden du gehst da runterwärts okay okay ich hab leider nichts gefunden also ich meine es geht ja hier schon um die Krone von Maurice aber wenn jetzt jemand hinterher Bündnisse haben möchte weil er mich als zu stark erachtet ich bin da durchaus nicht abgeneigt möchte ich nur noch schon mal anmerken im Vorfeld also du meldest dich jetzt schon freiwillig dafür dass alle auf dich eintreschen cool retten und schweigen in der gesamten Runde ja ich verstehe es auch nicht ganz das ist das ist nicht so schlimm das ist nicht persönlich gemeint es geht nur um deine um die Persönlichkeit ich hatte ja hier so das Gefühl dass er sich freiwillig meldet dafür dass alle auf ihn eintreten als Maulwurf treten sowieso immer alle auf mir rum weil ich unter der Erde bin das wollen wir jetzt mal hier da wollen wir mal mit aufhören Moment du bist doch gar nicht der Maulwurf der unter der Erde ist genau deswegen ich bin doch der Maulwurf damit niemand auf mir rumtritt ich bin der wahre Maulwurf du bist der falsche Maulwurf du hast dich nur so angezogen angezogen wie Maulwurf ja eigentlich bin ich ein Hamster du bist der Maulwurf Hipster der Maulwurf Hipster ja genau das musste mal gesagt werden heute ne so wie es aussieht reden wir ganz locker jetzt schon Sabudan das haben die wohl alle so entschieden dann kann ich nächste Runde die hier noch schlagen das ist schon mal ganz ganz gut der Maulster genau und wie mein Chat hier vollkommen richtig anmerkt ich stehe über den anderen Maulwürfen das ist ein Unterschied ja okay dagegen kann ich jetzt relativ wenig sagen ja aha aber rein physikalisch ist das der Fall nicht moralisch physikalisch oder nicht die Worte sind gesagt so also ich möchte rauskriegen wo Steinwallen wohnt ich glaube der wohnt irgendwo hier aber ich schaue natürlich erst mal um jetzt wird das Zeitlimit allmählich schon ein Problem ja er hat sich durch erkläre ich meinen Zuschauern bis wann irgendwelche Sachen die ich mache und mute mich kurz macht ihr das auch oder seid ihr nur hier die ganze Zeit ich bekomme ich bin nur hier ich quatsch auch ein bisschen mit den Leuten so ein bisschen aber überschaubar jetzt kommt die Pyromantie Leute da wollte ich hin die Magma Moles sind real die Kunde ja wenn man sich einmal versengen die versengenden Klingeln hier so jetzt schlagen wir zu hoffentlich verliehe ich keine Unit schwimmt ihr auch so in Ressourcen wie ich in unendlich vielen Ressourcen und habt fünf Armeen ja voll da muss man so viel so viel rum klicken ist wirklich ich nehme jetzt Moment Sprint stärkend ich möchte jetzt eine Zauberfähigkeit haben Blitzeraufbeschwörer so er kann es den Blitzeraufbeschwören das war mir wichtig ähm wo gehen wir jetzt noch hin ich würde sogar hat meiner darauf geachtet ob das Zeitlimit weiterläuft wenn jemand eine Entscheidung trifft äh das Zeitlimit bleibt stehen ja wollte ich gerade sagen so rein vom Gefühl her hatte ich das auch schon weil ich hatte schon festgestellt dass es definitiv länger als zwei Minuten in der Regel sind die wir haben der Chat versucht es bei mir weiter es zehrt an ihm schreiben sie ihr kriegt mich nicht Leute ihr kriegt mich überhaupt nicht was wird denn das hier das ist ja eine Unverschämtheit aber es ist schon mal gut zu wissen dass dein Chat definitiv auch schon bei dir kitzelt ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall zählt das schreiben sie jetzt also wie verzweifelt seid ihr eigentlich Leute wenn ihr euch schon darauf versucht dass das zählen soll äh das ist ja fast schon traurig also äh das ist ja ja leider es ist so dass wir eine einzige Schlacht äh erlaubt haben die man dann quasi sagen kann die ist wichtig die wird jetzt ausgefochten aber die anderen können auch also jetzt nehmen wir uns langsam den kritischen Limit ich bin noch nie weiter als Runde 10 gekommen in meinen äh Spieldurchgängen hier ja ja welche Gründe hatte das bis jetzt ja das ich hab lang gebraucht einfach Ranger ist ein gemächlicher Typ weißt du genau nach Runde 10 wie geht's denn dann weiter ist dann ist dann schon Ende oder ähm ja da ist vorbei musst du auch nichts mehr das Endgame schon ja da ist schon tief drin ja okay dann bin ich froh meinst du bei den Testmatches oder äh generell auch bei ich will jetzt noch eine weitere Stadt mehr holen aber die muss ich mir oben holen also in Außenposten Leute ähm grundsätzlich immer das wäre sehr wichtig es ist nur ein Scherz bevor jetzt jemand denkt ich hätte noch nie weiter gespielt ich hätte es dir abgenommen äh können wir Ranger die Krone wieder wegnehmen ja ich finde das war jetzt kein guter Witz der hat jetzt nicht gelandet ähm ich finde sie sollte dann bei Default wieder zum vorherigen Halter gehen oder? also da habe ich so ein sehr guter Versuch ne die liegt jetzt einfach im Dreck die Krone weitergehen die liegt jetzt im Dreck oh Gott da wurde drüber rüber gerannt wir brauchen einen Rettungswurf wie bei Blood Bowl 3 oder bei anderen Spielen mhm oh guck mal ich hab da ein anderes Löchlein gefunden eine Armee von Fanatikern eingeführt äh angeführt von einem Einhorn ach gut was soll schon was passieren ha Alter was ist das denn mit diesem Zauber wer denn euch heißt eigentlich mit Nachnamen Terrorbringer ich weiß auch nicht wie ich da gerade drauf komme ähm das ist mein Charakter der sollte eigentlich Tunnelbrecher heißen das war nur der Adels der 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 Arbeitstitel mhm das wurde ähnlich wie Maurice seine Krone nicht richtig gespeichert mhm Maurice seine Krone das geht ein bisschen nach äh Dallermann Lyrik ja es war ein bisschen traurig das sind halt die Maulwürfe das soll man erwarten aber er bringt auch Terror wenn er muss steinwein so ein Maulwurfsfeind ist ne so der sitzt hier am Steinwein wo komm ich denn hier her ähm der Monster versteckt grobschrankfächt nicht mal das Arkaninstitut leute jetzt weiß ich auch wo der liebe Writing Bull sitzt den Monolith brauche ich erstmal einen weiteren wir sind ja direkt Nachbarn Nexus ich brauche überhaupt mal einen Nexus wenn ich grad feststelle Witze des Trosts da haben wir sie ja hallo hier geht's nochmal oh wir haben ihn kennengelernt den Kataklysmiker Terranius Terrorbringer ein sehr attraktiver Aliterat glaube ich ganz genau von Magma Moles den mörderischen Magma Moles aus Mallorca mörderisch würde ich jetzt nicht behaupten aber Sollen wir mal verhandeln? Können wir gerne machen was möchtest du denn verhandeln? Soll ich dir Kontakte geben was würdest du geben für Kontaktinformationen zu den blinden Seher Herrschern? Na Moment Schneller schneller fix Ah ne ne Ich biete mehr Das brauche ich Ich brauche gar nix gerade eben wir haben uns gerade eben erst kennengelernt liebe Blutmutter wir äh wir schauen uns gerade eben an der Oberfläche zum ersten Mal so ein bisschen um und wollen jetzt nicht gleich dem Erstbesten auf dem Leim gehen Ja das ist ja verschlau Ach ich habe meine Armee in die falsche Richtung bewegt das ist natürlich jetzt nicht so gut Huch In der Regel ist das nicht gut das stimmt Ich werde ja nur angegriffen ist alles gut Ach so Ja Du hast ja schon Krieg stimmt Ich hole mir beide keine Sorge Ich habe mich klein gefackelt Aber ich glaube hier ist die nächste Siedlung Wir haben aber auch wirklich eine hervorragende Position Also ich habe noch gar kein Problem mit der Zeit Ich weiß nicht warum die anderen so viele Probleme haben aber ich habe noch kein Problem Eigentlich gibt es gar nicht so viel mehr Du kannst gerne die haben die bei mir ähm im Nordwesten liegt Die erklärt einem dann regelmäßig den Krieg Ja ich hätte die voll gerne Nordwesten Oh tatsächlich hier wohnt einer Wird da gerade eine Außenposten direkt vor meine Nase gesetzt Das ist tatsächlich mein Vorgarten meine liebe Blutmutter Aber deswegen sind wir hier Das ist Das ist kein guter Beginn für gut nachbarschaftliche Beziehungen ne Das Das Damit können wir leben Na aber ob ihr auch damit überleben werdet ist die Frage Wir sind äh Alle in unserem Volk sind hart mit Hybris geschlagen Natürlich können wir das überlegen So ähm So traue ich mich jetzt weiß ich auf jeden Fall Hier wohnt auf jeden Fall also wie es aussieht jetzt hier Dreimal überlegen Writing Bull Ich habe mich jetzt hier hingesetzt Und weil es verhindert dass er da durchkommt Okay das kann ich das zu sehen Wir haben die Feuerklingen Leute Das ist ja dann holen wir uns noch die Feuerpfeile Warte mal wenn ich mir das jetzt hier hole Und wir machen jetzt die Verbesserung der Feuerklingen Oh Und wieder von allen Seiten Hekate Blutmutter Von West und von Ost Von unverschämten sterblichen bedrängt Das sieht gut aus Jetzt hält sie sich auch noch für unsterblich Eine von euch beiden biete ich an Einen Federhandschuhe in euer Gesicht zu schlagen Und dem anderen Den Arm um gemeinsam über das Schlachtfeld zu wandern Auf der Leiche des anderen Wer möchte mit mir ins Bett Und wer möchte ins Grab Bitte mal einigt euch ganz schnell bitte Dann kurze Frage Wer ist denn der andere Ranger und du Ja Ranger Bei einem so freundlichen Angebot Würde ich tatsächlich eher sagen Dass wir gegen Gegen diese Blutmutter zusammenarbeiten Oder Als blinder Seher kann ich dazu nur sagen Ich sehe das nicht ein Gar nichts davon Wow Noch nicht Ja gut dann ich auch nicht Ihr beide nicht Wollt ihr denn mal mit dem Finger auf den anderen zeigen Und mich darüber informieren Wer der Schwächere ist Ja aber ich weiß auch gar nicht wer der andere ist Also ich Ich kenn den anderen doch gar nicht Also ihr wollt euch auch nicht verpetzen Also wir sind zu blind Um uns gegenseitig zu sehen Genau ich hab auch noch gar nicht den Ausgang gefunden bei mir Aus der Hauptstadt Ich stehe immer noch mit der Armee da drin rum Das erklärt so manches Moritius hat eine Schlacht gewonnen Und deine Armee dringt ein Wie meine Armee dringt ein Ach meine Armee dringt ein bei Moris Ach ja doch du hast da Ja dein Späher ist da am eindringen Ja also Das sei dir mal gestattet Das ist äh Zu gütig Dankeschön Das gibt ihm aber bei Kriegslegitimierung Da musst du auch passen Ja ich will schnell raus Ach stimmt Äh Naja Ne das ist absolut richtig Das stimmt Das ist äh Wir beäugen das Mit Mit Argwohn Hmm Also gut jetzt hab ich das jetzt erstmal Ich seh dass er da jetzt hier rumläuft Ich hab natürlich jetzt nicht vor einen Krieb zu erklären deswegen Also das ist mit vier Städten wirklich schon schwierig hier in der kurzen Zeit Ich geh mal da oben hin und guck mal was ich da finde Oh geil Ach guck mal Hab ich noch einen Maulwurf gefunden Da ist ein Maulwurf ja Warum seht ihr so komisch aus? Warum ich so wie Warum sehe ich so Was haben denn alle mit meinem Aussehen? Ich sehe aus wie ein putziges kleines Wesen Du siehst aus als ob du direkt aus der Dusche kommst mit den vielen Handtüchern die du um dich gewickelt hast Das ist eine Frechheit ist das Ich stelle nur Fragen Sollen keine Beleidigungen sein Ja ähm Writing Bull dann weiß ich auf jeden Fall jetzt auf wessen Seite ich stehen werde Aber mehr will ich da jetzt noch nicht ins Detail gehen Das heißt du wärst bereit mit mir gemeinsam über den Leichen den den kleinen zarten Knochen der Maulwürfe von Merb loszuwandeln Genau aber auch nur wegen diesem Frevel den er mir gegenüber Das war ein Frevel okay Sollen wir eine Zauberverbindung eingehen du und ich Das können wir gerne machen Ruf mich doch mal im Sag mal Merb du bist doch unser netter Gastgeber Ja auch wenn das gerade ein bisschen mit dir zu tun hat Können wir einen Audioraum bekommen Es gibt einen Audioraum der heißt Intrigen und Stuff Es gibt einen direkt unter euch Intrigen und Stuff Wie heißt der? Intrigen und Stuff Intrigen und Stuff ist eine gute Betitelung Ich habe Intrigen Gustav verstanden Treffen wir uns da? Ja Jetzt Okay Also der Hans kann euch auch schieben ne Aber er hat schon gemacht Oder ihr habt schon gemacht Ja das ist ja immer schon mal ein interessanter Vorgang Ich glaube dann werde ich mal versuchen Wobei Steinwahlen so wie ich ihn kenne wird sich wahrscheinlich komplett raushalten an der Stelle Aber ich weiß jetzt schon mal dass ich Hier wahrscheinlich eine Rivalitätserklärung hier eventuell Hier schon mal machen muss wenn das hier so weiter geht Mal schauen mal schauen mal schauen Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal Truppen jetzt hier verbessern Wenn ich Glück habe kann ich die Goldbank demnächst sogar annektieren Dann habe ich hier zwei Städte unterirdisch das hätte natürlich schon einen gewissen Vorteil Oh wer ist das? Ach das ist die Armee von 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 ranger Ich weiß nur gebraucht Interessant interessant Was sind das eigentlich? Das ist eine dunkelkriege genau Na ich weiß nicht also meine Jungs sind schon ziemlich gut entwickelt Ich weiß nicht ob das so schlau für ihn ist Wunder der Stufe 3 Ja ja ich bin sicher dass ähm Das lädt ein Das ist eine super Idee dahin zu gehen bestimmt Die beste Idee die ich je hatte Da ist das auch nochmal eine Siedlung Ich glaube was WB vielleicht gar nicht bewusst ist Ich kann ja diese Felsen hier super nutzen Im Gegensatz zu ihm Also das Gebirge ist von Natur aus eher mein Streben nach Ackerbau Okay ich habe eine Queste Ich brauche drei weitere Farmen das wird hart So Casten wir mal die Feuerpfeile Verbrennen Entzünden Forschen mal als nächstes Jetzt gucken wir mal wo wir hier noch hinkommen Aha Und hier geht es auch mal Es ist ungewöhnlich für mich eine Fraktion zu spielen Die nicht wirklich einen Arcan Fokus hat Weil ich Auf einmal ewig brauche für meine ganzen Zauber Und das ist total irritierend Sonst spiele ich ja sowas komisches nicht Mhm Also ich bevorzuge auch diese Arcan Spezies Ich finde das spielt sich super gut an dem Spiel Ja Feudal ist aber auch geil Hab ich schon festgestellt Ich habe mir WoW Paladine gemacht Hier die silberne Hand mit Arthur Lichtbringer Oh den kann man sicher 100% vertrauen Ja ja Das war wahr Wobei den den du da hast der sieht auch aus wie einer aus Warcraft Ich kenne mich mit der Lore nicht aus aber Das sind die könnte Geht so ein bisschen in die Richtung von diesen Orks aus der Scherbenwelt oder sowas vielleicht Rote Orks glaube ich gibt es da auch Aber das jetzt immer darauf zu münzen ist glaube ich auch falsch Und ja da sind zwei Städte Aber es weiß nicht immer wo es Welche Hautfarbe soll die jetzt haben als Stadtrot ne Das stimmt Ich muss halt irgendwie gucken dass ich noch mehr von ihnen hier finde Man muss mit Stereotypen brechen Ja Das habe ich im Chat damals schon gesagt Also damals bei der Als das Spiel released wurde vor drei Wochen Da habe ich eine Orkquisition gemacht Eine Inquisition die durch Orks durchgeführt wird Wunderbar lieb Wunderbar lieb Also zumindest ihrer Ansicht nach Ich habe auch mal mit dem Chat ein nobles Ork Volk gebaut Und die Anführerin wurde vom Chat Jeanne d'Ork getauft Jeanne d'Ork Oh Gott Also das kann man auch anders aussprechen Ja aber warum sollte man das Also Jetzt muss ich es einfach mal sagen Wenn man ein ehrloser Mensch ist würde man das tun Schenke ich dem Chat einen Counter Ein Krieg liegt in der Luft Äh Ja noch mehr Akir bringt nichts Weil ich muss ja auch Truppen rekrutieren Aber zwei Stück habe ich jetzt schon mal Da sterben schon die ersten Wunderbar Letzte Worte bitte Ja das war einer meiner Prospektoren Aber es ist jetzt deine Plage Also ich mache natürlich dich dafür verantwortlich Dass deine Plage jetzt meinen Prospektor hier getötet hat Oh ok Das ist eine Ansage Ach ne das ist Oh es ist eine Kriegserklärung die hier stattfindet Ja es ist eine richtige Kriegserklärung Was denkst du denn? Weißt du ich mache irgendwelche doofen Witzchen hier Leute wir sind nicht zum Kaffeetrinken hier Was? Was? Was passiert? Okay Oh Das ist mein Ausgang hier Ja aber da muss ich schon Writing Bull zustimmen Also das ist schon sehr sehr frech gegründeter Außenposten Ich habe ja nicht mal gewusst dass er da ist Ich bin da rausgekommen und habe direkt einen Außenposten gegründet Also wir können natürlich auch Max mit den Außenposten schenken Und dann könnten wir über die Sachen Nö jetzt ist der Zug abgefahren Also spontane Kriegserklärung Und nicht mal ein Versuch des Dialogs Ich bin empört Ganz kleiner Umblick Das finde ich sehr interessant Kannst du den Begriff Dialog nochmal buchstabieren Den google ich nach dem Stream Ich sehe schon Ihr Untote seid nicht unbedingt der Worte wirklich großartig fähig Das ist offensichtlich Hier geht es aber gleich schon zur Sache ey Ich sag es euch Okay Also das heißt also wir müssen jetzt gucken dass wir Ein paar Probleme hier lösen Ich guck jetzt mal dass ich das hier errichte Ähm Sobald ich es zumindest klinge kann Das darf ja wohl nicht wahr sein Ich meine alles alles gut Ich weiß nicht ob Steinwallen sich für einen Krieg direkt begeistern lässt Aber ich hole mir jetzt auf jeden Fall nochmal weitere Kämpfer Ähm weil die brauchen wir jetzt natürlich ganz ganz klar ne Ich hole mir nochmal einen Stahlformer Ich bin derweilwissen dabei mein Volk zu knechten Die sind ein bisschen unzufrieden Ich weiß gar nicht warum Man verzaubert ihre Werkzeuge dass sie besser für mich schuften können Ja Und sie sind beleidigt Unfassbar Also ich verstehe das halt wirklich hinten und vorne nicht Aber noch ist alles gut sobald sie anfangen Gewerkschaften zu gründen musst du aufpassen Ja auch ne also das gibt es im Froschimperium wirklich nicht Also gar nicht Da hört der Spaß dann auf Ja ne also es gibt wirklich Grenzen Ähm Dann machen wir uns mal für diesen Kampf bereit Was ist das denn jetzt hier wirklich Alles verzögert sich Frechheit Eieieiei Wer hat also wer rechnet denn mit sowas Rekrutierung beschleunigen Ja in gewisser Weise hast schon recht Und ich denke noch das ist seine seine Plage die mir da eine reingedrückt hat Nein das war er selbst Unfassbar Leute Unfassbar Sohn Na 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 ist schon ein bisschen eng hier unten bei uns Da haben wir die Katzen hallo Ah ok Wahrscheinlich meine automatisch erkundenden Getarnten Du lässt automatisch erkunden Ich finde das immer das Schlimmste was man im Voreckspiel machen kann Ganz im Ernst Ne wenn man seinen Bereich erkundet hat wo man sein will dann ist erstmal gut Dann hat man alle Informationen die man braucht und der Rest kann von anderen erkundet werden Entschuldigung diesen Mördering Im Chat wird ähm geschrieben Maul ist ja nicht fair gegenüber Maulwürfen Wenn die gerade mal den Kopf rausstecken Aus der Erde den gleiche einzelner Schaufel auf den Kopf zu geben Das wird sich nicht gehören Ist vielleicht sogar was dran irgendwo ne Das seh ich auch so ne Guckt mal raus weil man macht's Batsch Aber wir sind sehr sehr zornige Maulwürfel Ich kann nochmal auf die blinde Wut hinweisen Äh was ist Steinwald? Ich hab nicht gehört Äh ist ne gute Frage Ich hatte dich auch nur gerade im Fenster Ah äh äh Ein Späher von mir hat dich entdeckt Das könnte jetzt schon ne größere Schlacht geben dann ne Ja genau ich bin aber nur am scouten Also Wie immer bin ich lieb und harmlos Das kennst du ja zu genügend Und ehrenvoll oder? Ja genau Wie würdest du es in eigenen Worten formulieren? Äh Moralisch unfehlbar Ich denke auch Quimeral So sehr dass ich jetzt gerade meinen Timer verpasst habe Aber das sind Details Aber es wird halt alles automatisch berechnet Leute ne? Da muss man nochmal da auch zudrücken Vergesst es nicht Ja Ich hab meine Armee schon wieder verloren Wie geht das denn? Wo ist denn die? Ich hab sie wieder gefunden Deine Fünfte oder was? Achso Okay Attacke Eine Außenpossen gehört uns Oder wollen wir ihn einfach nur zerstören Ich glaube wir zerstören ihn einfach Weg damit Aus die Maus Einmal kaputt machen hier vorne Das bedeutet eine Fäde Hast du sehr nieb formuliert Ich hab noch nicht alle gefunden Wo sind denn Steinballen und Strategie Ecke? Warte Wie hast du mich noch nicht gefunden? Ich nehme mal den Hellibardier hier noch Ja doch ich hab dich Also ich hab irgendwo mal gesehen dass du Eine Armee besitzt Mehr hab ich jetzt auch noch nicht Ich kann einen Hellibardier gebrauchen Und dann brauchen wir nochmal irgendwas anderes Das hat dich nicht ausreichend beeindruckt dass du dich Ne? Doch dein Dein Speer Der sah schon ziemlich Furchtanklösend aus Aber ich bin blind Deswegen seh ich den nicht Gut Diese Abschreckung Ja das ist natürlich dann Pech für dich Diese Warnsignale nicht zu erkennen Da geht mein Konzept nicht auf Und ich dachte ich bekomme mit Ecke Ärger hier unten So kann man sich irren Na gut, na gut, na gut Kann natürlich absolut nicht akzeptieren dass jetzt hier meinen eigenen Ausgang jetzt hier weg blockiert Also da werden wir jetzt zuschlagen Er hat ihn aber so wie es aussieht besetzt Er hat aber auch nicht deutlich mehr Männer als ich Welten von den hohen Städlingen Ja die Skelette können ja gar nichts Wenn man das sein mag Okay, jetzt kostet alles zu viel Geld Kann ich ihn eigentlich angucken? Ich kann ihn angucken Interessant Ach, man kann sich die Ergebnisse der Schlachten anschauen lassen die in der eigenen Sicht stattgefunden haben Genau, aber nicht im Multiplayer-Modus dann gibt es ganz schnell Problemchen Ja, das wäre nicht so günstig Ach, auch das Ergebnis angucken nicht? Das lädt ja rein Ich habe gelesen, es gäbe Probleme im MP-Modus wenn man potenzielle Abstürze wenn man sich dann Wiederholungen anschaut Ich habe mal eine Frage an Steinwall Steinwall, hast du kurz Lust mit mir in Intrigen und Stuff zu gehen? Oh ja, ich komme mit Nein, nein, Steinwall noch nicht Nein, ich bin auch ganz still Ich würde auch mitkommen Also ihr könnt euch auch hier unterhalten Macht das einfach hier Einverstanden Abstimmung Wir machen eine demokratische Abstimmung Nee, ich Ich möchte gerne einfach nur Steinwallen fragen, danke Ja, ich habe schon Ja gesagt Aber kannst du mich ziehen oder soll ich dasselbe eingehen? Ich mache schon Ja, ich grüße an dieser Stelle die vornehmen Die vornehmen Herrscherin Sarafina Wir sind uns ja spontan über den Weg gelaufen Ja Es sind euch diese Untoten, diese unsägliche Blutmutter Auch ein Begriff Ich kenne so eine komische Stadt namens Finsterspitz Ist das die? Genau, also ich habe gerade so Also wir sind uns ja höflich gegenseitig über den Weg gelaufen Äh, aus Also meine Nase aus dem Dreck heraus Luken lassen Und kaum War ich an euch vorbeigelaufen Erklärten mir diese Unsäglichen Untoten Einfach so den Krieg Wie seht ihr? Habe ich mitbekommen, ja Bitte was? Habe ich mitbekommen Seht ihr nicht vielleicht auch sie als Bedrohung für eure Art an? Ja, die sind irgendwie hinter den Bergen Es ist weit weg Ähm Ja Also ich Natürlich sind die eine Bedrohung Definitiv Also wir wollen euch auf keinen Fall in irgendetwas reinziehen Wir wollen nur lediglich warnen vor diesen Leuten Dass diese vielleicht nicht so ganz vertrauenswürdig sind Und falls sich meine Befürchtung bestätigt Dass wir vielleicht in Zukunft gemeinsam gegen sie Einen Weg finden sollten Ja Also Naja Ich habe ein Auge geworfen auf das Gebiet So ein bisschen südöstlich von Finsterspitz So Und wenn das Wenn die sich dorthin bewegen Dann würde ich da auch Widerstand leisten Aber jetzt ohne Weitere Wie soll ich sagen Eskalationsstufen Einfach so in einen Krieg einzutreten Das Das fordere ich ja gar nicht von euch Ich Möchte lediglich Einfach nur Fragen Ob wir Freundschaftlich miteinander umgehen sollen Ja, sehr gerne Habe ich nichts dagegen Dann erkläre ich offiziell meine Freundschaft zu euch Okay Okay, ich habe gerade Balthasar-Klauenwurf getroffen Aber das seid nicht ihr, ne? Nein, nein Wir sind Terranias Terrorbringer Das klingt ja sehr vertrauenswürdig Ja, der sollte eigentlich so nicht heißen Das war ein Arbeitstitel Der sollte eigentlich Tunnelbrecher heißen Ähm Ja Okay Machen wir das Mal gegenseitig Ich freue mich sehr Erkläre ich das auch Ist schon mal eine klare Aussage Oh Gott, das kostet ja 10 Gold die Runde Ich weiß Das ist ja eine sehr wertvolle Erklärung Ich hoffe ihr wisst es zu schätzen Ich zahle diese 10 Gold ja schließlich auch Also ich meine ihr könnt ja auch auf mich zählen In der Tat Nun gut Ja, da freue ich mich auf gute Zusammenarbeit Und ich drücke die Daumen Was diese komischen Untoten betrifft Dankeschön Ihr werdet sicherlich davon hören Gut, dann können wir glaube ich wieder hoch Hans machst du das? Das erinnert mich ein bisschen an die Ehrlichkeit WB die du damals an den Tag legtest Als du Steinwallen unterstützen wolltest Irgendwie Weißt du was ich meine? Also Steinwallen ist jederzeit bereit Hanne Stefan zu bestätigen Dass ich ihm ja wirklich helfen wollte Und dass er sich verguckt hat Ja Das war bloß ein perfides Spiel Weil er ein Ein unglaubliches Doppeltes Schauspiel abgegeben hat Das ich nicht durchschaut habe Ah Dann war es schon auf eine gewisse Art und Weise perfide Aber noch perfider als man denkt Oh, verstehe Gibt es die Möglichkeit zum Pausieren Oder soll man weiter spielen Und parallel versuchen zu verhandeln? Pausieren kann man glaube ich leider nicht Okay Dann wärst du bereit Maurice die Rolle des Mediators zwischen Mörb und mir anzunehmen Ortebit Betreten und Schweigen Denkpause Ja doch, komm Stammeln Ja doch, sehr gut Ja, also wenn Wir sehen uns ja ein bisschen auch als die Friedenspolizei der Welt Ja Wir Karl Knappen Deswegen Ignoriert, dass ich gerade die Forschung Freudenabsauger erforscht habe in diesem Moment Das hat nichts damit zu tun Ja, ja natürlich Wunderbar, dann mach das doch Also es geht darum Mörb, dass ähm Ranger und ich könnten ja dich rausnehmen Aber du bist Gastgeber Und vielleicht können wir auch einfach sagen Du gibst mir irgendetwas Was meinen Ich find's mutig von euch Möchte ich kurz mal reingesetzt Ihr glaubt mich rausnehmen zu können Ich glaube, ihr könnt nicht mal zu mir runterkommen Ohne dass ich das erlaube Oh, ich seh ich Oh, ich seh ich Hat sich das erledigt? Nö, ganz im Ernst Ich werfe grad eben nur mal rein, dass ich schon finde Also ja, du wohnst über mir Aber ich finde das schon sehr großspurig hier gerade eben Das war's Gut, dass wir mit deiner geredet haben Alles ist klar Dann machen wir uns bereit Find ich einen spannenden Move In deiner Stadt oben Ich gebe zu Ich hatte mich jetzt ein bisschen gefreut auf die Auf die Rolle als Mediator Aber dann ist glaube ich Umso spannender die Rolle als Popcorn-Essender Zuschauer Bei was auch immer jetzt als nächstes folgt Also wie gesagt Ich bin bereit dazu eine Mediation anzunehmen Aber ich Also ich find's einfach frech von so von oben herab Im wahrsten Sinne des Wortes jetzt hier Also alleine schon die Aggressivität des anderen Maulwurfs Das ist irritierend für mich Ich habe überhaupt nichts diesem anderen Maulwurf getan Was? Ich habe nur etwas über seinen Turban gesagt Eine kulturelle Irritation Und schon wird einem hier gemeinsam der Krieg erklärt Und die Vernichtung Also quasi das Auslöschen eines ganzen Volkes angedroht Spannende Vorgänge Das hast du sehr schön zusammengefasst Das hast du sehr schön zusammengefasst Genau so war's Das hast du sehr schön zusammengefasst Gut Das klingt jetzt als flussiver zu sein Das schon gebe ich zu Ja Dann Dann weiß die Welt ja jetzt Bescheid Sie geben es sogar zu Als unabhängiger Mediator stimme ich zu Dass das ein bisschen eine Ansage ist Also um ein Wort der Entschuldigung zu sagen Das klang vielleicht gemein Aber es war auch gemein Und das ist mir jetzt nicht so gut gelungen In meinem Kopf formulierte sich das viel liebenswürdiger Also es waren positive erste Verhandlungen in dieser Partie Muss ich sagen Ähm Ne Eure Reiche haben eine große Zukunft vor sich Definitiv Ja auf jeden Fall Ranger ich warte auf dich Ich komme Ich kann nicht mit allem kommen Aber ich komme Ähm Hier Werter Strategie Ecke Ich würde gerne einmal mit dir sprechen Ja Ohlala Sollen wir uns einmal in unser Separi zurückziehen Wenn wir gezogen werden könnten wir das Super Jetzt höre ich mal nicht dass jetzt hier eine lächerliche Truppe gegen mich aufgestellt wird Weil ich habe de facto ja nichts getan Ja aber Die Betroffenen Also Ich habe doch keine Ahnung wie stark Ranger ist Ich habe bis jetzt nur seinen Scout entdeckt Und mir halt gar nichts Ich finde das gerade eben schon einen krassen Vorgang Aber mal schauen Vielleicht ist das auch alles nur geblöffet Ich könnte Gold gebrauchen wenn ich ehrlich bin Ja ich habe mir Gold geholt damit ich meine Armeen weiter aufbauen kann Ich hole uns hier noch eine Arbaleste Wie gesagt also de facto die können hier gar nicht runter kommen Die können maximal nur mit Ein zweiter hält es zu teuer Ich brauche eine zweite Stadt dafür Leute Das geht nicht Also meine Situation ist gerade eben einfach dass ich jetzt hier ein bisschen festgefahren bin Und Ich kann sie jetzt letzten Endes am besten dadurch abhalten Indem ich jetzt hier drauf stehen bleibe Weil sie können immer nur mit einer Armee versuchen runter zu kommen Und dann kämpfen sie immer gegen alle Goldbank werde ich ziemlich sicher früher oder später kriegen Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen wenn ich ehrlich bin Ich stärke da jetzt auch schon mal die Gefolgs Gefolgschaft Also das ist auf jeden Fall der Plan Dann habe ich auf jeden Fall zwei Städte hier unten Ranger Was machst du denn da? Ranger ist gar nicht da Was passiert? Ranger verheizt seine Das ist ja unfassbar Also ich habe langsam Das ist ja nicht Da kann man ja nicht hingucken Wenn der zurückkommt erst Mit ihm habe ich echt ein Wörtchen zu reden hier Okay, okay Das scheint mir ja ein stabiles Bündnis zu sein Stranger? Echt? Ja Was machst du denn da? Das ähm Das Monsterlager was da irgendwie vor deinem Hause kursiert Das ähm Ja, aber du hast deine Armee dabei verheizt Die wollte ich mir doch zu Hilfe kommen Also Ich hätte es gerne anders gehabt Stattdessen hast du Selbstmord begangen Verehrter Balthasar-Klauenwurf Ich möchte gerade eben mal nur kurz mal erwähnen Wie dreckig diese Blutmutter Gerade eben in eurer Abwesenheit Wegen diesem Verheizen eurer Truppen über euch gesprochen hat Das wollte ich nur mal einwerfen Ach komm Es gab Zeugen Es gab Zeugen Du hast auch gerade gesagt Mit Ranger ist es schön was zu veranstalten Aber es ist schön auf sein Grab zu spucken Wir haben es alle gehört Fragt eure Communities Fragt in den Chat rein Genau Genau Das habe ich bestimmt hier unten in der Defensive gesagt Auf jeden Fall Ja Es ist lächerlich geradezu Ja Immerhin dass du dazu stehst Dass du das erdicht ein bisschen Also dann würde ich schon gerne jetzt Den unabhängigen Mediator Maurice nochmal befragen Ich meine Maurice Den Ehrenhaften Den kann man ja immer vertrauen Ja natürlich Also ich würde es so formulieren Dass WB jetzt nicht unbedingt abwertend über dich sprach Aber doch traurig und enttäuscht war Ob Ich sehe leider nicht was passiert ist Ähm Es klang wie ein eher trauriges Kapitel der militärstrategischen Analen Ähm Und WB war nicht erfreut Aber ich glaube es war auch ein bisschen So ein wenig Nicht abwertend Sondern Er freute sich auf euren gemeinsamen Triumph Und sah ihn durch die Finger rinnen Ähm Darf ich den neutralen Mediator kurz mal fragen Haben wir nicht gemeinsam gehört wie er sagte Mit dem habe ich ein Hühnchen zu rupfen Naja Ob dieser Ich habe den Mediator gefragt Nicht die verräterische Blutmutter Meine Meine Truppen Also die Truppen die mir gegeben werden wurden Sollten Wurden verheizt für irgendeine Plage um die Ecke Du musst doch strategisch denken Ranger Du bist doch Soldat Strategisch denken Ja also Die Worte die Maurice jetzt gesagt hat Sind jetzt auch keine neuen Worte Also sagen viele die mit mir in einem Bündnis sind Um ehrlich zu sein Deswegen Ne das kann ich schon nachvollziehen Ja damals Ich war ja schon sogar mit dir in einer Familie Ranger Nicht nur in einem Bündnis Du hast am schlimmsten gelitten von allen Ja ja es war eine interessante Erfahrung Ja eine zweite Stadt wäre gut Leute Aber ich müsste eigentlich seit vier eine Stadt finden Na okay dann werde ich das erstmal weiter beobachten Aber ne da ist jetzt noch kein Kroll gegen Riding Ich guck mal das Problem ist halt auch Geld ist halt noch ein Thema Also ich kann jetzt hier auch nicht ewig Welche Armee ist da auch Fujikato Das ist ja hier lachhaft Also ich muss jetzt diese Stadt hier eigentlich unterjochen Leute Das ist der erste Plan Dann habe ich einen zweiten Helden und dann ist alles gut Also immerhin was man dir anerkennen muss Du warst du lieb und hast wenigstens versucht eine Plage vor meiner Haustür zu beseitigen Das weiß ich zu schätzen Natürlich Ich bin bereit langsam einzulenken Hm Hm der Markt Ja ich könnte Geld gebrauchen Also wir machen jetzt den Markt als erstes Leute Und danach Wäre ich auch für das Münzamt definitiv zu haben Das wäre jetzt hier so Für mich der way to go Damit wir mit dem Geld Zurande kommen Okay man muss ja auch irgendwie jetzt mal mit allen So ein bisschen im separier sprechen Lieber Maurice hättest du auch noch mal Interesse separat zu gehen Ja also das klingt interessant Ja man muss sich ja auch mal austauschen Da werden interessante Dinge besprochen Ja also gucken wie das Leben so läuft und wie das Wetter so ist bei dir Ja wirklich Können wir einmal gezogen werden? Bitte? Jetzt geht es los hier ich sag es euch Du und ich Ich bin ein bisschen enttäuscht dass Ranger als Verstärkung sich gerade so mäßig klug erweist Hast du mir ein Angebot zu machen? Wer ich? Nein du Ja mein Angebot ist Komm doch runter und hol es dir Das ist alles Das ist alles ja Ich sehe in deinem ungerechtfertigten Krieg Keinerlei Grund jetzt hier Zurückhaltung zu walten zu lassen Ja dann schieben wir doch mal die Rhetorik beiseite Wir werden einfach mit Interessensgebieten abstecken Du kommst nicht rauf ich komme nicht runter in diesem Teil der Karate Ja das Problem ist das Vertrauen ist zerstört Ich glaube nicht dass du nicht runter kommst und deswegen ist das Gespräch für mich beendet Wir fragen einfach einen neutralen Dritten der mich gut kennt ob ich vertrauenswürdig bin Steinbein eine Meinung bitte Du bist vor allem Fenderin Deswegen würde ich das eher verneinen Also ich finde es interessant Jemand den du selber ins Spiel gebracht hast hält dich für nicht vertrauenswürdig Was sagt uns das? Ja dass ich den falschen gefragt habe ich frage mal Maurice stattdessen Der ist gerade nicht da Also du hast gerade keine Fürsprecher für deine These Dann frage ich mal deinen Chat Frag mal bitte deinen Chat ob ich vertrauenswürdig bin Und danach fragen wir meinen Chat Und dann gucken wir was die gemeinsam sagen Also ihr habt es gehört Chat Ist diese Blutmutter vertrauenswürdig? Oder wir fragen einfach mal Neutrale Dritte Liebe Chatmods bei mir bitte mal eine Abstimmung machen Ist WB AK AK Heihe Karte Blutmutter vertrauenswürdig Vor allem eine Abstimmung ist eine Tiefen Ja jawoll auf jeden Fall Also ich sag es mal so Es sind viele Worte in vielen Sprachen Aber sie fangen alle mit N an und enden meistens auf ein Oder mit N fangen sie an und enden mit O Es ist es 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 Ich müsste nicht einmal eine Abstimmung machen Es wäre ein kommunistischer Sieg wäre das ja eine Parteiwahl Ich sag es dir Und zwar gegen dich Also du schlägst meine ausgestreckte Hand Und das Angebot Interessensgebiete ab Ohne lange drüber nachzudenken Definitiv ja nach diesem Start Ja auf jeden Fall Weil du mir nicht vertraust Oder weil du sagst besser Ich will mal sehen wie er kommt und mir die Stadt abnimmt Welche der beiden Einstellungen ist das? Weil ich dieser Blutmutter dir jetzt nach diesem Anfang Und auch deiner bösen Gesinnung Die sehr sehr offensichtlich ist übrigens Kein Stück vertrauen kann Deswegen Deswegen sage ich Ganz liebe Grüße an die Zuschauer von Mörb Die gerade bei mir reingekommen sind und schreiben Ich zitiere WB ist ehrlich und respektvoll Danke Voll vertrauensvoll Sehr freundlich Ich geh ab jetzt nur noch hier hin Mörb ist doof Ganz liebe Grüße Sehr sehr wunderbar Das ist definitiv Hardcore Propaganda Und alle wissen das Sehr dubios hier Das ist das erste Das ist das erste wahre Wort das du sprichst Sehr dubios hier ja Okay Hast du als Zuschauer der Paul Quappe heißt? Falls ja Ich will nicht betzen Aber der schreibt bei mir Mörb ist doof und ich bleib ab jetzt hier Ganz liebe Grüße Jetzt sag ruhig du kennst Paul Quappe nicht Das ist ja noch bitterer Du kennst deine eigene Community nicht Wenn der wirklich von mir kommt Ist er keiner der im Chat besonders aktiv wäre Du kannst dich doch nicht mal an die Namen deiner Zuschauer erinnern Ich kann mich an jeden einzelnen erinnern An jeden einzelnen Also ganz im Ernst So verlierst du deine Community an mich Ja das Das wird immer grausamer für dich ja Das wird ein ganz ganz bitteres ändern Das wird garantiert passieren bei dem was ich hier erleben musste Ja ich sehe das auf jeden Fall auch kommen So Ich ignoriere das einfach jetzt hier Diesen Trash Talk von ihm Es wird immer krasser Also ich bin doch höflich im Vergleich zu diesen Leuten hier Liebe Grüße an euch das macht er genau richtig Kann ich voll mit leben Also weißt du Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Leuten Ich gehöre zu der Sorte die in solchen Situationen einfach schweigen Und genießen im Zweifelsfall Oder einfach nur schweigen Und es gibt welche die müssen ihre eigene Unsicherheit Weil sie jetzt nicht wissen wie sie sich selber in diese Situation gebracht haben Permanent durch endloses Gelaber Und Trash Talk zu irgendwie kompensieren Und ich glaube zu dieser Sorte gehörst du Hast du deine Zuschauer Hast du deine Zuschauer gerade als voll bezeichnet? Ja Voller Blut wohlgemerkt Voller Blut Blutmutter Ja 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 also ganz ernst Ich muss auch mal zurück lang Ne Moral Freie Städte als Vasallen haben Wenn du genug Flüstersteine hast Aber wie kriege ich mehr? Ich habe schon diese Diplomatie Affinität Oben in der Forschung Also bei den Reichsverbesserungen Gibt es drei Forschungen Eine Forschung Also zwei Forschungen für jeweils einen Flüsterstein Und eine Forschung für Vasallentum gegenüber Hekate Blutmutter Die klingt super Ich habe schon diese Diplomatie Fokus Geschichte Du hast im neutralen Bereich ein und im Ordnungsbereich ein Ah Und ich glaube bei den Glaub ich auch noch ein Film nicht Wir holen uns jetzt diese Stadt Wir holen uns jetzt diese Stadt Was auch bei viel unserem Radar gelaufen ist Ist das die Blutor Also die Höhlen Orks Die den ersten Krieg begonnen haben Oh, gegen wen denn? Die Gunst der Stunde wurde genutzt Und dem Ranger in den Rücken Oh nein Dem Ranger, der gerade eben versprochen hatte Mir Truppen zu schicken Dann kam sie nie an Dem Ranger, dem ich jetzt geholfen hätte Hätte er mir eben Truppen geschickt Der Ranger Reden wir über den? Also nochmal eine kleine Anmerkung Bitte? Deine Paul-Quappe Hat gerade eben seine erste Nachricht In meinem Chat verfasst Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt so die Argumentation, die ich gelten lasse Ganz liebe Grüße an Paul-Quappe Es war ein netter Versuch Aber die Zahlung bleibt aus, ja? Also diesen Das 1.000 Bittle-Coin Das du dir gewünscht hast Das ist... Da müssen wir nochmal nach... Das geht eindeutig nicht, ja? Oh, das ist nämlich... Aber Ranger, sollen wir nochmal zu zweit reden? Handwerker Waffen müssen her, Leute Hm... Das war mir spontan genug Ich verzichte drauf Na okay, dann ist es nicht so schlimm Das ist nicht so schlimm Gewährt, äh... Vielleicht kommt Max und ich Strategie Eck und ich Ja doch Einfach nur so Weil wir noch nie miteinander geredet haben Einfach so ein kleines Schwätzchen Einfach so, ja? So zwanglos Sollen wir runtergehen? Gerne Ich glaube, zwanglos ist da gar nichts Wieder hier rumintrigiert Das ist ja mal... Uri, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen Ja, also... Sind wir jetzt auch... Müsste auch mit ihm im Krieg sein, oder? Ähm... Wenn er jeden Krieg geklärt hat Ich glaube, du musst nochmal annehmen Ich weiß aber gerade nicht Weil mein Herrscher Überfallen wurde mit dem ersten Angriff Mit wem seid ihr im Krieg, wenn ich fragen darf? Mit Strategie Ecke Er hat anscheinend das Bündnis nicht bekommen Die Orcs haben Ranger angegriffen Ich weiß nicht, ob er gesehen hat Dass wir eigentlich ein Verteidigungsbündnis hatten Ähm... Ist aber auch spontan gewesen Ja... Ist ja kein Problem Er hat gerade seine vier Arme... Seine... Zwei Armeen hat er bei mir Und eine Arme... Ich weiß halt überhaupt nicht, was wirklich los ist Das ist das Problem Ich seh da oben nichts Ja... Das ist ein riesen Problem für mich grad Also da sollte... Da sollten wir glaube ich schnell mal... Ähm... Dem zeigen, warum... Warum er sich vielleicht nicht mit uns anlegen sollte Ja, wirklich Ich... Ich weiß Darkest Master, aber äh... Ich brauch das jetzt nicht nochmal aufzuwerben Das Thema ist äh... Durch mit der... Mit der Friedensschaffung zwischen äh... Und äh... Auch wenn er Mürb sagt Was alle bei dir oder wie? Die... Eldon Ja, die kannst du nicht mehr Die ist ja schon... Schade... 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 Ich hab schon ein paar, aber ich hätt gern noch mehr Läufst du nicht eigentlich? Achso, du bist an der Grenze, ja Du hast schon Städte oder wie oder was, Maurice? Meere? Ja, natürlich Wow... Hier unten ist es sehr, sehr trostlos Vor allem wenn man einen so bösen Nachbarn hat Wie diese Blutmutter Ja, das verstehe ich Was will ich denn als nächstes bauen? Ich weiß, dass der Fluss ein gefährlicher Zugang ist, aber von hier kann... Ja doch, hier kann was kommen Hier ist ein Untergrunddurchgang Oh, hier ist ein Durchgang Das sollte ich mir mal anschauen unter Umständen Also hier könnte jemand kommen, aber... Ganz im Ernst, so schnell kann der hier nicht rein Das ist eine gut befestigte Stadt Also ich bin ja Materiumsaffinität, Leute Wenn der jetzt von hier kommt und diese Stadt hier belagert Ich schmetze ein bisschen zu viel Dann sehe ich das Und zwar sehr schnell Dann ist das so Keine Sorge Das gehört dazu Das ist ganz gut Ja, da kann ich nichts dagegen machen Ach, Mann Die Viecher da hier Jetzt habe ich gar keinen Scout mehr Jetzt machen wir die Handwerkerwaffen Für noch mehr Crit Oh, der Chat schreibt Auch gerade Flüstersteine werden bei maximaler Verbundenheit automatisch zurückgegeben Danke, lieber Chat Das ist sehr hilfreich zu wissen So, jetzt gehört mir diese Stadt hier Das ist super wichtig Du gehst jetzt hier in diese Truppe da rein? Eine Freundschaft haben die untereinander erklärt Writing Bull und Strategie Ecke Interessant zu wissen Ja, dann frage ich nochmal meinen lieben äh Anderen Mauwurfs Kollegen Wie er inzwischen zu dieser Situation steht Wir waren nie im Krieg Mein Teuerster, wir waren nie im Krieg Ich weiß, es klang nur so Als ob ihr es vorhättet Ihr habt in gewisser Weise Diesem unsäglichen Blutmutterwesen in die Hände gespielt Nein Ich bin euch aber nicht böse deswegen Das ist ja kein Problem Dann lass uns doch einfach mal kurz Sobald ich wieder am Leben bin Eine Freundschaft untereinander erklären Ja, dann kannst du auch sicher sein Dass ich den Krieg nicht noch im Nachgang erklären könnte Gerne doch, gerne doch Also ich bin jederzeit dazu bereit Eine Freundschaft mit euch zu erklären Auf jeden Fall Dieser Writing Bull, der sollte sowieso mal Der ist schon ganz schön vorlaut Da müssen wir glaube ich mal ein bisschen gucken Ich seh es auch so, ja Der versucht hier die Karten gegeneinander auszuspielen Das stimmt schon Ich glaube der hat das Faustdick in den Ohren Wenn ich das so ehrlich sagen kann Der Eindruck ist definitiv auch bei mir da Ja Vielleicht könnt ihr mir ja Informationen über diesen Aufgang geben Was seht ihr denn oberhalb? Wir können leider gerade eben die Nase nicht rausrecken Ja, da waren nur zwei schwache Armeen, Stufe 1 Wenn du überhaupt noch, das ist schon ein paar Runden eher die Information Verstehe, verstehe Wenn du zwei Armeen hast, solltest du gewinnen Zwei? Hm Da muss ich mal drüber nachdenken Armeen sind teuer, ihr wisst schon, ne? Ja, ich sag dir nur, wie du aus deinem Aufgang da hochkommst Ja, ja natürlich, natürlich, absolut, absolut Ich werde da nicht unter drei Armeen rauskommen, Leute, ich sag's euch Ähm, ich kann immer noch keine Dingens beschwören, was ein bisschen schade ist Und jetzt haben wir keine Kohlen mehr Ein Wasserspeier wäre natürlich jetzt noch sehr, sehr nice Aber ich hab kein Gold Gucken wir mal, wie wir da jetzt rauskommen Ja, ich bereite mich gerade eben vor, Leute Jetzt YOLO rauszugehen, ne? Wenn man einmal jetzt hier seine Truppen verliert, äh, dann ist es halt schon ziemlich problematisch Was sind denn so viele Helden gefangen? Was soll ich denn alles mit denen? Also ich muss vorsichtig sein Ah, hier ist noch ein Zaubererling mit Steinwallen, ja ich kann's mal anbieten Doch, jetzt hab ich ihn, ah ja, ihr hattet recht Äh, lieber Steinwallen, lieber, äh, äh, Sarafina, ihr bekommt ein Angebot von mir Wenn euch das Recht ist Achso, mal sehen, was es für ein Angebot ist Nichts verpflichtendes Nur eine Höflichkeit Oh, das wirkt bei mir grad nach nem Crash Ne, doch nicht Ne, ich glaube tatsächlich, das waren einfach nur irgendwelche KI-Einheiten, die wahrscheinlich irgendwas angegriffen haben Das kann sein Aber lass mich jetzt mal kurz von meinem eigenen Chat distanzieren, öffentlich Oh, okay Ich werde, ich werde als verschlagen bezeichnet, ich weiß nicht warum Einigen schreibt man dazu, auch ich liebe es Was hab ich eigentlich jetzt nur Interesse halber, wie nimmt mich denn euer Chat wahr? Wahrscheinlich als die ehrenhafte Karte Blutmutter, die ich bin, oder? Das ist bislang tatsächlich noch Also bei mir leckt alles gerade Nur positiv Also bei mir ist ein riesiger schwarzer Balken zensiert drauf Im gesamten Chat seit dem Vorfall Ich bin, ich bin bereit Es war, es war eben ein bisschen Hör mal, komm, soll mal kurz zu zweit reden Nein, nein Ich hab grad nen kleinen Moralflash Nein Sag mal, könnt ihr spielen oder so? Ich kann nicht spielen Ich kann nicht spielen Ich kann nicht, ich kann nicht, bei mir ist noch Gegner bewegen sich Ja, bei mir auch Ja, bei mir auch Ja, bei mir auch Ich mach nix, ich schwöre Bei mir ruckelt's auch ziemlich gerade, aber ich mach nichts mehr Ich ist auf 0,4 Sekunden Bei mir ist es bei 0,6 Oh oh Bei mir ist es bei 0,0 Haben wir ne Autospeicher drinnen? Ja Bei mir ist auch 0,0 Ah, ich sah noch Einheiten bewegen gerade eben Also es waren wirklich Einheiten, die sich wohl bewegt haben Na Kleine Bitte vielleicht, dass wir alle drauf verzichten Einheiten oder Armeen über mehr Runden zu checkern Das wäre glaube ich ganz cool, wenn wir das nicht machen Das kann sein Das meinst du? Das soll man nicht machen? Eine Bewegungsbefehle über eine Runde hinaus machen Achso, das mach ich sowieso die ganze Zeit nicht Okay, weil das kann wirklich zu Problemen führen Bei anderen Spielen ja auch und vielleicht auch hier Ne, also ich bewege die alle immer nur genau so weit, wie sie sich bewegen können bis jetzt Also mein Chat, WB, hält dich für verschlagen und opportunistisch Aber auch bei mir Oh nein, das ist so liebevoll, danke Ich würde auch bei mir das durchaus als Kompliment werten, ja Das wusste ich Ja, absolut Wenn Charakterzüge endlich mal gewürdigt werden, das ist auch Ja, ja Muss man sich endlich mal nicht dafür schämen, was man ist Ja, genau, genau Es ist ja so schön, wenn jemand einfach eher selbst ist, ne Ja Ranger, beziehungsweise Balthasar, ihr habt eine diplomatische Nachricht von mir Ach, wie schön Das freut mich Mörb, ich mach dir einen Vorschlag Du und ich haben uns lang genug bekriegt Ich will nicht runtergehen Ich will nicht in den Untergrund Ich will oben leben Oben kann ich Sehnen der stablichen ernten Und was würdest du davon halten, wenn wir unseren kleinen schmutzigen Krieg einfach beenden Und ich das mit einem Wort der aufrichtigen Entschuldigung und des Bedauerns verbinde, dass ich deine Schwäche ausgenutzt habe Dass ich mich auch explizit entschuldige für die respektlosen Bemerkungen, die ich dir gegenüber gemacht habe Das tut mir echt leid, ich sage das ja auch öffentlich Alle hören mit, alle Chats, alle mit, die Streamer, alle Communities hören mit Ich entschuldige mich respektvoll davor, dass ich dich attackiert habe Ja, also ich weiß ja nicht, wie die Kollegen das jetzt hier gerade eben sehen Aber ich habe immer noch dieses Vertrauensproblem Und deswegen, also ich sehe einfach nicht, warum das jetzt ehrlich sein soll Ich schicke dir mal ein Angebot rüber Er sammelt aber auch gerade Armeen bei dir, wie ich sehe, am Übergang Also... Wie gesagt, ich bin bereit, wenn diese Untoten hier runterkommen wollen Also ich stehe bereit Schon seltsam Also ich biete dir mal Frieden an Und ich biete dir sogar als Ausdruck der Entschuldigung noch an Ähm... Irgendwas Irgendwas, was du dringend brauchst Zum Beispiel... Ähm... Irgendeine Goldprämie hier 50 Gold Sind jetzt unterwegs 5... Ach Quatsch, das war zu geizig Ich biete dir 100 Gold an Das ist zu wenig Es ist alles so peinlich hier Ich biete dir 100 Gold an Ja... Wenn dir das recht ist Wenn du dagegen sagst Nee, brauche ich nicht Ich habe genug Gold Wir haben Maulwürfe stehen auf was anderes Angebot ist rüber Waffenstillstand 14 Runden 100 Gold von WB Und nochmal ein Ausdruck der Entschuldigung Und einen respektvollen Diener und Knicks von Hekate Also ich... Ich... Ich habe einfach... Ich... Ich... Ich vertraue euch schlicht und ergreifend nicht Tut mir leid und äh... Der Verlust meines Außenpostens Wisst ihr, das war mein erster Außenposten Das... Das hat mich schwer getroffen Ich bin... Huch... Oh... Nein! Oh Gott, wie konnte das passieren? Einmal auf Neuladen klicken, ne? Einmal auf Neuladen klicken, ja Im Chat bei mir hieß das Das ein Ladenproblem sei dadurch entstanden Dass Mörp mein Angebot nicht angenommen hätte Äh... Mörp, kannst du mal auf Annehmen klicken Dann sollte... Im Interesse aller Dann sollte alles okay sein So Runde 20 müsste jetzt sein bei allen Also ich bin 25 Ich habe zwei Städte mehr Danke an Mörp, deine Hauptstadt Ich stehe direkt davor Letzte Möglichkeit das Angebot anzunehmen Und sonst nutze ich meinen Sprung in Zeit und Raum Um dich zu exekutieren Ja, ich bin gespannt Ich... Also... Ich bin ja immer bereit vom Meister zu lernen Zeig mir wie es geht Go! Oh, jetzt noch nicht Ich wurde zurückgesetzt Die Maulwurfe haben das Lahnknabel... Knabel angekabbert Aber ich häng jetzt in der Spielentscheidung irgendwie Ja, bei mir auch Ja, wenn wir jetzt auch auf Spielentscheidung warten irgendwie Ich wette, das ist das Angebot, das Mörp in der Schleife hat und nicht... Wo er nicht drauf klickt Ich habe eigentlich schon geklickt gehabt, dass ich es ablehne tatsächlich Jetzt mal auch ohne Quatsch Das war der Fehler, ne? Auch ganz ohne Quatsch Ja, ne? Ähm... Sonst zur Not mal speichern Warte mal Angebot zeigen Warte mal... Ablehnen So... Echt? Ja, das hat nicht gewirkt, so wie es aussieht Ja, siehst du... Wer hätte es auch annehmen klicken müssen Anders geht es nicht Es ist eine Spezialeigenschaft meines Volkes Der Gothelins Diplomatieangebote Die... Alle 10 Runden kann ich ein Angebot nehmen Dass man nur annehmen kann Ansonsten bekommt man einen Pferdekopf auf die Bettlaken gelegt Und einen Multiplayer-Absturz Also ihr seid jetzt noch nicht im Spiel drin Doch Doch, doch, ich stehe unten rechts Es ran auf Spielerentscheidung warten Ich bin jetzt halt mal überlegen Ob ich ganz ganz kurz mal einfach mal rausgehe Die Gegner bewegen sich Ja, das stimmt ja nicht Ach... Dann liegt es vielleicht daran, dass sich die... Dass sich irgendetwas bewegt Aber wir bekommen das nicht richtig angezeigt Möglicherweise Ich würde mal sagen, ähm... Entweder wir gehen alle mal raus und wieder rein Oder wir rehosten einfach Ja komm, wir gehen mal raus Ich verlasse mal das Spiel und versuche mal wieder rein zu kommen Mal gucken, ob sich dadurch was ändert Verlasse nicht aufgeben, Leute, ne? Also aufgeben Ich klicke vorher noch schnell darauf, dass Mob das Angebot annimmt Habe ich gemacht Und jetzt einmal abspeichern Oder direkt raus Äh... die Lobby bleibt bestehen Ich höre... Ich höre... Ich höre von da oben Von so Untoten inzwischen... Spiel verlassen Ladet ihr ein? So... Ihr könnt übrigens ein bisschen wieder reinkommen können einfach Genau... Also auf Mehrspieler gehen und dann werdet ihr bei aktive Sessions Wird das angezeigt Ah ok, alles klar Sehr cool Das ist ja einfach Bei mir wird übrigens im Chat Writing Bull Der Mann Der Mann bezeichnet, dem ich höchst persönliche auftreten werde In einem blutverschmierten Kleid mit großem Ausschnitt Darauf freue ich mich Bei diesem Match Achso Ja, ihr lauscht, ne? Also bei mir ist es... Ich bin jetzt drin übrigens Äh... die Zeit steht Und es steht immer noch dran Warte auf Spielentscheidung Ja, die Gegner bewegen sich Ja Ok, da müssen wir ja rehosten wahrscheinlich Hast du das Spiel abgespeichert oder? Ich hab das noch nicht ganz kapiert Also wenn wir jetzt nicht weiterkommen Ah ne, jetzt ist die Zeit weg Jetzt dreht sich was Bei mir nicht Jetzt ist die Zeit auf 0-0-0 Genau, jetzt ist sie auf 0-0-0 und es dreht sich Aber die Gegner bewegen sich Aber es steht auf Spielentscheidung wahr 245 Es wird gewünscht, dass das geklippt wird Was du gerade gesagt hast, BB Dieses Versprechen Ähm... Ich finde auch, dass das jemand tun sollte Man kann ja auch nicht speichern Oh... Du kannst nicht speichern Ne, es gibt kein Speichern Es gibt nur beteiligte Session Weil das auf dem Server gespeichert wird Deswegen können wir auch einfach so wieder reinkommen Genau, ja Ja gut, aber... Das ist jetzt ein Problem Weil wir sind ja schon einfach so reingekommen Ja, jetzt warten wir halt mal ganz ganz kurz Das hat ja gerade eben auch schon mal kurz eine Minute Tutor 2 gedauert Seht ihr Punkte oben bei den anderen Spielern? Ich sehe nur bei dir, Merckx Bei dir blinkt Bei Ranger... Äh... Ranger... Bei Ranger blinkt Ja, okay, das ist man ja auch Ranger blinkt und der Rest blinkt nicht Also ist Ranger das Problem Ja, genau Ja, also wenn du das so siehst Sollen wir mal in den Diplomatie-Kanal gehen? Ne, aber das kann tatsächlich sein Einen Moment Ne, also ohne Witz jetzt kurz mal Das kann tatsächlich sein, dass es eventuell an irgendeiner Entscheidung Bei Ranger gerade eben hängt Oder dass es ein Fehler ist, den wir nicht kennen Ich hatte ein Angebot von Ranger noch offen Ich habe das jetzt mal angenommen Mal schauen, ob das... Aber es hat nichts geändert anscheinend Ne, ne, das... Das ist nicht... Das ist nicht... Das blinkt bei mir, weil ich der Host vom Spiel bin Von der Partie bin Ah, okay Deswegen... Das war sehr unfair Ich finde das auch sehr unfair Ich finde das auch sehr unfair Okay Ja Kann ich machen Meine Meine können es nicht sein Und der andere Spieler steht da rum Ja, was soll ich jetzt checken? Ich kann die Autoerkundung deaktivieren Aber da passiert nichts In dem Chat heißt es In dem Chat heißt es, wenn sich die Runde aufgehangen hat Kann man den letzten Zug zurücksetzen Danach muss man allerdings aufgeben Punkt Dann gehen wir nur noch mal zurück Dann gehen wir noch mal raus aus dem Spiel Ich kann mal eins setzen Online Mehrspieler Da gibt es eine Schaltfläche für Machen wir mal ja Sag mal Bescheid, wenn ihr alle raus seid Ja, ich bin draußen Ich bin auch draußen Ich bin auch draußen Dann gehe ich auch raus Ich bin auch draußen Entschuldigt bitte Aber ja gab es gerade Irgendwas im Hintergrund Auf das ich reagieren muss Soll ich jetzt dann auf Zurücksetzen drücken? Ja Ja, mach mal Ja Selbst wenn er so was sagt Klingt das irgendwie nicht richtig Ja Moment, das passt schon Du bist dabei die Session Auf den Beginn der Runde zurückzusetzen Danach werden alle Aktionen Rückgängig gemacht Die in der letzten Runde vorgenommen wurden Das ist gut Ja Die Session wurde zurückgesetzt Und jetzt wieder reingehen Jetzt wieder reingehen Gut Auf einmal ist dieses Piepen im Ohr weg Merkt ihr das auch? Ja, irgendwie schon Ist auf einmal so ruhig Das stimmt Das stimmt Okay, jetzt sind wir am Anfang der Runde tatsächlich Das ist ja passiert Aber jetzt müssen wir pausieren Weil WB ist ja nicht da Äh, ich kann nicht pausieren Wir können nicht pausieren Dann müssen wir nochmal rausgehen Die waren alle nochmal raus dann, oder? Ja, dann musst du nochmal zurücksetzen Ja Ne, das ist ja jetzt zurückgesetzt Ja, aber Oh ja, dann müssen wir alle schnell raus Also alle Weil sonst läuft die Runde ja Ja, komm, alle raus raus Ja, komm Wir verlassen Dann nutze ich es auch mal kurz aufs Klo zu gehen Wenn wir eh gerade Oder machen wir mal eine kurze Pause Genau Dann machen wir mal eine kurze Pause Bis klar So, Leute Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht Mit den Truppen, die WB da oben rum hat Ich will es auch gar nicht erfahren, ne Also ich möchte keine Spionage jetzt hier haben Das überlasse ich dieser Blutmutter Dass sie sich da mit Informationen speisen lässt Aber ich bin bereit für diesen Krieg Ihn jetzt zu kämpfen Da ist zu viel böses Blut von der Blutmutter Jetzt hier gerade eben vergossen worden Und deswegen Ähm, müssen wir zuschlagen So oder so Auf die eine oder andere Art Genau, Spione werden gehauen Ja, also ich würde erstmal versuchen Den Speer rauszuschicken Aber ich brauche auf jeden Fall noch mal mindestens eine Juni Also ich werde noch Ja, vier oder fünf Runden brauchen Bevor ich da hochgehen kann Ja, ein Speer raus und dann auf den Berg wäre die Idee, ja Er hat mich halt wirklich in dem Moment eiskalt überfallen Das war schon eine Nummer Spione werden zu Tode genagt Richtig Ich kann doch keine Elementare beschwören Wie Maral Äh, ich habe die Fähigkeiten mir noch nicht, äh Erforscht Was vielleicht ist ein Fehler Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet Dass es so früh so einen aggressiven Move gibt Aber ich glaube, ich weiß, warum er das getan hat Er hat sich einfach gedacht Hey Entschuldigung nochmal Ich gab hier eine Situation auf die ich privat reagieren Auch eine private Situation auf die ich Wir haben eine kleine Pause eingelegt Wir haben eine kleine Pause eingelegt Äh, das Zurücksetzen hat funktioniert Aber wir wollten jetzt nicht ohne dich weitermachen Weil die Zeit lief schon Deswegen sind alle wieder rausgegangen Tut mir leid Ging gerade nicht anders Also ganz ganz kurz Pause Bis alle wieder da sind So Sind alle wieder da? Weiß ich nicht Ich bin wieder da Ich bin auch wieder da Aber Ecke noch nicht Maurice anscheinend auch noch nicht Dann fehlt glaube ich Hauptsächlich noch Ecke und Maurice Ich bin da Okay, dann fehlt auch noch Maurice Absichtlich Raben Absichtlich Aber die haben auch solche Zähne Raben Also die haben auch solche Nagezähne Außerdem fand ich es lustig, wie sie aussehen mit diesen Zähnen Danke Panzerkampfwagen für den Reset am 25. und guten Abend an alle Auch an Hatamoto Horst du, mein hätte, naja hätte mich ja gewundert wenn er normale Maulwürfe spielen würde Ja Normal Wenn alle wieder da sind, dann können wir jetzt wieder rein rein Ja Also sind alle da ne? Mein guter Freund Ranger lädt mich rein Dann gehen wir rein, oder? Ja, wir können Achso, auf Maurice haben wir noch gewartet, ne? Achso, stimmt Ist Maurice jetzt auch da? Nee, nee Dann noch nicht reingehen, Leute Dann noch nicht, genau I have returned Ah, okay Dann können wir jetzt alle reingehen Jawoll Let's play Das heißt, wir gehen wieder auf Online Mehrspieler? Genau 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 Und dann geht's einfach rein Ich kann einfach die Session anklicken und spielen drücken Das schaff ich Ich bin sehr optimistisch Sehr schön So, nun Direkt auf Kampf warten Wer ist denn da direkt So kampfgeil Jetzt geht's Zauberhaft Ah Sehr schön Wir sind so wieder am Anfang der Runde Also man muss Dann war das vorhin vielleicht ein Kampfleute Möglicherweise, den irgendjemand nicht gesehen hat oder nicht gemeldet bekommen hat Nee, ich glaub das hat sich einfach aufgehangen Glaub auch Kann natürlich auch sein, ja So, wir sind jetzt zu Beginn von Runde 20 Nur damit ihr das nochmal im Kopf habt Mhm Ja, nicht schon so viel passiert Ein paar Sachen sind schon anders Die Lösung ist also immer, WB muss raus, dann geht's wieder Wird bei mir geschrieben WB, dein Statement Ach Was kratzt mich das, was die Stablichen sagen Das ist genau, was die Frösche auch sagen würden Ich find das Danke Ahrens Ich brauch noch eine Unit Warte mal Ich wollte doch den Wasserspeier, glaub ich, basteln hier Dass ich irgendwann mal Versorgung hier von Mana habe, ja Wir holen uns jetzt einen Wasserspeier So unglaublich, äh, müssen wir hier noch einmal was schicken Weil wir in der letzten Runde Das ist ja schon wieder vorbei, ja Ja, stimmt Sehr schön So Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese blöden Wifern da kommen Wenn ja, dann hab ich nochmal die Möglichkeit, was zu leveln Was war denn hier noch? Ich hab hier echt, also ich kann gerade so diese drei Farben übrigens errichten, die das Spiel hier von mir verlangt, ne Oh, den will ich gerade eben mal verkünden Äh, bei mir wird übrigens gerade im Chat geschrieben Maurice, wenn du die Katzen genommen hättest, hättest du dich Miau-Ries nennen können Boah Ja Damit übergebe ich den Ja, das stimmt Ich übergebe den Pokal Ja, oh Oh ja, der Pokal Absolut richtig Aber dann ist der jetzt in meinem Chat Was machen wir damit? Ja, du nimmst den Stellvertreter Achso Das ist ja nicht dein Hm Ja, okay, dann verwahre ich ihn einfach so lange Nimmst du ihn Stellvertretend für deinen Chat? Das ist Lobel Ich schreibe aber direkt drauf, es ist nicht meiner Er gehört meinem Chat Ja Dem Zauberer bei mir im Chat, genau Ja, Ehre wem Ehre gebührt, ne Wir wollen hier schließlich ehrlich sein Nicht so wie eine Blutmutter hier, die hier die ganze Zeit Unwahrheiten verbreitet So, jetzt wird dieser Turn hoffentlich jetzt gleich erfolgreich zu Ende gehen Die Zeit ist auf jeden Fall oben Und weiter geht's Oh, oh Die wilde Runde Hallöchen, schwarze Roni Bei mir geht's noch nicht weiter Naja, bei mir steht auch noch auf andere Spielerwahn Ja Aber jetzt ist irgendwas vorbei, glaube ich Also auch die Lichter sind alle ausgegangen Die Gegner bewegen sich, ja Das bewegen sich auch wirklich Gegner Wir haben, wir haben die, die Die, äh Den Fluch gebrochen Ja, den Fluch gebrochen Absolut Sehr schön I want to believe So, jetzt nehmen wir mal diese Pionieren hier, die brauchen wir Hier haben wir noch eine Taverne Hier sind sie noch am Bauen Oh, yes Das ist alles gut Und wir werden jetzt Diesen Verein jetzt hier kurz mal klatschen Einfach damit die Einheiten so schnell wie möglich leveln Gut Ach, jetzt Teilweise kann ich mich die ganze Zeit nicht bewegen Weil irgendwie immer irgendjemand da oben sich Kämpfe irgendwie anlacht oder sowas in der Art Das könnte ja eine Strategieecke sein, der hier gerade eben kämpft So, ich muss meine Arkane Forschung festlegen Rune des Fleißes Das brauche ich nicht Ich will diesen Steingeist beschwören können für den Notfall in Zukunft So, und ich bin eigentlich an dieser Stelle schon wieder ready Und muss jetzt hier gleich wieder eine Blockade machen Hey Camper Und dann werde ich mal versuchen mit einem Scout rauszugehen Ich bin ja, also Ich bezweifle, dass Riding Bull das kennt Dass wenn man sich draufsetzt, dass man da das blockieren kann Aber ich weiß es nicht Irgendwie einen Vorteil muss es ja geben, dass man unterirdisch wohnt, ne? Ich glaube Level-Ups bekam ich gerade eben nicht Ne, das gab für ihn keins Ich scheitere ein wenig an meinen, äh, globalen Zauberpunkten irgendwie Ich forsche sehr schnell, aber ich kann das alles Ich komme gar nicht hinterher mit allem, was ich, äh Was ich mache Das kann ich nachvollziehen, das ist auch nicht ganz so einfach, ne? Ja Die Ressourcen sind halt manchmal zickig Das ist richtig Hä, warum hat jetzt Goldbank automatisch dieses Gebiet hier noch angenommen? Das ist ja mal ein wilder Vorgang Haben wir irgendwas bauen, um seine Weltkarten-Zauberpunkte zu erhöhen? Gibt es ja solche Sachen? Ja, solche Sachen gibt es, aber ich weiß gerade eben nicht, wie es heißt Das sind irgendwelche, glaube ich, Sonderbauten Das sind eher so diese Sonderdinger, ne? Ja Also nicht die, nicht die Standardgebäude Genau Also ich glaube, dass auch beim Zaubererturm irgendwo was dabei stand Irgendwann mal Ah ja, das kann auch sein Vielleicht auf der höheren Stufe oder sowas, aber ich weiß es auch nicht auswendig gerade So, also wir sind jetzt hier hardcore für den Krieg gerüstet Ach, die Städte haben Autoübernahme, du hast recht Ähm Alles manuell machen, bitte Aber es passt schon, also ich wollte schon, dass der dieses Gebiet hier nimmt Ist mir ehrlich gesagt sogar lieber als ein anderes Und ich brauche dann noch einen weiteren, ähm Eine weitere Form Ah ja, andere Materialien noch Stimmt Dann soll ich mal den Zauberturm ausbauen, das ist ein guter Punkt So, da ist jetzt wieder ein Turn vorbei Oh, Gegner bewegen sich, Spielerentscheidung Da ist jetzt Flug vorbei Ups Also, ähm, liebe Orks, was ist denn das da drüben? Ich habe das Gefühl, ihr bringt Unfrieden in diese wunderschönen Lande Waren die Orks gemeint? Ich habe das vernommen Ja, ja, ja Also, ähm Wir Frösche sind Wesen des Friedens und der Einheit Ich nicht Und ich habe das Gefühl, ihr nicht, ja Ja, ich nicht Ja, ich nicht Ihr seid auch sehr schmackhaft, ihr Frösche Das muss man euch lassen Das, ähm Das ist ein Konsument, das sich nicht vielem machen Aber habt ihr, als ihr diesen Krieg erklärt habt, gesehen, dass das unsere Verbündeten sind, gegen die ihr kämpft? Das war mir eigentlich reichlich egal in der Situation Okay Oh, guck mal Nun, dann sei es so Das ist gut Dann noch mehr Fleisch für den Fleischwolf Auf, dass ihr Dass meine Skalden von eurer Niederlage singen werden Auf, dass ihr Froschfutter werdet Okay, dann sagt mir einfach Bescheid, wenn wir die beiden Armeen nach vorne bringen Habe ich gerade meinen Namen vernommen? So, jetzt bin ich gleich bereit Das ist echt nicht böse gemeint, aber du spielst mir ein bisschen zu kassiv Nee, das ist keine Klage Das ist Ich kann es nicht anders sagen Von wem sprichst du? Ach, guck mal Von Ranger Ich bin menschlich ein bisschen enttäuscht Ja Also, ich bin ja einer Also, ich wechsle nicht gerne die Seiten, aber wenn es sein muss, das ist dann schon Okay, das passt natürlich ganz Das passt natürlich jetzt ganz gut, weil Mörb, dann kannst du jetzt das Bündnis nämlich ausnutzen, weil die Armeen bei mir an der Seite versammelt sind Ich ruf dich kurz in den Krieg, ja? Aber wir haben ja unser Verteidigungsbündnis Naja, mach ruhig Das wird ja immer spannender hier Okay Ich sehe gar nicht durch, was ihr alles an Intrigen treibt Die Katzen liegen ist ein so hässliches Wort für etwas so schönes wie Krieg, Mord und Blutdurst Ja, äh, etwas zu Ja, äh, etwas zu Das stimmt, das stimmt Etwas so schönes wie Krieg ist, äh, ja Du stimmst mir heute verblüffend oft zu, Maurice Irgend, ich scheine irgendeine Seite war die heute an, anzusprechen, die du ansprechend findest an Nia wiederum Ähm, haben wir jetzt hier direkt schon Weltkrieg? Warum, WB, greifst du jetzt auch Ranger an? Was? Der war mir zu passiv Ich wollte die ganze Zeit in die Farben Das ist, ich, irgendjemand muss moralische Instanz sein Irgendjemand muss ohne, ohne kleinliche Gründe und nur auf den eigenen Profit in der Nacht zu sein, losmarschieren Wie, äh, 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 äh Okay, Mörb, dann musst du jetzt quasi nur nach oben, weil Maurice rückt schon gegen Ecke vor, dann haben wir das doch Ja, ich hab den Angebot geschickt, ich hab den Angebot geschickt, das will ich die ganze Zeit schon sagen, dann, dann, weißt du, dann ist alles gut Ach, Gott, oh Gott Maurice rückt gegen Ecke vor, der braucht noch zehn Runden, wenn er da ist, falls davon überhaupt was übrig bleibt Wenn du das annimmst, dann, äh, bin ich auf der sicheren Seite Äh, Ranger, Ranger Ich hab den Angebot geschickt Moment, ich schick's nochmal So, jetzt Bei mir wird nix angezeigt Hä? Gucken wir mal, ob die Runde weitergeht Warte mal, ich... Achso, wir sind auch zwischen den Runden gerade eben, ne Bei mir steht drin auf andere Spieler warten Äh, jetzt gerade aber erst Ja, bei mir im Chat steht Ähm, die Maulwürfe sehen nix, die brauchen ewig Bei mir steht, Hochmut ist des Teufels Lieblingssünde Manchmal muss man auch einfach ein paar Sachen vorbereiten Also ein Leben Aber wer soll denn hoch, nicht hochmütig sein, wenn nicht die Höllenort So, Ranger, ich probier's nochmal, jetzt direkt am Anfang der Runde, ne Hatte grad ist noch auf Kampf war Und Steinwall lacht sich, wie ich gesagt habe, im Vorfeld ins Fäustchen Immer Das ist also... Das ist ein klassischer Steinwall, ja, ja Ich finde es ganz traurig, was hier passiert Hahaha Auge um Auge, zahm zahm Das war so durchsichtig Hä? Wie glaubt er denn sowas? Ach, bei schwer, ach schade Ihr könnt ja zu mir kommen, ich meinte, wenn ihr auch noch den Krieg in die friedlichen Katzenlande tragen wollt. Oh, was für eine nette Einladung. Wer weiß, wo Steini ist? Ich weiß es tatsächlich, aber warum soll ich es dir sagen? Okay, wo denn? Wenn du doch ein Erzschuft bist. Ach komm, hör mit den Komplimenten auf. Ich bin gleich ganz berührt hier. Das sehe ich nicht ein. Nein, nein, nein. Jetzt hast du das Angebot. Da war irgendwie ein Bug. Ja, irgendwie. Das hätte aber schon eigentlich die letzte, vorletzte Runde sein müssen. Ja, das ist seltsam. Ist das jetzt so? Aber hast du jetzt auch meins bekommen? Ja, das sollte jetzt passen. Okay, dann rückt mal nach oben vor. Da muss er sich entscheiden. Ja, ja, sobald ich halt war sehen. Also noch sehe ich nichts. Das ist aus dem Auge eines Maulwur-Fershers wirklich eine sehr witzige Bemerkung. Ja, natürlich. Kann ich mich auch gar nicht rausnehmen. Hier, jetzt. Jetzt. Ja, auch wirklich kompliziert hier. Jetzt müsste es aber gehen. Wenn es jetzt nicht geht. Ne, ich sehe immer noch nichts. Vielleicht dauert es eine Runde. Ach ne. Ich habe dir nochmal was geschickt. Jetzt. Okay, jetzt funktioniert es. Ja. Jetzt. Ich habe jetzt die Magma-Moles getroffen. Ja, und ich sehe jetzt Maurice mit seiner lustigen, also wirklich schönen Krone. Ach, das sind die Orks von Okay. Von Ecke. Ja. Genau. Die schmächtigen da oben. Ja, ja. Vor dem ihr erzittert. Was? Hast du was gesagt? Erzittert. Ich höre dich gerade nicht vor lauter Blindheit, die ich habe. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Rainer. Wenn du eine Stadt baust, die mir direkt vor die Nase setzt, dann keine Mauer baust. Dann verleiht. Also eigentlich bin ich gar nicht schuld an diesem Internet. Ich höre gerade nicht. War eigentlich ist das ja eigentlich dein Wille gewesen. Ja, finde ich auch. Was kann man sich anders sagen? Moralische... Keine Moral. Wir sprechen nicht über Moral. Die ist geschehen. Die passieren hier gerade. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Ecke lebt gerade seinen eigenen Ork-Film durch, in der die Wut mittlerweile schon alles zerdrückt hat. Ich habe auch den einen. Lebt dein Held denn schon wieder, den ich vernichtet habe? Mit einem feigen Überfall? Ja, der lebt aber tatsächlich wieder. Ja. Nachdem du ihn feige überfallen hast und lieber Tanje, mit so jemandem kooperierst du? Also wirklich, da muss ich sagen, dass die Tränen, die trocknen gar nicht mehr bei mir. Richtig so. Das hätte ich nicht gedacht, lieber Writing Bull. Jetzt bin ich oben. Aber das ist ja gar kein Problem. Die Maulwürfe, die halten zusammen. Wir sind wie blind und blinder. Das ist ein schöner Vergleich. Ich schließe mich dem blind an. So, naja. Ein schöner Vergleich übrigens. Ich weiß nicht, ob das ankam. Ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Das freut mich, das freut mich. Wenigstens gibt es noch ein paar ehrenvolle Personen hier. Neben Mörp und Maurice. Ja, so sind wir. Ehrenvoll bis ins Grab. Definitiv. Ja. Gut, nicht unbedingt bis ins Grab. Aber zumindest bis an den Rand. Bis zur nächsten Ecke. Das reicht ja auch vollkommen aus, bis zur nächsten Ecke, weil dann haben wir ihn vernichtet. Genau. Die nächste Ecke ist ja auch die einzige Ecke im Spiel. Genau. Ah, der erste Speer ist schon dahin gerafft worden, wie ich sehe. Ich werde es ja gleich seine Ländereien plündern, aber vorsichtig plündern. Speer sind immer die ersten Verluste des Krieges. Das ist eine Tragödie. Nervt mich auch. Also wer Speer tötet, ist meiner Meinung nach echt ein Schuft. Kann man nicht anders sagen. Also ein Mörb, wie man bei uns in der Community sagt. Also ich möchte daran erinnern, der erste Speer-Mörder, das war ja wohl die Blutmutter, also du. Oh, tatsächlich. Da siehst du mal, wie ehrenvoll es sein kann, einem Speer einen Heldentod zu gewähren. Ja, absolut. Absolut. Genau, die Verhandlungen der Maulwürfe wird ungesehen unterzeichnet. Ach, das ist die gesamte Armee schon. Ui, 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 ui. Hat die Hauptstadt jetzt gleich aber, glaube ich, nicht mehr viel zu lachen. Pass auf. Der liebe Highting Bull kommt schon zurück. Ich guck mal, ob ich ihn, ob ich ihn mal für dich abfangen kann. Das wäre, glaube ich, super, wenn ich das noch schaffen würde. Netter Versuch. Ja, so bin ich voll dabei. Guck mal, das kriegen wir doch bestimmt noch hin. Warte mal. Ich, äh, ich nutze dann schon mal hier. Warte. Gucken wir nochmal mit dem hier. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Blitz... Das ist manchmal das Problem bei Simultanrunden. Hast du den Blitzschlag jetzt abbekommen oder nicht? Oder hab ich denn jetzt in den Wald rein gepfeffert? Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Wer sind Sie? Und wie viele? Viele bin ich auf jeden Fall. zumindest sehe ich doppelt, also. Meine Armee scheint zu wachsen, wenn ich danach gehe. Ich muss gerade nachdenken, welche Zauber ich jetzt hier wählen soll. Ich glaube, ich werde jetzt hier ein... Ich nehme jetzt herzlich meine Order-Affinität an. Inquisition gegen die Untoten. Also irgendwie backt das hier. Ihr seht, was das Problem ist. Wenn alle schweigen, wird es langsam spannend. Ja, das stimmt. Das stimmt. Warte mal. Ich werde zum Krieg aufgerufen. Naja, dann werde ich das mal machen müssen. Okay, dann ist die Ruf nach zum Krieg. Ich kann dich wirklich gut leiden. Deswegen gebe ich dir jetzt den Tipp. Es steht nicht gut um Strategie-Ecke. Also wirklich, an allen Fronten sammelt es sich bei Ihnen. Maurice steht vor seinen Toren. Ich habe jetzt gerade die erste Armee vernichtet, die zweite voll. Jetzt da leere. Und jetzt Edge of Wonders gecrashed. What? Einfach wieder reinkommen. Einfach wieder reinkommen. Genau, du kannst einfach wieder reinkommen. Muss ich nur beeilen. Also wir haben jetzt quasi... Was, 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 was. Ja. Schau mal, ob du einfach wieder reinkommen kannst. Müsste eigentlich so einfach... Und in dem Moment, als der PC crashte, erklärte Maurice Riding Bull den Krieg, ne? Was ist denn jetzt los hier? Ein neuer Versuch. Welchen Wissensbonus meinst du? Zauberer? 23. Geh mal auf online... auf den Online-Meerspieler. Da die Spielserschen auswählen. Bin doch nicht im Hauptmitteln, Ableck. So. Das war mir wichtig, Leute. Jetzt habe ich hier meine ganzen Boni miteinander zusammen aufgebaut und ich kann jetzt hier durch die Länder von Riding Bull marodieren und werde finsterspitze ihm einfach abnehmen. Das ist wahrscheinlich seine Hauptstadt, aber ganz im Ernst, es ist mir egal. Ja, da seid ihr einmal rein. Sehr schön. Oh, da kommt er. Ochsund schreibt mir im Twitch-Chat, dass wir einem bestimmt diese Maulwürfe mit ihren hinterhältigen Löchern in die WB geplumpst ist. Nein. Das ist also... Ha. Bestimmt. Wir können gar nicht graben. Gut, wir können schon graben, aber damit haben wir nichts zu tun. Wir lassen uns auch nicht alles anhängen. So, jetzt bin ich auch noch im Krieg mit einem gewissen Mauritius. Also ich finde Wurschhaut. Was ich gut finde eigentlich. Was ist Wurschhaut? Wer wäre es aggressiv? Der ehrenvollsten Handwerker und den man nachgehen kann. Wow. Okay. Und du, was du sagst? Oh, ihr habt auch... Hier gibt es auch Plagen am Start, ich sag's euch. Lass dich nicht um den Finger wickeln. Er hat nichts, was er dir bieten kann. Hm, ich sehe hier schon eine negative Beziehung zu Ecke. Eine neutrale zu, äh, Maurice. Ach, warum? Ich weiß gerade nicht. Ach, es ist schon wieder Runde vorbei. Ach, krass, wie schnell das geht, ey. Ah, naja, sie ist halt die, die halt hier in der Nähe ist, ne? Genau, wir haben jetzt noch einen Spieler. Ich glaube, äh... Ich meine, das ist der beste Move, den man in dieser Situation machen kann. Da bist du schon bitten. Direkt hart zuschlagen. Aber ich, mir sind irgendwie alle Entscheidungen, die ich eben getroffen habe, gelöscht worden. Die muss ich nochmal schnell machen. Aber ich beeile mich. Ich gebe ganz viel Gas hier. Alles gut. Ich will nur sicher gehen, dass das noch synchron ist. Im Übrigen, Leute, ich werde wahrscheinlich morgen Abend auch live sein. Und zwar mit einem Spiel namens Miasma. Einziger weiter? Ab 19 Uhr. Das ist wohl so ein XCOM-Like. Ich nehme das Geld. Namen Donnerkönig. Ach, guck mal an. Jetzt endlich. Also ich will natürlich jetzt erstmal schauen, was er da drüben alles so versteckt hat. Ob er da Truppen stehen hat. Ich kann mich nie schneller bewegen als du. Sieht aber nicht so aus. Aber dann wäre es ja trotzdem nicht davongekommen. Auch über die Straße denke ich schon. Ah, guck mal. Die ist so einfach. Das ist schon besser, als ich gedacht habe. Bei mir im Chat ist dort tatsächlich ein Steinwallenzuschauer rein. Also es kann nur einer von Stefan sein. Er schreibt, Krieg finde ich nicht gut. Könnt ihr das nicht ausdiskutieren? Heifer des Inquisitors. Das klingt nach einem noblen Steinwallenzuschauer. Also nach einem fake noblen Steinwallenzuschauer genau wie Steinwallenzuschauer. Das tut halt jetzt so. Aber wir wissen ja, was das ist. Hast du nett formuliert. Ja, ja. Sind wir hier auch noch. Also ich meine, das ist ja, da wirst du mir noch gewiss zustimmen, oder? Wir kennen doch die Nummer von der Steinwallenzuschauer. Der Steinwallenzuschauer. Der Steinwallenzuschauer. Und ihm selbst auch. Also ich, Leute, ich habe natürlich keine Ahnung, was wirklich los ist. Aber ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier noch nicht gelogen hat. Das Gefühl manifestiert sich. Und ihr seid blind auf dem Auge. Ach Quatsch. Das ist schon wieder so eine Geschichte. Ranger, bist du so verzweifelt oder was? Nein. Ich bin grundsätzlich immer verzweifelt. Das ist eine Eigenschaft, die ich mit meinem Herrscher rumtrage. Das ist wahr. So kennen wir ihn. Ihr nehmt es nicht wahr. Ihr müsst diplomatisch agieren. Gerade hier, Strategie-Ecke. Gib mir einfach die Provinz wieder und wir können mit allen Frieden finden. Mach es nicht, mach es nicht, Strategie-Ecke. Lass dich nicht auf einen so ehrlosen Lumpen ein. Ganz im Ernst, Ranger. Ich hätte da nicht runtergehen dürfen. Ich wollte ja Mörp, du hattest gesagt, greife Mörp an. Ich habe es gemacht, als wir zu zweit waren. Ich sollte Mörp in den Ruhm fahren. Danke, Rudolf. Danke, Bruchfrau. Er hat mir gesagt, er wäre dir auf den Senkel gewesen gegangen bei der gemeinsamen Orga vom Multiplayer-Event. Wie gesagt, okay, mach ich. Okay, es ist auch mein Fehler, dass ich öffentlich jetzt drüber rede. Ich hatte dir Stillschweigen versprochen gehabt. Also ich presche vor, greife wie du dir es wünschst, Mörp an, dann ziehst du mit deiner Armee nicht hinterher. Aber das Problem ist, lieber Writing Bull, dass du gerade eben deine Lüge durch eine Falschaussage leider untermaut hast. Ecke hatte mit der Orga überhaupt nichts zu tun. Ecke? Nee, Ranger. Du hast aber gerade Ecke gesagt. Da habe ich nie versprochen. Ich würde über Ecke niemals was Schlimmes sagen. Ecke ist Ecke aber letztens anders. Also letztens hast du noch gesagt, gegen die Orks gehen wir als nächstes vor, als wir unten im Separee waren. Genau. erst hauen wir den Mörp ein drüber und danach gehen wir Richtung Strategie-Ecke, weil Rot ist eine Farbe, die du nicht magst. Ich muss es nicht glauben, aber er hat wohl eigentlich gesagt, Rot ist die Farbe, immer schlimmer her. Rot ist die Farbe, die der Ausschnitt von Eccate Blutmutter. Drängt es. Unser Wappen ist voller Blut. Ich liebe Rot. Hörst du den Unterton dabei? Er fühlt sich als was Besseres, während er das sagt. Das darf nicht sein. Ecke, lass dich nicht verwirren. Also ich sehe es auch, das trifft vor Arroganz und Hybris. Aber ich glaube, solche hohen Konzepte sind auch den Blut-Orks relativ fremd, oder? Also ich weiß nicht, ob es gerade so viel Sinn ergibt. Was ist Konzepte? Ja eben, also ich glaube, da redet ihr gerade mit der falschen Fraktion. Gegen die rote Wand reden sie. Das ist absolut. Ich dachte immer, Orks können lesen. Ich habe so viel erwartet. Nee, nein, nein. Die Besten von uns können denken. Jetzt wollen sie bei mir, jetzt bereut der Chat gerade bei mir, dass sie einen, wie oft verweigert Maurice das Wort Ehre-Counter nicht gemacht haben. Ja Leute, ihr kriegt mich ja nicht so leicht. Also ich habe euch jetzt wieder mal eins gerade geschenkt, in vollem Bewusstsein, dass euer Ziel weit vom Erreichen entfernt ist. Als nächstes muss ich mir in meinem Scout mal da hochgehen, um zu gucken, was sich da oben befindet. Also ich muss erst mal abchecken, wo er überhaupt hier Truppen hat. Das ist ja unglaublich. Jedes anderen geklebt das Spiel fest, weil irgendjemand irgendwas tut und alle anderen ein paar Gedächtnisse Kunden einlegen müssen. Das stimmt. Ja, das ist echt nicht ideal gemacht, finde ich tatsächlich. Aber Gegner bewegt euch, habt ihr auch alle, ne? Ja, genau. Das ist wie vorhin, kurz bevor es dann mal dieses Problem gab. Bei mir bewegen sich auch tatsächlich jetzt hier gerade eben Units. Ja, ich sehe sie hier. Aber ich finde, so wie wir es jetzt gerade machen, das ist schon ziemlich stabil. im Gegensatz zu dem, was ich erwartet hätte. Ja, es läuft. Ja, absolut. Also zu Sekte kann man das sehr gut spielen, finde ich. So, ich habe in dieser Runde nichts machen können. Ich habe keine Armee ziehen können, gar nichts. Wohl, wenn vorausgesetzt, es ist gerade eine Runde vorbeigegangen. Jetzt ist eine neue Runde. Also es war noch keine Armee mehr Hass. Deswegen. Also ich habe es gerade eben tatsächlich, ja, du hast recht, ich kann auch nichts machen. Ah, jetzt kann ich was machen. Okay. Das war gerade kurios. Ich würde gerne meine Truppen bewegen können. Das wäre auch. Aber ich kann meine Truppen nicht bewegen. ist das krass. Man kann echt kaum irgendjemand bewegen hier. Maurice, wie sieht es denn bei dir an der Front aus? Ich bin auf dem Vormarsch gerade. Du müsstest, glaube ich, kurz vor dem Außenposten stehen, oder? Ja, ja. Siehst du da irgendwas? Hat er da was? Nee, er hat die restlichen Armeen zu mir hochbewegt und eine Sechserarmee müsste jetzt irgendwo zwischen Oberhölle und Seerzener sein. Aha. Warte mal, ich schicke dir mal kurz was, dann siehst du es noch besser. Ich muss die Truppen jetzt gleich zusammenziehen, damit er mich jetzt hier nicht kriegt. Also ich werde erst mal jetzt hier hingehen, damit die alle nebeneinander stehen, dass er nicht alle einzeln kriegen kann. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Okay, er ist jetzt schon sehr nah. Bin sehr gespannt. Er greift an, okay. Oder kommt er überhaupt ran? Pass auf, von oben kommt die Armee vom Writing Bull. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Verrascht wir es auf einmal. Das wäre furchtbar. Warum hast du denn gescoutet? Auf einmal sehe ich voll viel. Ich habe offenbar nicht so gut gescoutet wie du. Und das, obwohl ich blind bin. Ja. Jetzt habe ich mal hier die Plünderung abgebrochen, damit er mich jetzt hier nicht kriegt. Aber, wisst ihr was? Ich könnte auch einfach so die Plünderung abbrechen. Also ich greife ihn jetzt einfach an. Einfach, weil ich es kann. So. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Also ich glaube, du sollst da auf gar keinen Widerstand treffen. So. Und jetzt reden wir. Oh, ich glaube nicht, dass du das kompensieren kannst. Ich finde es gut, was ich da so mitkriege aus dem, was da so gesagt wird. Das klingt sympathisch und positiv. Definitiv. Aber, Ecke, ich möchte auch nochmal an dich appellieren. Es ist immer noch alles in Ordnung. Wir können immer noch diesen Krieg einigermaßen gut für dich über die Bühne bringen. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der davor rückt. Gib mir einfach die Provinz wieder und wir sind fein miteinander. Ähm, nee. Na gut, dann. Nur habe ich genug Zeit. Du musst dir ja auch erstmal einnehmen, die Stadt. Ohne Belagerung läuft da auch nichts. Bebe, ist gerade deine Heldin gefallen? Nein, die ist... Die erholt sich gerade in ihrer Thronstadt. Die hat zu viel Blut gesoffen und muss ein Nickerchen machen, glaube ich. Oh, verstehe. Es gibt Unruhe in meiner Heimatstadt. Ich weiß auch nicht genau, warum und wieso. Ja, verstehe. Da muss man auch mal... Nur wie weit, weil die Herrscherung gerade zu Hause ist, ne? Da muss man auch mal gucken, ne? Das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, eine gute Gelegenheit, Marb, um vielleicht doch mal ganz kurz miteinander zu reden. Ob man nicht vielleicht... Ja, also, ist die Welt wirklich eine bessere, wenn wir uns gegenseitig umbringen? Also, weißt du, ich sehe das von der Seite. Du bist jetzt definitiv in keiner guten Verhandlungsposition und du warst es ehrlich gesagt auch nie. Naja, ich weiß nicht, warum man das so sagen kann. Also, wenn jemand kommt und sagt, ich trage einen Olivenzweig in meinem Schnäbelchen, ich bin eine weiße Taube und höre auf den Namen WB, wer würde in einer so entzückenden Kreatur dann die Gnade eines Friedens verweigern. Das könnte nur ein Rohling sein und so schätze ich dich nicht ein. Was machst du mir für ein Angebot? Ein Angebot eines Friedens, eines Waffenstillstandes und einer kleinen Bußzahlung und einer respektvoll vorgetragenen, ehrlichen Entschuldigung, ohne Hintergedanke. Du bist, äh, weißt das... Das ist nicht so attraktiv, oder? Also, ich bin ja ein Freund von Details. Ja. Deswegen bin ich auf solche jetzt auch gespannt, natürlich. Ja, also wärst du bereit, hier zu sagen... Der läuft da davon. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, WB, ähm, wir machen jetzt einmal Frieden. Dann würde ich sagen, was wünschst du dir? Mh, ich wünsche mir, dass ich da meinen Außenposten wieder hinsetzen darf. Ja komm, dann setz den da hin. Nein, das war ja so ein Missverständnis alles. Wenn du möchtest, setz ihn da hin, alles gut. So wie ich das sehe, genau, also ich setze ihn jetzt hier schon mal da hin und dann können wir darüber reden. Weil, weißt du, ich sehe das von der Seite, du hast ja dieses Land nie wirklich eingenommen an dieser Stelle. Deswegen sehe ich das schon mit einer gewissen Verwirrung, warum das so weit kommen musste zwischen uns. Das war ein Missverständnis. Es war alles ein einziges großes Missverständnis. Mh, manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen, aber du musst vorsichtig sein, ihnen dann die Hand zu reichen. Du musst dir schon überlegen, hat diese Person das denn verdient, dass du gerade ihr Gnade zeigst? Das ist ja einfach ein Missverständnis. Also Maurice hatte mir vorher gesagt, du musst Mörb auf jeden Fall angreifen. Meine Community hat sich das gewünscht und ich habe gedacht, dass wir... Wer in einem Satz es auf mich und seine Community schiebt, ist ihm denn gar nichts heilig und recht schaffen auf dieser Welt. Also ich glaube, Mörb und ich verstehen uns. Ich wäre sogar bereit, mit ihren Bündnissen einzugehen, Mörb. Ein, 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 was auch die Ewigkeit geschmiedet ist. Eines, wo du dich drauf verlassen kannst. Nur mit dir, nur mit dir, mit keinem anderen, das bis zum... Sollen wir uns zum zweiten Mal treffen? Sollen wir darüber mal reden? Wir waren die Großmeister der Rechtschaffenheit. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie man bei euch da, bei den Untoten, solche Sachen normalerweise angeht. Aber bei uns würde man jetzt normalerweise nicht so schnell nach einem Krieg so vorgehen. Ist schon ungewöhnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Dann machen wir erstmal einen Waffenstillstand und dann gucken wir weiter. Ich weiß es noch nicht. Gnade ist ein Akte der Größe und Mörb ist ein ganz großer. Ja, also weißt du, das Problem ist, dein Chat hat leider... Also ich weiß ja nicht, ob dein Chat das wirklich gesagt hat. Aber die Worte, die du deinem Chat in den Mund gelegt hast, haben leider kein gutes Licht auf deinen Chat geworfen. Deswegen wirkt es auf mich jetzt gerade eben ein bisschen so wie eine sich im Wind biegende Weide. Verstehst du, was ich meine? Eine Trauerweide, wohlgemerkt. Die Weiden sind doch sehr edle und schöne und stolze Tiere. Genau. Also bei mir sind es Tiere. Weidentiere, die weiden immer auf der Weide, deshalb nicht das Weidentiere. Du erzähl, manchmal kannst du Tiere und Pflanzen nicht auseinanderhalten, Maurice. Lass uns doch mal über was ganz Konkretes reden, Marc. Welches Angebot wolltest du mir nochmal machen? Ähm, welches Angebot ich dir machen wollte? Ja, ähm... Also momentan noch gar keins. Also ich hab mir das erstmal anhören wollen, wenn ich ehrlich bin. Und das hab ich jetzt getan. Ja, verstehe ich. Und alles weitere hängt jetzt so ein bisschen vom schlüssigen Handeln ab, ne? Also du musst jetzt natürlich auch schon verstehen, dass ich jetzt bereit bin, daraus jetzt erstmal einen kalten Krieg entstehen zu lassen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, wenn man nicht mehr aufeinander einschlägt. Ist doch schon mal ein Fortschritt. Man muss ja nicht gleich eine Ehe eingehen, so wie du. Weißt du, das wäre eine toxische Ehe gewesen, was du davor geschlagen hast. Deswegen bin ich der Meinung, du lässt jetzt meinen Außenposten da erstmal existieren. Und dann bin ich vielleicht zu weiteren Schritten bereit, wenn ich verdaut habe und vergessen habe, was zwischen uns vorgefallen ist. Das finde ich vernünftig. Kann ich nichts gegen sagen. Die Weisheit spricht aus deinen Worten. Mach das ruhig so. Ich habe dich auch sehr lieb, Mörb. Habe ich dir noch nie gesagt, ne? Also du bist ein ganz, ganz netter. Sag ich ganz offen. Also tatsächlich stimmt das gar nicht, das hast du mir schon mal gesagt. Dann nochmal. Du bist ein super netter. Ich höre noch kurz meinen Chat. Seid ihr der Meinung, Mörb und ich sollten gemeinsam uns besser verstehen. Kurz Feedback aus dem Chat. Reinschreiben wir mir in den Chat, bitte. Okay, ich sehe hier ist einiges los, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Mit dem Haupthelden. Ich glaube ja, der Chat gehört auch eher zur Fraktion Welt brennen sehen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob du da nicht gerade die Falschen gefragt hast, wenn du eine Antwort im Sinne der Harmonie dir erhoffst. So, was hat eigentlich der andere Held von Level Up? Der müsst ja auch welche haben. Ne, der hat keine. Also wir haben tatsächlich drei Level Ups bekommen, das ist cool. Chat ist Harmonie, genau. Was sagt denn der Chat? Mein Chat sagt, dass wir uns besser verstehen sollen. Mal ehrlich, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Glücklicherweise habe ich da im Chat großes Unrecht getan. Wir brauchen daher unabhängige Beobachter, glaube ich. Also das ist grundsätzlich eine gute Idee. Ich unterstütze diese These. Das stimmt, ja. So, ich würde jetzt hier tatsächlich erst mal Steinmauern reinmachen, Leute. Jetzt müssen wir hier nicht machen Wachtschule rein. Ich will hier jetzt mehr sehen. Ich möchte jetzt hier erst mal alles sehen können. Als Maulwurf bin ich der Meinung, ist das gerechtfertigt. Er hat dir nichts getan. Wirklich überhaupt nichts. Der ist einfach nur nach Hause gegangen. Dem Speer habe ich eine Upgrade gegeben. Er darf jetzt im Jenseits auf bessere Zeiten einfach warten. Der hat nur geguckt, nur Besuch durchgeführt. Ah, das ist vielleicht richtig. Moment, also WB macht hier immer noch weiter einfach Blut vergießen und so, während er versucht einen auf nett zu machen. Sehe ich das hier richtig? Also er versucht mit mir nett zu sein, aber... Die Blut verschmiert er ist. Das muss ja irgendwo herkommen. Das stimmt. Lasst uns jetzt erst mal mit der Situation hier klarkommen, Leute. Oh, Weinschienen, geil. Das hilft mir jetzt schon ein bisschen weiter. Ich muss jetzt natürlich jetzt erst mal hier regenerieren. Also, was ich jetzt hier natürlich mache, ist klar Strategie. Jetzt habe ich hier einen Punkt, an dem ich an der Oberfläche regenerieren kann. Und dann kann ich seine Stadt angreifen hier. Das wäre mein Plan. Weil ich traue ihm nicht. Ihm ist nicht zu trauen. Zu keiner Sekunde. Es wäre wahnsinnig, ihm zu trauen. Und sind uns nicht untertan. Zwei traurige Zustände. Wir wissen gar nicht, was von beiden schlimmer ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, untertan zu werden. Ist gar nicht so schlimm. Ja, ne? Als Maulwurf ist ja das Leben unten sowieso... Eben, absolut. ...natürlich gegeben quasi. Aber bevor ich sowas machen könnte, muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass... Stimmt, Kai. Das war sogar aber wie eine ehrliche Aussage. Das Frieden in den Landen herrscht. Ich weiß schon. Weißt du, das Problem ist, Kai, diese Dauerbeschallung... Also ich glaube, ich glaube, wie weit ist das auch bei mir einfach nur vom Piepen im Ohr. Dass wir kriegerisch gegeneinander intervenieren. Ne, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt den Writing Bull noch mal frage, ob wir uns vielleicht auch einfach die Hand geben wollen... Dann würde ich sagen, ich habe die ganze Zeit einen geraden Kurs gefahren. Ich habe nie irgendjemand verraten. Ich habe Strategie-Ecke meinen Eid geleistet. Er hat mich dazu aufgerufen, ihm beizustehen gegen deine Aggressionen, Ranger. Aber... Also ich würde es nur machen, mit Strategie-Ecke mir das abnäht. Ja. Wieso hast du mir das denn im Vertrauen gesagt? Also ich verstehe das alles nicht. Max, wie sieht es aus? Du und ich bis zum Ende aller Zeiten, hat man doch gesagt, oder? Untergang. Bis zum Untergang. Gehen unter oder wir gehen unter? Ich frage mal kurz meinen Chat. Der Einzige, der mich nicht doof zuschwallt heute, ist eindeutig Strategie-Ecke. Seht ihr das auch so? Wir sollten WG und Strategie-Ecke weiterhin gemeinsam Richtung Sonnenuntergang reiten. Sprach der Meister des Schwallhaller. Feedback aus dem Chat, bitte. Wo ist der unabhängige Beobachter? Also ich möchte, wenn ich ganz kurz vor dem unabhängigen Beobachter noch eine nicht neutrale Aussage tätigen darf. Also wenn es ein Jenseits für Writing Bulls Hecate-Blutmutter gibt, dann würde das Ding Schwallhaller heißen. Findest du? Ja, definitiv. Ich bin auch dafür, dass diese Religion gegründet wird von dir. Absolut. Immer wenn WB spricht, tropft irgendwas aus meinen Boxen, wird bei mir im Chat geschrieben. Es ist Blut. Es ist Blut, Maurice. Deine Boxen bluten. Kann sein. Vielleicht. Liebe Leute, legt euch nicht mit mir an, dann schicke ich euch nach Schwallhaller. Das ist halt echt gar nicht schlecht, gebe ich zu. Ich glaube, aber Mörb, du hattest die Trophäe schon, oder? Ich hab sie schon, aber jetzt hab ich sie zu Recht, oder? Jetzt hab ich sie zu Recht. Oder hat sie in den Dreck in irgendjemandes Chat gelegen? Ja, jetzt hat er sie auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt selber nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. So, oh Gott, jetzt muss die Einheit hier hoch, erstmal wieder. So, also ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Runden hier kurz mal Wunden lecken. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal hier safe, ne? Weil das jetzt hier von Anfang an hier schon eine Palisadenwand hat. Wobei, ich könnte hier tatsächlich eine Stadt gründen. Das wäre natürlich jetzt frech, aber ganz im Ernst, ich... Ich... Wolle ich nicht einen Turm hier bauen? Dass du manchmal einfach halt Sachen nicht kriegen kannst. Ich wollte einen Turm bauen. Das ist schon echt nervig. So, jetzt wieder. Lass mich meine Gebäude bauen. Du, spiel, du. Ja, vor allem, man hat manchmal so ein bisschen Angst, dass es halt plötzlich hängt, ne? Also, dass es gar nicht... Ja, ja, genau. Das ist nicht optimal. So, Geld habe ich jetzt aber ehrlich gesagt genug. Also, ich kann jetzt erstmal anfangen, richtig krass Armeen hochzuziehen. Das ist doch auch was. Jetzt bekommt ihr den Inquisitor-Buff noch. So, wir haben eine weitere Halle fertig. Ich werde hier jetzt endlich den Zauberer-Turm der Stufe 1 errichten. Und danach den verstärkten Schmiedeturm. Dann habe ich schon mal eine Menge Geld jetzt hier ausgegeben. Das Münzamt ist jetzt hier. Wobei, das ist Quatsch, das so rumzumachen. Dann baue ich lieber jetzt hier direkt auch nochmal irgendetwas. Das Badehaus wäre keine dumme Idee. Ne, ich mache die Krähenfüße hier rein, damit ich eine bessere Verteidigung habe. Jetzt haben wir den Eisengohlen. Handwerkerfestung würde mir noch mehr Festungen geben. Oh, das ist geil. Tribunal, Stadtstabilität. Wir holen uns hier nochmal diesen Schatz jetzt hier. Ein ganz entzückender Außenposten. Ganz nett. Ich nehme mir vor, den zu beschützen, Mörb. Ganz, ganz nett. Das ist äußerst freundlich von der Blutmutter. Absolut. Darf ich dir einen Vorschlag machen? Ich frage mal kurz in deinen und in meinen Chat rein, ob die das aussehen. Was würdest du davon halten, wenn du deine Neustadt, die du gleich haben wirst, nennen wirst? Mörb und WB haben sich lieb für immer und ewig. Ausrufezeichen. Ich frage mal kurz, in deinem Chat und in meinem. Wäre das okay für euch? Wenn die Stadt diesen kurzen, knackigen Namen anbekommt? Also ich kann den auch. Mörb und WB haben sich lieb für immer und ewig. Ausrufezeichen. Ganz wichtig, ja. Ausrufezeichen. Also ich sag's mal so. Die Reaktion bei mir ist jetzt wahrscheinlich im Gegensatz zu dir im Chat eher durchwachsen. Echt? Verstehe ich gar nicht. Aber das ist glaube ich auch einfach nur, weil auch mein Chat sich immer noch an die neue Situation gewöhnen muss. Glaube ich. Also das ist auch sicherlich nicht wirklich böse gemeint. Sondern wir alle müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass wir uns in diesem Moment nicht aktiv prügeln. Und ich finde, das ist immer noch ein riesen Fortschritt. Ja. Zumindest solange ich meine Truppen hier nicht voll regeneriert habe. Ich war immer schon der Meinung. Von Beginn an, Mörb, auch als Organisator des MP-Events, ist ein Vorbild für uns alle. Was, ähm, ja, was einfach ein konstruktives, soziales Auftreten. Also manchmal werde ich in meinen Chats während der Streams drauf angesprochen auf Mörb und dann heißt es WB, sei doch ein bisschen mehr wie Mörb. Und dann nicke ich immer und sage, ja, von dessen Weisheit hätte ich gerne etwas. Das ist ganz einfach, du musst einfach nur einen Hut aufsetzen, so wie ich, dann bist du schon mehr wie ich. Ja, siehst du. Weißt du, ich hab auch nicht viel, also bei mir ist es ja auch tatsächlich so, bei mir ist der Hut ja der, der, der streamt. Der kontrolliert mich wie bei Ratatouille, die Ratte. Nur, dass in dem Fall der Hut mich kontrolliert, da ist keine Ratte drunter. Und ich bin eigentlich gar nicht die Person, die hier im Fokus steht. Da könnt ihr auch jeden bei mir im Chat fragen. Es ist der Hut, den die Leute sehen wollen. Wenn ich aufs Klo gehe, packe ich auch den Hut auf den Stuhl, damit die Leute den Hut sehen können, weil den wollen die sehen. Okay. Kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, Ecken, sollen wir beide uns noch mal kurz unter zwei Augen sprechen, ob wir nicht endlich diese furchtbaren Kriege gegen die anderen einstellen sollten? Können wir uns mal kurz treffen? Frieden ist kein Wort in meinem Vokabular tatsächlich. Aber wir können uns darüber unterhalten. Wir können uns gerne mal darüber unterhalten. Komm, einmal kurz runter, ja? Ist mir diesen Orks kaputt? In dem Vokabular dieser Orks ist, glaube ich, nicht kämpfen, einfach nur ein Wort für schlafen. Hans, magst du mich ziehen? Also, wir sollten jetzt mal langsam darüber sprechen, wie wir jetzt hier die beiden von der Karte fegen. Ja, also ich bereite mich gerade eben darauf vor. Also, de facto, der einzige Grund, warum ich WB nicht angegriffen habe, ist, weil der zur Außenposten bringt mir jetzt einen Ort, wo ich regenerieren kann. Und er hat ihn mir gewährt. Und ich habe natürlich auch noch ein bisschen Verstärkung, die ich noch nachziehen kann. Aber ich werde jetzt gleich wahrscheinlich auf Drack weg ganz frech draufgehen. Ich möchte ja an dieser Stelle mal anmerken. Und ich meine, Steinwallen als unabhängiger Beobachter hier im Chat wird das ja wahrscheinlich auch mittragen können. Man muss sich ja nicht komplett von der Karte fegen. Man muss ja nicht alle von der Karte fegen. Es gibt ja hier im Gegensatz zu Sif das Tolle, dass man auch gemeinsam glücklich sein kann. Gemeinsam Richtung Sonne reiten kann. Und solange aber Strategie-Ecke und Writing Bull hier sind, sehe ich das noch nicht mal für einen Einzelnen. Weil die die ganze Zeit Unruhe reinbringen. Und Steinwallen bestimmt gewinnt. Eine Runde noch regieren und dann werden wir die Stadt hier annehmen. Das ist einfach ein destabilisierender Faktor in der Region. Weltpolitisch gesehen, solche Leute sind nicht gut. Für die Gesamtsituation. Ich hab den neulich mal kennengelernt. Ich hab den neulich mal kennengelernt. Ja, schätz dich glücklich. Die Frösche sind der Puffer zwischen dir und diesen barbarischen Horden. Das ist eine Rolle, die wir gerne erfüllen. Macht das auch ganz gut. Dieses passive Nicht-Auftauchen an meiner Grenze. Das ist schon förderlich. Was ist denn passives Nicht-Auftauchen? Ja, aber auch du wagst dich ja nicht. Ich hör da immer viel geredet. Ich hab den Zweifrontenkrieg. Ja, ich hör immer so, dass die Orks sind große, marodierende Krieger. Keine Angst, keine Vorricht, kein Frieden. Und was ist? Ja, spottet über die Orks. Spottet. Ja, machen wir. Dass wir bitte niemand über die Orks spottet. Die Orks sind die einzigen heldenhaften Kreaturen. Abgesehen von Mörb. Mörb und sein Volk. Das sind total ehrenwerte Kreaturen. Wie heißen die nochmal? Mörblinge, ne? Also, die Community wurde mal tatsächlich von der Mina, die kennst du glaube ich auch, als Mörblinge betitelt. Und seitdem haben die den Namen. So ein bisschen. Ach, da fällt mir ein, ich soll dich grüßen, Mörb, den alten Sack von Julius. Ah, dann grüß mal den guten Jules zurück, ne? Den tu nicht gut. Es waren genau diese Worte, die er gebraucht. Ja, das sagt er auch zu mir tatsächlich. Ist in Ordnung. Genau diesen Gruß sollte ich dir so und nicht anders überbringen. Das ist völlig in Ordnung, Jules darf das. Ja. Aber du natürlich auch. Bist ja auch jünger als ich. Aber ich glaube trotzdem nicht jung. Also vor allem im Geiste nicht. Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Was ist im Geiste jung für dich? Also nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, wie ich im Geiste jung definieren würde. Bist im Geiste ein weiser alter Mann. Soweit würde ich gar nicht unbedingt gehen. Aber sicher ein alter Mann. Ich auch nicht ehrlich gesagt. Ja, nee. Also man muss ja auch ehrlich sein so ein bisschen. Oh, zu tief gegraben. Du meinst also geistig eher so in Rente schon sein? Was ist das, was du damit sagen willst? Ja, vielleicht. Ich bin auch hier ständig an so neutralen Trupps vorbei. Aber ich entscheide mich jetzt mal, die zu ignorieren. Ausnahmsweise mal. Da war noch mal eine Fullstack. Die habe ich nicht kommen sehen. Ach, welch eine interessante Situation hier auf diesem Globus. Ja. Ja, ein bisschen fühlt es sich auch an wie so ein Globus. Ganz viele große an Mörb, der gerade direkt neben mir steht und sich an seinen Schwur hält, dass wir uns ab jetzt wie bei einem Waffenstillstand begegnen. In meinem Chat wurde ich eben gewarnt. Achtung, Mörb führt was im Schilde, aber ich weiß, wer meint das nicht. Mörb ist ein ganz netter. Ja, habe ich immer schon gesagt. Ich führe immer was im Schilde, aber es ist ja nicht immer böse. Nee, eben. Bitte bei mir im Chat. Derjenige, der bitte mal versucht hat, mal das schönste Kompliment im Chat zu schreiben, das euch für Mörb einfällt. Die drei schönsten lese ich vor und der, der das allerschönste Kompliment macht, für den verlose ich am Ende des Streams einen Steam Key Miner-Wahl. Vielleicht für Civilization 7 und die Alpha-Version. Vielleicht. Man weiß es nicht. Möglicherweise. Wow, das ist ein bisschen schamlos. Das ist wirklich, also... Also, ich sag... Mit den drei schönsten Komplimente für Mörb jetzt in den Chat. Ich wertschätze ja sehr, was du gerade eben hier tust, aber bei meinem Chat kam das jetzt echt nicht gut an, dass es offensichtlich Chat-Verräter gibt. Das kam nicht gut an bei mir im Chat. Mir kamen ganz nette Kommentare, wie Mörb hat einen schönen Hut, Mörb hat sehr... Mörb ist Phantomas, Mörb atmet super. Das ist wichtig. Das schätzt sich hoch an. Eine der wichtigsten Eigenschaft, die man kann. Ist abgeschmiert. Was? Wir haben auch nicht sehr gute Steini sein, angeblich nicht mehr da. Oh, stimmt. Ach nee. Ich bin schnell gejoint. Ah. Über solche Lappalien mache ich ja keine aufheben. Nein. Solche Kleinigkeiten. Ja, man kann ja ganz schnell wieder rein, das ist gut. Ich bin mir so sicher im Sieg entgegentritt, der kann auch ruhig mal zwei Runden fehlen. Wir würden hier etwas dagegen tun, aber die Orks sind ja blind auf diesen Augen. Ich glaube, das sind eher die blinden Seher. Einfach mal. Guck doch mal bitte ins Rank. Achso, ja, nee, guck mal nicht ins Ranking. Bitte keine bösen Worte hier äußern an die Orks. Und das Ranking, das muss ich ganz offen sagen, also wer auf Punkte spielt in dieser Welt von Ehre, von Grausamkeit, von Leidenschaft, von Moral, hat meiner Meinung nach nicht verdient, nachher als Sieger gefeiert zu sein. Das geht nicht gegen dich, Steini, weil ich weiß, du machst das nicht. Du würdest das nie machen. Auch das Ranking ist doch ganz okay eigentlich. Wo finde ich das Ranking denn noch? Ja, ich bin eher so eine Mitte. In der Diplomatie siehst du deins immer, das der anderen. Bei Diplomatieübersichten, das sind fünf Tabs. Ja, natürlich ist Steinwallen auf eins, weil er friedlich in der Ecke hockt. Das ist natürlich ein Klassiker. Nein! Du warst eigentlich auf eins, deswegen habe ich jetzt darauf so... Ich glaube, wir wechseln uns ein bisschen ab. Ich dachte eigentlich auch, ich bin ganz gut dabei. Das ist das Darfstein ja auch. Die Frage ist, es ist natürlich nicht auf Sieg spielen, weil wir ja zu... Ich hoffe, Stefan hat das auch auf Discord in der Vorbesprechung gelesen. Nee, das habe ich eigentlich ausgemacht. Ganz am Ende machen wir ja eine Abstimmung in allen Chats. Und es geht darum, dass dann ein Sieger per Abstimmung gekürt wird und der grausamste und verschlagenste aller Charaktere wird dann zum Sieger gekürt. Ist das so hoch? In der Stelle liegt Steini, glaube ich, auf Platz. Ja, hat mir gepostet. Strategie-Ecke bestätigt das kurze durch ein orkisches Nicken. Danke an dich. Ihr habt alle sein Nicken gehört. Insofern... Ach, die Runde ist gerade vorbei. Egal. Das Knacken der Nackenknochen. Ja. Falls euch wundert. Ja, aber sollen wir jetzt schon mal einen Sieg festlegen? Ich meine, wir sollten hinterher erst mal warten. Mann, Mann, Mann. Wie sie immer ihr das Fell des Bären... Also der ist noch nicht mal geboren, dieser Bär. Und ihr verteilt dieses Fell schon. Nette Kompliment über WM-Chat. Zitat, Marmor, Stein und Eisen bricht nur der nette Mr. Mörp nicht. Wow. Das ist wohl wahr, aber ich habe auch Stahl im Rücken. Das ist mein Vorteil. Besser, als wenn man dir den Rücken stahlen, ne? Genau. Also ich will dir keine Angst machen, aber du bekämpfst ja einen Cyborg, Riding Bull. Und das in einem Fantasy-Spiel. Ich würde mir Sorgen machen. Also wenn ich dich an meiner Seite habe als guten Freund und Nachbar, mache ich mir nie Sorgen. Wie sieht es aus? Hattest du schon Sorge Nummer Frieden versuchen? Wir zwei beiden. Mr. Mörp, schade, dass du meinen Stream nicht verfolgst. Ich gebe dir jetzt mal ostentativen Küsschen. Achtung. Küsschen Richtung Mr. Mörp. Ällaum. Alarv. Blümchen. Strüsschen. Kamelle. Alles Gute. Kamelle? Ja, das klingt für mich nach alten Kamellen. Oh, ich habe Steini kennengelernt und seine Hatschis. Ich bin Königin Serafina von Hatschi. Hoffen wir, dass dieses Reich groß genug für uns alle ist. Ja, das ist wieder ein klassischer Steinwallen, ne? Guck mal, der gewinnt. Also ich will jetzt nicht alle auf einen netzen, aber wenn der Stein nicht vorne liegt, sollten wir alle... Ja, jetzt kommt... Was machst du denn da? Nein, 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 das zieht jetzt nicht. Das zieht jetzt nicht. Das ist ja gegen alle Absprachen hier. Ja, du versuchst die Stadt einzunehmen, obwohl wir hier total lieb und netten Gruppenkuscheln machen die ganze Zeit. Ich versuch die Stadt einzunehmen. Ja, weißt du, wir Magma-Moles haben so das Problem, weißt du, wir sind so wie Plattentektonik. Es dauert alles verdammt lange und diese Information, dass wir jetzt nicht gegeneinander Krieg führen noch, die ist, ähm, die ist noch nicht so richtig komplett, weißt du, so... Ja, sorry, es dauert noch ein bisschen, aber so in 10, 15 Runden wird das bestimmt klappen. Oh, da, da tun sich moralische Abgründe auf. Wäre nicht das erste Mal heute. Nee, nee, wird, glaube ich, auch nicht das letzte Mal bleiben. Total beschockt. Alle in meinem Chat haben mir gesagt, auf Mörb kannst du dich verlassen, Mörb blinkt dich nicht, Mörb ist schwer in Ordnung. Das ist echt... Das tut weh. Das ist eine reine Ablenkung, dass er seine Truppen jetzt hier teilweise an mir verheizt, ne? Das ist... Es schmerzt immer am Anfang. Das ist nicht so schlimm. Das ist echt sehr, sehr traurig hier. Ja, wenn man... Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, Ranger, ne? Dann ist das schon in Ordnung. Eben, genau. Hm, ich will mir überlegen. Doch, was war ich? Es wird auch fändig angezeigt, dass Steinwallen irgendwelche Zauber macht. Ich wollte es gerade sagen. Aber man sieht ja nicht, was es ist, aber man sieht, dass da irgendwas passiert. Das, äh... Dezent irritierend. Ich werde jetzt hier die Feldschlacht suchen, Leute. Ja, ja. Also ich werde jetzt hier die Schlacht suchen mit ihm. Und dann werde ich es so beenden. Meine Maulwürfe auch nicht, aber das ist ein Problem als Arcana. Ach so, ihr... Euch wird gezeigt, dass ich die Welt ein bisschen verändere. Weil er hat noch eine Runde zum Belagern hier. Das bisschen Terraforming. Mein Gott. Ja, ich sehe schon. Da ist auch eine riesengroße, aus direkt aufgehäufte Statue von dir mitten in deinem Reich. Soll die da sein? Katzen machen das halt so. Jetzt rennt er doch wieder weg. Ich nehm ein Wollknäuel. Huch. Wieso bist du in meinem Reich? Wieso siehst du da irgendwas? Ich bin ein Arcana-Magier. Ich hoffe, dass ich sowas kann. Naja, er wird jetzt dieses Mal nicht entkommen können. Ja, wirklich herrlich. Ja, ne? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass deine Katzen meine Maulwürfe fressen. Ach. Fressen Katzen Maulwürfe? Weiß ich nicht. Ja. Ja, absolut. Es ist auch die beste Statie, wenn wir am Garten Maulwürfe haben. Eine Katze dort auszusetzen. Eine Katze zu haben, ja, logisch. Eine Katze zu haben, ne? Aber... Das machen wir natürlich nicht. Nur wenn sie hochkommen. Ich bin oben. Oh Gott, jetzt ist es vorbei. Keine Angst, die Orks scheinen schon etwas gegen mein glänzendes Feld zu haben. Was war ein Fehler? Oh, Neuladen. Neuladen. Neuladen, nein, nicht schon wieder. Das gibt's doch gar nicht hier. Ach, schade. Das ist durch die Unruhe, die hier in der Welt herrscht. Ja, definitiv. Ich glaube auch. Ja, letztlich sind es die Orks. Ja, ich muss mal ein kurzes Wort an meinen Chat. Hört mal auf, den armen Mr. Mörb zu verwünschen. Ich weiß, er hat sich hinterlistig benommen und gemein und hat damit seine Ehre verloren. Aber äußert euch, also ich muss ihn echt in Schutz nehmen. Er hat einen guten Kern. Er zeigt ihn nicht. Er ist aber da, Leute. Ich möchte mich vor Mörb stellen. Tretet bitte zivilisiert auf, ja? Bitte nicht sowas wie Mörb hat sich vermörpselt und so Sachen. Das würde ich ja nicht lesen, ja? So, jetzt muss ich mal ganz, jetzt entmute ich mich wieder. Jetzt können die anderen auch wieder mithören, ja? Ich weiß doch nicht, was ein Vermörpseln ist, aber es klingt lustig. Oh, hast du mitgehört? Ich nehme drei. So. Ähm, was nehmen wir denn? Ein Buch der Terramantie. Ja, jetzt nehmen wir das Buch der Terramantie. Bitte was, was, wie, wo? Du sollst sich nicht mörben lassen. Ja, das lasse ich nicht, keine Sorge. Das ist ja, ja, aber auch wirklich alles wild. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, das soll so nicht sein. So, Moment. Ich hole jetzt nochmal so einen Magma-Geist. Das könnte tun für mich. Das geht. Wow. Das war eine krasse Schlacht. Okay, du kannst jetzt rein. Jetzt ist seine gesamte Armee weg, Maurice. Hol dir alles. Äh, ich habe... Geil. Ich habe eine Truppe verloren, ne? Äh, Ranger. Die ist drüben. Er hat sehr, sehr, sehr wenig Leben, aber seine Armee ist auf der linken Seite. Kannst einfach reinrennen. Du schaust einfach mal, was mir so geht. Habt ihr das eigentlich auch, dass ständig der, der Bildausschnitt irgendwo hinspringt? Das hatte ich schon drei, vier Mal, hab mich schon gewundert, woran das liegt. Also bei mir ist manchmal, wenn Steinwallen zaubert, dann geht es zu ihm aus irgendeinem Grund. Ja, weil irgendwie... Ja, bei Terraforming. Weil er dann denkt, das muss irgendwie... Da müssen die Leute informiert werden. Ähm... Okay. Terraforming kann natürlich ein guter Grund sein, ja. So. Äh. Einheit. Lass dich auswählen. Das stimmt nicht. Bei mir schreibt ein Zuschauer, Mörp wirkt in seiner Freizeit Welpen. Das stimmt nicht. Oder machst du das doch, Mörp? Schreibt wirklich einer. Ich... 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 Ich bin ehrlich gesagt empört über solche Aussagen. Also ich bin bereit, im Zuge eines Waffenstillstands diesen Zuschauer... Es ist ein gewisser North Bullmen. Ich will ihn jetzt nicht namentlich an Pranger stellen, aber... Den wäre ich bereit, dir auszuliefern. Auszuliefern? Ich brauche... Ich brauche das nicht. Nee, das ist unnötig. Du lieferst... Du lieferst deine Zuschauer aus, BB. Ich frage mal kurz, ob er bereit wäre. North Bullmen, wer ist denn bereit, dich ausliefern zu lassen an Mr. Mörp? Bitte kurz was in den Chat reinschreiben. Ja, er schreibt war kreisch. Das interpretiere ich als ein Ja, WB. Ich bin bereit, mich freiwillig von dir melden zu lassen. Eindeutig. Das ist einer meiner lieb... Einer meiner bekanntesten Zuschauer. Du kannst ihn auch ummenennen. Er muss dann sein Nickname ummenennen. In North Bullmen zum Beispiel. Ist alles nicht notwendig. Danke, danke. Danke für das Angebot, aber ich werde das einfach wie ein Gentleman nur auf dem Feld der Ehre klären. Und wie du weißt, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ich glaube, wie gern mein Chat jetzt gerade bei der Stadt die Katzenklo heißt, Steinwallen. Und zwar verdächtig nah an Writing Bull. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Entweder, also wir müssen jetzt Steinwallen, es geht darum, gewinnt Steinwallen oder gewinnt einer von uns. Wir sind bereit, entweder gehen wir jetzt alle gemeinsam in den Raum runter oder wir sagen Steinwallen. Geh mal bitte kurz weg. Wir wollen über dich reden. Über dich reden wollen wir. Also, weißt du, du kannst auch ein ehrenvolles Opfer bringen und dich einfach jetzt quasi mir unterwerfen als mein Vasall und dann ist die Chance, und dann ist die Chance, dass Steinwallen gewinnt, geringer. Also, ich wäre bereit, mit dir gemeinsam mich gegen Steinwallen zu stellen. Nein, nein, ich habe dir gerade ein Angebot gemacht. Was denn für eins? Du siehst, dass du dich von mir Vasalisieren lässt. Wow. Es geht. Ich habe kein Angebot. Nein, nein, das mache ich dir jetzt erstmal verbal. Und die einzelnen Bedingungen, worin besteht das? Ja, danach bist du halt mein Vasall. Also, dann... Das heißt, muss ich dann so einen doofen Hut tragen, zum Beispiel. Also, bei modischen Dingen bin ich mir nicht so sicher. Er hat den Hut beleidigt, Leute. Er hat den Hut beleidigt. Du bekommst gerade ein Abo bei mir geschenkt. Von Atlan. 74. Da sage ich mal Dank an Atlan. Ich sehe es gerade, das stimmt. Das ist sogar etwas, was ich wohl prüfen kann, dass es sogar stimmt. Ja, endlich mal eine nachweisbar wahre Aussage von WB. Ja. Du und ich gegen Steini. Wie sieht es aus, Mab? Also, ich sage jetzt... Also, weißt du, das Problem ist, ich sehe jetzt nicht, dass ich jetzt aktiv gegen Steinwallen kämpfen soll. Ich habe so gute Beziehungen mit dieser friedlichen Katze. Ich habe so gute Beziehungen geschlossen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, ich habe einfach eine gute Beziehung zu dieser Katze. Aber du kannst den Sieg verhindern von ihm, indem du einfach dich von mir vasalisieren lassen würdest. Also, wenn du das... Was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn? Ja, dass du keine eigene Diplomatie mehr führen kannst, dass du mir Geld zahlen musst, dass du aus dieser Nummer nicht mehr rauskommst, wenn du einmal mein Vasal bist. Versuchen wir noch mal. Noch mal in positiv formuliert. Zweiter Versuch von dir. Das war die positivste Formulierung, die ich anbieten kann. Also, diese Formulierung, dass du aus dieser Nummer nicht mehr rauskommst, das ist eine Sache... Also, wenn ich da jetzt zustimme, da würde meine Frau wahrscheinlich, die im Nebenraum sitzt, ihre Augenraum sehr weit hochziehen und deine eventuell auch. Weil das klingt vielleicht anders, als es gemeint war. Nee, das war auch schon so gemeint. Also, ich akzeptiere deine Vasalisierung, wenn du sie... Also, das Angebot von mir quasi jetzt annimmst, dass du mein Vasal wirst. Dann haben wir Frieden. Was erwartest du dann konkret? Na, dass du ein treuer Vasal bist. Ja, das bin ich ja sowieso. Ich bin treu wie Gold. Wenn ich eines heute bewiesen habe, dann das. Okay, ich stehe treu an deiner Seite und wir Beine gegen Steini. Hier, schlage ein. Ich... Inwiefern schlage ein? Hast du mir ein Angebot geschickt? Ja, ja, ich habe gerade mit der Hand gespuckt und habe dir die Hand gegen Richtung Kamera gehalten. Das musst du auch in deine Hand spucken und dann wird es schwierig und dann schlagen wir ein. Wie gesagt, wir können dieses Spucken und Einschlagen, auch wenn es unhygienisch ist, machen, wenn du mein Angebot annimmst. Ja, ich nehme es an. Ich nehme es an. Ich weiß nicht mal, was du mir vorgeschlagen hast. Ich nehme es an. Alles gut. Was soll ich machen? Das da sollst du machen. Wie, du lässt dich jetzt vasalisieren? WB? Nee, mach es auf jeden Fall. Mach es auf jeden Fall. Überleben ist alles. Überleben ist alles. Mach ich mit. Alles gut. Wenn du deine Hauptstadt überlagert hast, dann soll es dir verziehen. Also ich bin hier mit fünf Armeen eine Sechste ist unterwegs. Und er hat drei. Ja, und dann willst du gegen mich ziehen, okay? Nein, ich sage nicht, dass ich gegen dich ziehe. Ich sage bloß, dass dann die Chance steigt, dass nicht du gewinnst. Also ich bin bereit. Wir beide, weil all die Städte kannst du sowieso nicht unterhalten und es dein Stadtlimit gesprengt wird. Also ich bin bereit, als dein Stadthalter treu und ohne Hintergedanken bis zum Ende aller meiner Tage an deiner Seite zu stehen. Zwischendurch alle, sagen wir mal, fünf Minuten lauthals bei den unpassendsten Gelegenheiten zu sagen, ja, hat recht und Steinwallen ist doof bis zum Ende dieses Streams, bis Mitternacht. Also der zweite Teil ist freiwillig, aber der erste ist auf jeden Fall schon eher so Richtungverpflichtend, ja. Wir machen das, warte mal, ja komm, wir machen das. Wir beide, Seite an, tut mir sehr leid, Strategie Ecke, ich hatte dir ja geschworen. Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr schwierigen Versaillen, einen sehr schwierigen. Aber das geht ja nicht mehr. Es sei denn, Mörp stimmt da auch zu. Mörp ist ja mein Dienstherrn, ich mache die Diplomatie so wie Mörp es mir genehmigt. Dein Wunsch, Dein Wunsch, werter Mörp, ist mein Befehl. Was wünschst du dir, oh Herr Mörp von dir? Ja, dass ihr jetzt mal in die Diplomatie schaut und das Angebot anmacht. Handelsangebot, ein Abkommen ist abgelaufen, Verhandlungen, bla bla bla, Handelszauberverbindung auf eine Grenzen geteilte Sicht, immer wieder sagen, dass Steinwallen doof ist und sich gegen ihn stellen, einmal annehmen, gerne, habe ich gemacht, wir beide Seite an Seite. Wir haben ein Bündnis, wir beide gewinnen und verlieren Seite an Seite. Das ist nicht wirklich ein Bündnis, du bist mein Vasal. Ja, das ist auch okay. Naja, das ist auch okay, wie du es sagen willst. Ist es eigentlich eine offene Beziehung? Wie sieht das aus mit Strategie-Ecke? Mit dem bin ich auch verbündet. das ist tatsächlich eher so eine von oben nach unten Beziehung, also obwohl ich unten bin, bin ich jetzt der über dir. Das ist so eine metaphysische Nummer. Aber dann nimmt Strategie-Ecke auch als Vasal direkt. Ich glaube, das meinte der White-Invult. Du bist so freundlich, vielleicht die Belagerung deines Bündnispartners aufzuheben, das ist gerade ein bisschen mehr schmiert das Spiel noch ab. Das wäre irgendwie doof. Was für eine Belagerung denn? Ich werde belagert von irgendjemandem in der Hauptstadt. Entschuldigung, ist meine Armee. Ach, das sind irgendwelche Viecher, eine NPC-Armee, die dich da belagert. Naja. Ja, da musst du dich drum kümmern. Mach ich sofort. Ich meine, du hast doch noch drei Armeen, die ich nicht ausgelöscht habe. Ich sehe das total tiefenentspannt hier. Wir beide Seite an Seite. Ja, wir beide Seite an Seite. Ihr klingt wie echte Kameraden, ja. Naja. Oh, Neuladen. Neuladen. Ja. Okay, das passiert jetzt relativ oft. Maurice, habe ich deinen Nickname gerade richtig ausgesprochen im Spiel? Mauritius Weinerlich, war das so richtig? Das kannst du handhaben, wie du magst. Wenn dir das Befriedigungen gibt, dann, äh, Du ahnst gar nicht, was es mir alles Befriedigung gibt. Okay, jetzt geht's hier ab. Das wird jetzt ein wildes, wildes Gefecht. Ja. Und soll da manuell ausgefochten werden? Ich würde ganz gerne die Regel anziehen, aber kannst du ja eh nicht, man kann ja eben nur mit drei entkämpfen. Ja, aber ich würde ganz gerne eine andere Armee hinziehen. Ach so, tja, das ist natürlich blöd für dich jetzt. Ja, ich den D-Synko, der hat mich da ein bisschen in die Schnippe geschlagen jetzt. Tja, tja. Entschuldigung, bitte mal jetzt. Äh, mein Ernst, mein Wecker klingelt gerade. Fünf Minuten vorbei. Morbis der Große, Größter und Steini ist ganz doof. Fünf Minuten vorbei. Warte mal, ich hänge jetzt gerade in so einem Eventbild. Was passiert hier? Ich kann nicht schlachten. Ist hier. Ja, ist wahrscheinlich eine Schlacht gerade eben. Machen wollte ihr es mal nicht. Also ich sehe es leider nicht, deswegen kann ich nicht sagen, welche Truppen jetzt dabei sind. Äh, es steht gut für mich. 2,5 zu 1,9. Wie viele Truppen sind da bei mir denn dabei? 3 Armeen. 3 Armeen. 3 Armeen, ja. Das ist der eine Held fehlt, leider. Ähm. Ich brauche nur zwei Helden. Also auf jeden Fall, äh, kann ich kurz mal so zwischenreinvermelden. auszufechten, weil es 2,3 Armeen sind, äh, 3,3 Armeen sind. Äh, also ich stehe übrigens euch nicht im Wege, wenn ihr kämpfen wollt, also ich bin damit cool. Ich erkläre einfach mal kurz die Regel sonst in der Zeit. Mach mal, ja, Ranger, mach mal. Ähm, wir haben abgemacht, dass wir alle Gefechte automatisch machen, außer ein einziges Gefecht im gesamten Spiel, können wir beantragen, manuell auszufechten. Das muss PvP sein und alle müssen zustimmen. Stimmen nicht alle zu und das Gefecht wird nicht manuell durchgeführt, dann ist die Chance vertan, also kommt keine neue. Stimmen alle zu, dann gucken wir uns das an. Ganz genau. Wer will ein manuelles Gefecht und was ist der letzte Preis für meine Stimme? Äh, bester Unterhaltung, würde ich sagen, oder? Also, an der Stelle bist du jetzt erstmal mein Vasall, ne? ich würde einfach sagen, du stimmst jetzt mit deinem Lebensherrn. Wow. Ja, natürlich. Wie soll ich abstimmen? Du erlaubst es ihnen natürlich, einfach damit wir, äh, oder der Antrag, du hast es gestellt. Ich habe auch, ja, oder? Achso. Achso, ich habe keine Ahnung, welche Tropen ich aktuell habe. Ja, okay, dann, aber ich habe das Eventbild raus und ich kann die Schlacht mit anschauen. Ich weiß, das wäre ja doof, wenn du ganz effizient mit dem Eventbild im Lass. Ja, das ist halt die Frage, ne? Müssen jetzt vier Leute einfach zuschauen oder können die die Schlacht eintrücken? Nee, wir haben inzwischen auch immer. Also, ihr kommt da in die Schlachtfeld rein und siehst du. Okay. Ja, wir müssen... Also, ich habe das zumindest so eingestellt, dass es immer weit reden ist oder immer anschauen. Also, ich fände es auch ganz witzig, jetzt mal einmal gesehen zu haben, ne? Also, wie die anderen, wie ihr jetzt da kämpfen. Also, ich gehe davon aus, dass ich niedergerungen werde, weil nicht drei meiner besten Armeen da steht, eine Plep-Armee, der da, aber ist okay. Hast du eine Ahnung, was deine Truppen können? Ja, tatsächlich. So ein bisschen. Ich vermute es zumindest. Ich habe nämlich nicht... Das ist tatsächlich so ein Ding. Ich habe nicht wirklich sehr viel drauf geschaut, was meine Leute tatsächlich im Kampf machen. Aber gut, ist auch mein Fehler. Können es probieren. Okay, also Strategie-Ecke ja, Maurice ja, Mörb sagt ja, ich komme aus auch ja. Ja, ganz viel Trash dabei, ey. Das ist ja scheiße. Mit Scheinballen und Rackleid. Mörb geht zwei Stimmen ab. Mörb hat meine Stimme. Genau. Mörb, du stimmst mich mit ab. Steinwallen? Ja. Ich hoffe nur, ich komme aus dem Event-Bild raus. Okay, dann haben wir es so gestimmt. Dann lass uns einen gefreien Kampf machen. Manuel, du musst auch mehr reden. Auch bei mir läd's. Ja, kann man mir auch. Ich bin gespannt. Ich kriege so auf die Dette, Leute. Kurze Frage an Mörb. Ich würde mir gerne ein Glas Wasser nehmen. Darf ich das? Ja, selbstverständlich. Du darfst ja auch zwei nehmen. So. Tausende Zuschauer schauen euch hier zu. Okay. Ich bin ein großzügiger Leens Hell-Writing-Bull. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich hier habe, ey. Ja, ich auch. Aber hier habt ihr auch ein Zeitlimit, ne? Oder wie ist das? Ja, ja, genau. Ah, die roten da, das ist, glaube ich, Ecke, ne? Und, okay. Ich käme mir überhaupt nicht klar, weil ich meine Einheiten überhaupt nicht kenne. Ich auch nicht. Das ist wirklich ein Problem gerade. Ja, es fühlt sich ein bisschen weird an, das erste Mal seine Truppen in der Schlacht zu sehen. Vor allem, normalerweise im Spiel hast du das ja nicht erst zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja, genau. Also, du hast dich ja schon mit deinen Einheiten vertraut gemacht. Ich habe hier lauter Stufe 3 und 4 Einheiten, die ich noch nie benutzt habe. Und ich weiß auch nicht wirklich... Also, ich bin die goldenen Frösche. Genau, gelb ist die und blau ist. Und er ist rot und es umgekehrt auch. Entschuldigung, ich habe nicht kapiert, wer gegen wen kämpft und wer welche Farbe hat. Maurice, gegen wen? Wir sehen die anderen, also wir sehen die Farben anders. Ich habe kein blaues und gelb. Ich habe grün für mich und rot für ihn. Aber er ist die Orks und ich bin die Frösche. Ich habe goldene Soldaten, er hat rote Soldaten. Also nicht die Spielerfarbe, sondern einfach wie die aussehen. Und worum geht es jetzt so ein bisschen? Könnt ihr noch kurz mal Kontext? Es ist eine Stadtbelagerung, also nicht ganz. Ich habe eine Stadt belagert, er ist zur Hilfe geeilt, zur Entsatzung. Ich weiß nicht, ob es die Hauptstadt ist. Aber es ist eine große Stadt. Also, wenn ich jetzt mal eine kleine Vorhersage abgeben dürfte. Ich habe mir die Einheiten angeguckt. Also, Ecke hat nicht nur ein kleines Problem, er hat ein großes. Ich muss mir mal die Einheiten angucken, die er hat. Also, ich sage es mal so. Die Werte, die Maurice in seine Einheiten reinklabastert hat, sind schon wolkenkratzermäßig. Oh, die Eisengolem sind natürlich ganz schön der Brecher, ey. Also, der hat deutlich mehr Resistenzen als deine. Ja, bei ihm aber auch, aber seine T1-Einheiten haben halt teilweise Werte von 7, 8, 9. Ja, aber muss ich das nicht bieten? Ich habe die sehr viel gebufft. Also... Das hast du gut gemacht. Das ist nämlich die wahre Stärke in dem Spiel. Ja, ja. Sehr, sehr viel tatsächlich. Mal schauen, ob das jetzt was bringt. Nee, jetzt... Und da wird noch mehr gebufft hier. Erweckt. Es muss alles erweckt werden. Genau. Jetzt wird aufgehört zu schlafen. Ja, ja, wirklich. Erweckt bedeutet übrigens, dass man mehr Geistschaden macht bei Standardangriffen. Genau. Also, die haben dann... Es gibt... Je nach Einheitentyp sind das unterschiedliche Buffs tatsächlich, die die dann bekommen. Okay, das wusste ich gar nicht. Achso, stimmt. Die haben so ein verstecktes Potenzial. Du hast recht. Genau, genau. Das ist natürlich jetzt eine Flacht mit viel Truppenbewegung. Da entschuldige ich mich ein wenig dafür. Die ich alle auch nicht kenne. Ihr könnt auch theoretisch einfach da oben die Wiedergabegeschwindigkeit auf mal zwei machen. Dann bewegen die sich wenigstens schneller. Ich glaube, es ist schon relativ schnell. Ich finde es auch ziemlich schnell, ja. Bei mir sind die auch schon schnell. Okay. Ja, also ich meine bloß, man kann es einstellen. Dann könnt ihr auch schneller theoretisch klicken und müsst nicht warten. Ja, man kann auch die Bewegel-Lassung rechtsklicken. Moven sie dann schnell vor. Bei dem Chat würde uns Strategie-Ecke begeistert angefeuert. Zitat, Strategie-Ecke gib ihm... Warum? Dieser Erzschuft ist ein Kriegstreiber. Richtig. Deswegen ja. Aber Leute, wenn ihr im Chat das und das erzählt, das ist so, als ob der Märchenonkel irgendwas erzählt. Ja, ich habe auch das Gefühl. Wer vertraut denn dem Chat? Wer vertraut denn dem Chat? Wieder mit den Schweinen. Nein, der Chat ist nur so. Ich verhalte schon. Die fünf Minuten sind um, klingeling, Wecker klingelt, fünf Minuten um. Merp ist der Beste und lass uns Steini fertig machen. Nächsten fünf Minuten wieder. Ich werde mich sicherlich irgendwann dran gewöhnen. Wie man sich voran in diesem Gefecht. Ich bin ja auch der Angegründung. Das ist hier die Information. Das stimmt. Einer der größten Anführungsrufe, die man kennt, kommen jetzt rein. Strategie-Ecke, Zitat, macht den Bullen. Er soll sich vasalisieren lassen? Was ist das jetzt hier für... Also Leute, euch schauen tausende Zuschauer zu und ihr... Ich bin die Schildwahl-Fraktion. Er hier ist sehr aggressiv, die aggressive Orkhorde. Ich finde, aus Rollenspiel-Sicht macht er gerade alles falsch. Ich muss auch erst mal meine Truppen zusammenziehen hier. Kann man nicht in solche Truppen vor dir reinrennen? Truppen zusammenziehen, das ist Loser-Torror. Das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, dürfen wir unseren Kampf manuell ausfechten? Dann wird es meine Gegenfrage sein. Ja, aber werdet ihr Lame spielen oder so, dass ihr was zu sehen bekommt? Ja, es ist eine berechtigte Frage. Ja, also da muss ich meinem Vasallen zustimmen, ja. Was habe ich denn für Kampfzauber überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Jetzt recherchiert er erstmal seine Einheiten hier entlang. Ich habe nicht so viel auf Kampfzauber geforscht, bin ich ehrlich. Ich habe hölle voll Kampfzauber. Okay, dann bin ich gespannt. Bei mir sind es wirklich eher die Buff-Zauber gewesen. Mal gucken, was jetzt dann besser ist. Also ich weiß ja nicht, was du mit diesen Eisengolems gemacht hast, Maurice, aber ich bin beeindruckt. Was ist er denn für einer? Was ist ein Magier? Ah ja, ich gucke gerade so ein bisschen die Stats im Vergleich. Das stimmt. Beginne zu begreifen, was du meinst. Ey, ohne Witz. Das ist hart, was du da aufgebaut hast. Also es gibt natürlich auch ein paar Einheiten, die sind nicht ganz so gut. Also man sieht es, das hängt davon ab, welche Armee wir anschauen. Ja, richtig, Suthemi, denen will man nicht begegnen. Das ist echt eine brutale Truppe hier. Hier 13. Also ich habe, hier sieht man übrigens, dass es einen Softcap gibt. Am Anfang ist ja quasi jeder Punkt 7%. Du hast meinen Held toll gemacht. Und jenseits, glaube ich, von 50% wird es weniger, glaube ich. Aber ich weiß gerade nicht genau, wo. Aber kommst du nie, glaube ich, an 100%. Jetzt rennt er da rum und greift meine eigenen Leute an. Das gibt es doch nicht. Wurde er übernommen? Nee, er ist jetzt wahnsinnig. Für eine kurze Zeit. Wahnsinnig lustig ist er. Ja, man kann ja auch Einheiten übernehmen. Das ist unglaublich spaßig, wenn man das hinbekommt. Vor allem, wenn es so eine mega starke Truppe ist, wo man sich normalerweise darauf verlassen hat. Und auf einmal wechseln die die Seiten. Wer ist denn gerade dran? Also ich sehe gar keine Einheitenbewegung mehr. Ah. Ich überlege gerade, was ich mache tatsächlich. Weil da halt reinzurennen, ist halt so mittelschlau. Also ich muss euch ein großes Kompliment machen. Dieser Stehtanz hier ist eine große... Werbung für dieses Spiel. Leute, lacht ihr euch da mal ab. Da kann man ja nicht zugucken. Das ist ja furchtbar. Nein, das sind taktische Finessen. Das ist so, wie man so einem taktischen Fußballspiel zuschaut. Die Kenner... Ja, die haben ganz ernst. Die machen eine Meisterstraße, stimmt. Spannbar. Genau. Wo beide Mannschaften sich im Strafraum verdrücken. Ah, toll. Also ihr spielt so eure Age of Wonder 4 wie irgendwelche italienischen Clubs, die sich in Cantenaccio gegenseitig aufreiben. Das ist schrecklich. Ja, aber... Ich kann nicht mehr hingucken. Aber das bedeutet... WB, das bedeutet, dass demnächst einfach einer sich hinwirft und schreit, Aua, faul? Lassen Sie die beiden doch mal ein bisschen motivieren. Wir sagen einfach, du als mein Lehnsherr und ich, wir motivieren die beiden. Derjenige, der verlieren wird, dem werden wir den Krieg erklären. Du und ich. Einverstanden? Nein. Wow. Das wird nicht passieren, denn solche Entscheidungen trifft immer noch der Lehnsherr und nicht der Vasall. Ganz genau. Vor allem nicht ganz Puffer dazwischen. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Das sollte euch motivieren hier. Ich hab's vorhin schon gesagt. Ich glaub, ich hab einen schwierigen Vasallen. Ja, das glaub ich auch. Den Eindruck hab ich tatsächlich auch. Also ich seh da keine Probleme momentan. Ich hab eher so das Gefühl, ich hab so diesen komischen Onkel in mein Haus gelassen, den die ganze Familie nicht ins Haus lassen will. Und jetzt ist er halt da und sitzt auf meinem Sofa. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das Gefühl? In meinem Vasallenvertrag. Ich bin immer der Ongel. Ich hab mich schwach auf weiß, mit Blut, Tinte unterschrieben. Ich lese vor. WB, du gelobst. Murp hatte es mir so diktiert. Du gelobst. Maurice, alle 30 Sekunden einen guten und wertvollen Ratschlag zu geben. Den braucht er dringend. Das steht da drin. Hab ich unterschrieben. Ist meine Pflicht als Vasall. Ja, aber sollte dieser Ratschlag, der gut ist, nicht auch gut sein? Also ich meine, das muss ja schließlich irgendwie noch von einem neutralen Richter oder einer Vertrauensperson abgesegnet werden. Ob das jetzt ein guter Vorschlag ist oder auch nicht. Keine Moment. Die 5 Minuten sind um. Der Wecker schrillt. Murp, du bist dein Beste und wir machen Steini fertig. Steini ist doof. Murp vor. 5 Minuten wieder. Ja, das ist recht so. Ich, äh, wie gesagt, ich genieße es. Wenn auch nur ein bisschen. Man sollte sich echt gut überlegen, was man sich in Verträge reinschreiben lässt, ne? Ja, ja. Vor allem er hat es reingeschrieben. Mann, das war von Anfang an schon die völlig falsche Ausgangslage. So große Schlachten, wenn sie einigermaßen schlau geführt würden, tatsächlich relativ undynamisch sind. Ähm. Weil der, der reinrennt, hat ja einen riesigen Nachteil. Gerade gegen so eine große Armee. Weil er dann viel Bewegungspunkte verbraucht, um wenig Schaden zu machen. Und dann können die ganzen Einheiten ihn fokussen. Das ist richtig, ja. Kurz für eine Minute weg vom Mikro, müssen beide Füße eingeschlafen. Ich krieche mal schnell rüber zum ersten Hilfekasten. Jawohl. Jo, jo. Also tatsächlich hast du ja ein doppeltes Problem, ne? Du hast ja als Angreifer das Problem, dass du weniger Attacken hast. Und wenn der Gegner in der Verteidigungs-Stance steht, hat er halt noch mehr Widerstände. Ja. Oh, eine Einheit bewegt sich in den Angriff von Ecke. Ein Feld nach vorne. Wollte ich gerade schon sagen. Das ist ja ein Offensivspiel. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, hier kommt der Wende. Jetzt geht's los. Nee, nee, Ranger, du musst es ehrlich sagen. Er ist tatsächlich noch am PC. Er ist nicht scheintot. Ist Strategie Ecke noch da? Sonst wird er wegen Spielverzögerung aus dem Spiel geworfen. Jetzt sehe ich gerade, dass die alle Leichen fressen können. Gegen was? Meine Frösche, meine Edlen. Gegen was für Dämonen und Teufeleien kämpfen wir hier? Werden sie tilgen von dieser Erde? Leichen fressen. Der erste Kampf. Oh, Tatsache, es geht los. Leichen fressen ist übrigens bekannterweise eine overpowerte Fähigkeit. Ich werf's bloß mal in den Raum. Meine Frösche, meine Kameraden, meine Brüder. Nun ist es soweit. Ich bin ein Ranger bestimmt. Aber... Was ist das für mir? Irgendeine OP-Fähigkeit. Aber Ecke, weißt du, dass du auch deine Einheiten ausrichten kannst? Manche stehen dann mit dem Arsch zum Feind. Ja, das ist die aktuelle Situation, dass ich die Verhöhnung des Feindes... Das ist eine moralische Einstellung. Ach, du machst den Braveheart. Das ist die Fähigkeit Mond von Wanne Eickel. Jetzt weiß ich auch, was unter Moonshine zu verstehen ist. Ich dachte immer, das wäre ein Schnaps. Der Feind kommt, meine Frösche. Seht ihre gebleckten Zähne, ihre widerliche rote Haut, ihre dämonischen Antlitze. Nun gilt es... Für die Ehre... Für alles, was gut und recht ist, werden wir sie unterwerfen... Ich seh da nur eisene Maschinen. ...in die Salzminen führen, auf das sie endlich mal etwas Produktives in ihrem traurigen Leben tun. Eine interessante Taktik, die verschobene Flanke. Naja, also... Wurde damals auch im Linienkampf eingesetzt. Jetzt sehen wir sie auch hier in Fantasy-Setting. Aber damals hat man noch geschossen. Hey, 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 jetzt mal... Ich glaube, es gab auch mal Zeiten ohne Schusswaffen, war ich... Also, wenn ihr nun schon alle so gnädig ihm die Schlacht gegeben habt, dann musst du ja auch genug Zeit finden. Also, ich kann ja nicht mal angreifen, ey. Krass, Zeitmangel. Scheiße. Ja, ich hab taktische Inaktivität eingestellt, damit ich nämlich solche Angrunden verbringe. Jetzt konnte ich nicht meine Einheiten ausrichten, gar nichts. Alter, okay, ich beeile mich. Ja, das... Wir gönnen... Also, wie gesagt, Stein, weil wir gönnen ihm die Schlacht, aber du musst uns auch gönnen, dann natürlich zu kommentieren. Das stimmt. Ich werde meine Schlachten nicht schlagen, aber ich schlage auch gar keine Schlachten. Nee, eben, weil du dich da unten im Katzenklo versteckst und keiner nimmt das wahr. Doch, doch, ich hab das schon wahrgenommen, definitiv, keine Sorge. Das hat mich nicht getrofiert. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass mein Vasall an diesem Punkt nicht Unrecht hat, dass man sich vielleicht um diese Einbunkerei kümmern muss. Aber vielleicht kann ich mich ja auch noch gütlich einigen mit der Katze. Wer weiß. Ich werde direkt eurer Meinung, aber Strategie-Ecke ist ja hier ein marodierender Maraudeur, der marodiert. Das sind sehr viele M's, die du gerade eben benutzt hast. Ich arbeite auch eigentlich für M und M, deswegen. Also, ich sag mal so, wenn das jetzt hier... Gott, wie heißt nochmal dieses Spiel mit den Worten? Ich bin nicht so gut mit Worten. Nicht so gut wie andere. Scrabble? Scrabble, genau. Würdest du nicht sehr viele Punkte, glaube ich, dafür bekommen, wegen Abnutzung? Oder wie funktioniert dieses Spiel nochmal? Kann mir das jemand nebenbei kurz erklären? Zu viele Worte wegen Abnutzung. Also, deswegen sage ich grundsätzlich wenig am Tag. Damit ich auch keinen Abzug bekomme. Ja, das mache ich genauso. Ich bin ja nicht gut mit Worten. Warum haben eigentlich die einen Einheiten von Maurice Straßenlaternen in der Hand? Weil sie leuchtend sind. Die wollen, dass ihnen ein Licht aufgeht, ne? Und so läuft das mit der Leuchte. So ein Ebel. Oh, das war aber ein guter Gegenschlag von Ecke. Das sind... Das ist ja unwünstig, was hier passiert. Also, Maurice, ich vertraue jetzt nicht. Du musst jetzt gewinnen. Sonst... Das Gute ist ja, wenn der die Schlacht gewinnt, steht da schon nochmal zwei Sechser Armeen. Aber... Lass mich nicht verunsichern. Nein. Na gut, eine Sechser und eine Vierer. Du siehst du. Er hat schon zu viel bei seinem Bündnispartner Writing Bull abgeguckt mit dem Lügen. Das Lustige ist, wenn ich eine Armee von dir besiege, besteht eine 50% Chance, dass ich eine Einheit geschenkt kriege. Es kann sein, dass es tatsächlich nach dieser Schlacht wirklich zwei Sechser gibt. Deswegen hast du so viele. Ich habe mich immer gewundert, dass du vorgehst, eine Armee besiegst, auf einmal zack, hier ist eine Einheit. Ja, ja. Ja, es gibt so etwas, dass du Einheiten bekommst. Vor allem, wenn du Plagen vernichtest, dann kannst du Einheiten geschenkt bekommen. Also, diese Chaos-Affinität ist schon ziemlich mächtig. Also, ich bekomme immer Einheiten, wenn ich ein Gebiet annektiere. Das geht auch, ja. Ich bekomme tatsächlich immer Einheiten, wenn ich Gold ausgebe und ein paar Runden warte. Ne, aber das ist geil. Da kriegt man so tolle Tiere. Also, wenn man tierlieb ist... Ich knallt mein Bord sich ins Toh. Den streichelst du auch die ganze Zeit. Deswegen war es auch so schön bei ihm im Land. Vielleicht mal zur Stufe 4, irgendwie so einen geilen Adler und wer bewegen. Ne, okay. Ist immer noch Maurice dran, oder? Ne, ich habe es gerade beendet. Ah, okay. Weil ich habe echt einen Überblick verloren, wer wann dran ist. Ja, es wird interessant. Ich habe jetzt einen ganzen Zug gemacht. Ich habe eine Einheit getötet. Na ja, jetzt ist ja der Nahkampf erst ausgebrochen, ne? Das stimmt, das stimmt. Also, ich glaube, jetzt fängt die Messerarbeit an hier. Jetzt fängt die Messerarbeit an, ja. Ja, für seit Leicht aufziehen. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. So wie du in Defensive gespackt hast, Maurice, hat offensichtlich Strategie-Ecke in Offensiv-Schaden gespackt. Ja, ja. Wird jetzt interessant. Also, er macht auch gut Schaden, denke ich. Mhm. Wie man sieht. Und Brennen mit Dots sind natürlich auch immer eine gute Sache auf Dauer, ne? Schöner Brand. Ungünstig. Lecker. Das ist richtig, Quimeral. Wenn Maurice seine Highlights gut einsetzen kann, dann kann es natürlich sein, dass das wiederum zu seinem Vorteil gereicht. Drei, zwei, eins. Na, bist der große und allergrößte, beste, schönste Hutträger aller Zeiten. Und Steini ist ganz doof und wir machen ihn fertig. Fünf Minuten wieder. Also, du darfst auch gerne das alle zehn Minuten machen. Ja, das kannst du sagen, aber das ist ein heiliges Glück, das ich dir gegeben habe. Das geht nicht. Es sei denn, du würdest mir Geld dafür geben, dass ich es nicht alle fünf Minuten mache, weil ich zu kann. Hält ja, wie viel Schaden machen die denn? Das sind auch nur die T1-Einheiten. Ja, ich bin etwas überrascht. Das war ja, ach, gut, das war der schwache Eisengohlen. Ja, wenn das ein Dreier gewesen wäre, hätte ich auch nicht schlecht geguckt. Ja, ja, das ist der, ich habe gerade überrascht, das ist dieser Eisengohlen-Assistent, den mein Held in der Fähigkeit bekommt. Der Azubi. Nicht gut. Wir nehmen das in die Notizen mit auf. Ein Eisengohlen-Assistent, Leute. Ja, ganz im Ernst, also, jetzt kommt es halt darauf an, ob Maurice Schaden machen kann und durchhalten kann. Herzelf heißt die eine Einheit. Davon hängt das Ganze jetzt hier ab. Hast du gelesen? Sterbehilfe. Ja, gut, kann man auch so nennen, aber. Ich würde mich jetzt im Prinzip nicht überraschen. Ich würde deshalb schon diese Schlaffen nicht hier ausfragen, weil ich es überhaupt nicht ertragen könnte, mir darüber keine Gedanken zu machen, wie ich am besten vorgehe. Weil hier muss man ja einfach klicken, 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 ohne Sinn und Verstand. Ja, oder man kennt seine Einheiten halt in- und auswendig, aber das können halt beide nicht wissen. Ja, aber so eine Riesenschlachten sind halt so. Ich glaube, du hast gerade deine eigenen Leute. Und zwar zweimal. Ja, das war jetzt nicht so das Ding, was ich sehen wollte eigentlich. Ja, verstehe ich. Ist das knapp, Mensch. Also wenn es automatisch gemacht hättest, Maurice, dann hättest du es wahrscheinlich deutlich besser gewonnen. Aber ich, da bin ich das jetzt zu beurteilen. Schwer zu sagen. Ja, ich glaube, der Auto-Resolve hat schon Bock auf Einheiten, die viel aushalten. Definitiv, ja. Deswegen habe ich auch keine Einheiten bis jetzt verloren. Ja. Oder kaum Einheiten verloren. Ich muss ja zugeben, dass Riding-Bulme tatsächlich schon zwei, drei Einheiten weggeklatscht hatte. Dieser Schuft. Ach ja. Ab jetzt werde ich nichts mehr machen, ohne dass es Mörg mir genehmigt. Da warf ich das ja auch. Du darfst atmen und trinken. Danke, endlich wieder. Und aufs Klo gehen, keine Sorge. Das ist auch eine Dauererlaubnis jeweils. Wo hat die anderen Füße noch kämpfen können, ne? Der kann da auch noch rein, ey. Das hast du ja echt noch gekriegt. Wenn du kalte Füße hast, kann ich dir gerne ein paar Pantoffeln bringen. Nee, du, ich habe keine kalte Füße. Ich sitze hier zwischen zwei PCs, die wärmen hier ganz schön. Also eigentlich ist mir sogar zu heiß. Aber du darfst gerne mir Luft zufächeln. Ja, sehr gerne. Ich dachte, als wäre es, muss man dann die Füße von seinem Lebensjahr nehmen und zum Wärmen in die eigene Kniekehle packen. Ich mache das wirklich. Also meine Zuschauer können das bestätigen. Ich habe ja ein Total War Free Kingdoms Fächer und dann fächer ich dir gerade Luft zu. Könnte sein, dass es auch auf dem Mikro ankommt. Dann bitte ich um Verzeihung. Du wirst lachen. Ich müsste diesen Fächer irgendwo auch noch rumliegen haben. Ich sehe ihn gerade bloß nicht. Dann haben sie ihn auch mal bekommen, ne? Nee, nee. Den Free Kingdoms, den habe ich in der Gamescom bekommen. Moment. Ich hatte gerade Auto-Move. Ach nee, das war mein Typ, der ... Ist dein Held bekehrt? Nee, der ist toll. Der ist tollwütig. Das ist was anderes nochmal. Ach, dein Held ist tollwütig gerade? Das kann man zum Glück entfernen. Ah, da. Oh, wie Gottes Willen. Das ist ja gemein. Das ist ja richtig gemein. Welche Held ist tollwütig? Meine Held ist. Und wie hoch waren die Chance dafür? Strategie Ecke. 100% ist ein Zauber. Alter. Ja, man kann dem schon widerstehen, aber man muss nicht, sagen wir so. Ecke ist der Angriff war jetzt schon beeindruckend. Ja. Schon, äh ... Ja, ich mache mich schon mal bereit, Basalt zu werden einfach. Ist einfach ... Ich habe ja schon ein bisschen gelernt bei Brighton Ghoul. Ich habe aber auch zwei, drei Einheiten, die genau vor dem Tod stehen. Solange die nichts naschen können, sind die halt auch bald tot. Also willst du dich jetzt von Ecke Farb basalisieren lassen, Ranger, oder wie? Ich habe nur erstmal in den Raum geworfen, dass ich bereit bin, Basalt zu werden. Wer im Endeffekt mein Dienstherr ist, ist auch egal. Was ist mit euch los? Kannst du mir kurz erklären, aus welcher Richtung eigentlich tatsächlich Strategie-Ecke dich immer angreift? Ich meine, wir haben ja ein Bündnis, wir beide. Ich bin im Norden. Im Norden. Also links, also ... Im Norden ist Ecke gewesen, von Westen aus kam die ganze Zeit eine KI, die mir von Anfang an den Krieg erklärt hatte, und von Süden aus kam Brighton Ghoul. Und im Osten hat mich keiner angegriffen, da ist ein Berg. Verstehe. Also ich kann dir natürlich jetzt gerne, jetzt wo ich so ein bisschen Luft zum Atmen habe, natürlich auch gegen diese ... brutalen Orks helfen. Keine Frage. Ah, da würde ich mich aber freuen. Und ich helfe auch. Also wenn Murp sagt, hilf Ranger, dann mache ich das. Natürlich, wir helfen jetzt Ranger. Ganz klar. Egal wie diese Schlacht jetzt hier endet, wir helfen jetzt Ranger. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Klar. Hast du ... Ich habe das gar nicht ganz mitbekommen. Glauben Sie, dass die nicht gut für mich endet. Bin ich ehrlich. Was bekommen wir denn dafür? Mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Ja, also erstmal bekommen wir ein gutes, wohliges Gefühl in der Magengrube. Gut, das ... Im Ernst. Die Frage war ernsthaft gemeint. Es ist eine sehr lustige Antwort, aber ganz ernsthaft, bitte. So nett, wie ich dir geholfen habe, Writing Bull, müsstest du eigentlich sagen, ja, bitte, lass uns auf jeden Fall dem Ranger helfen. Das stimmt. Betretenes Schweigen. Auf deiner Seite, weil ich nicht drauf eingehe. König Maurice hat zugestimmt. Ja, also nach ... Also ich sag's mal so, du darfst aufhören, mir Luft zuzufächeln. Ist das eine gute Bezahlung? Ja, dann höre ich jetzt auf. Mit ganzem Ernst, mein rechter Arm war schon total lahm. Ich habe das jetzt ohne ... Ja, das wollen wir auch nicht. Ohne paar Minuten lang gemacht hier. Das wollen wir natürlich nicht, dass dein Arm jetzt hier lahm wird, deswegen, aber so im Gegenzug schicken wir jetzt unsere Truppen gegen Ecke in die Schlacht. Wie er möchtet, mein Dienzherr. Hey, was ist denn hier schon wieder los? Was soll das? Ja, also wer hier einfach ... Konzentriert aber auf den wahren Sieger der Runde, den Steinwallen hier, bevor der uns davonzieht. Wer einfach fremde Helden besitzt, von denen ergreift, denen gehört einfach der Puffersold. Ist einfach so. Ja, das ist auch ehrenlos. Also absolut. Jetzt hab's ich gesagt und nicht Maurice. Jetzt hab's ich gesagt. Na, na, na. Ich mach die doch nur tollwütig. Ja, aber tollwüt ist ja auch jetzt nicht unbedingt etwas, was man toll finden muss. Auch wenn toll im Namen drinsteckt. Das stimmt, ja. Ich frag mich sowieso, warum das als tollwütig bezeichnet wird. Ich seh immer nur jetzt Schaden bei deinen Einwänden. Ja, es ist ... Der ist nicht so geil. Das ist absolut korrekt. Ah, okay, da. Ah, die zweite Einheit ist gefallen. Jetzt kommt der Wendepunkt, wie man gerne auf Französisch sagt. Le Wendepunkt. The point, the change. Das ist toll, als was Positives gilt. Jede Wetter, dass das irgendwie so eine moderne Sache ist. So wie geil mittlerweile, was Positives ist. Aber die Urbezeichnung als toll, das ist sicher die, dass jemand toll ist. Also von der Vernunft nicht gesteuert und verrückte Dinge macht. Und er später, dass man das ja später als was Positives angesehen hat, umgangssprachlich. Ich glaube, das kommt ... Das kommt wahrscheinlich so von der ... Du hast wahrscheinlich recht, ja, von der Umdeutung, dass halt letzten Endes irgendwann mal etwas einfach so wild war. Aber in dem Sinne positiv, wie als jemand, der toll ... Hast du gerade Zombies beschworen? Im ursprünglichen Sinne wäre. Das kann gar nicht sein. Da muss ich mich verkommen fahren. Das ist doch ähnlich mal geil. Im Chat heißt es auch bei mir, ein Mob ist toll. Ja, mittelhochdeutsch für nicht bei Sinn. Das ist toll. Ja, also da kann ich nicht mal widersprechen. Ich weiß, ja. Wie gesagt, ich werde hier von diesem Hut kontrolliert. Ich kann nicht bei Sinn sein. Vielleicht war ja dann wiederum Wut irgendwann mal was Positives. Oh, ich bin heute wütend. Das freut mich für dich. Oh, was hast du das hingekriegt? Dass sie alle wieder ihre Moral erhöht haben. Weil sie eine Einheit gekillt haben. Ja. Ach, ist doch was gestorben. Ah. Deine Steineisen-Kohlems hier, die sind Brecher. Das ist schon übel. Oh, das sind geile Einheiten, ja. Tut eine gute Weh. Ja, vor allem, wenn du gesagt hast, Steineisen-Einheiten. Ich meine, wenn die aus Stein und aus Eisen bestehen, dann müssen die auch einfach gut sein. Wenn man die erstmal weg hat, dann platzt der Knoten aber, ne? Das ist schon ein richtiger Steinwall. Ja. Gott. Der war auch gut. Ja. Gib doch mal deine Trophäe. Ich gebe jetzt tatsächlich ja doch die Trophäe zu Rüebolts zu Steinwallen, ja. Ach so, gut war es jetzt auch nicht. Doch. Ja. Ich fand sie gut. Es ist nicht gerade eine Trophäe für gut. Das ist schon. Außerdem haben wir ja gesagt, dass derjenige, der sie hat, entscheiden darf, wann sie geht. Und jetzt geht sie zu dir. Das stimmt. Also ich fand es gut und das reicht, dass es jetzt rüber geht. Ich glaube tatsächlich, das verliere ich. Oh, bei mir wird gerade im Chat gefahren und weiß jemand, woher dann die Torheit kommt. Jetzt sind die Hofgoogler gefahren. Ich habe mich verkligen. Kann man mir was zurück machen? Ja, ne? Nee. Ja, Gott sei Dank. Kade. Was, man kann es rücksetzen? Das war close. Kade. Das hat mich jetzt gerade sehr gefreut, wie die da hier in den Nahkampf gehen, diese Magier, ja. Ich habe übrigens heute schon gewebert. Ich hatte nämlich einen Gameplan, genau in welche Reihenfolge ich welche Bücher mache. Und habe dann tatsächlich mich verklickt und ein komplett anderes Buch genommen von einem anderen Affiliate. Das war so richtig scheiße. Ja. Das glaube ich dir. Das Problem, das sieht so rosig aus. Das Problem, was ich das Gefühl habe, war, Maurice fehlen einfach die Damage-Sachen. Also, ja, die hast du als, ähm, Hochkultur halt nicht wirklich. Ich habe tatsächlich so ein bisschen geskillt auf Moral reduzieren. Das macht aber gerade weniger, als ich erhofft hatte. Also, das kann schon mächtig sein, aber da muss man halt permanent auf die Einheiten einknüppeln und sie dürfen nicht ihre Moral wieder erhöhen. Ja, ja, was er halt schafft, genau, weil seine Einheiten sehr gut Schaden machen. Ja, krass. Nee, das verliere ich, glaube ich. Das sehe ich gerade keinen Sieg mehr. Ich werde natürlich noch gucken, so viel Schaden anzurichten, wie ich kann. Aber war etwas überrascht, wie krass viel Schaden ich tatsächlich nehme, obwohl ich sehr auf Tankiness geskillt habe, eigentlich auch. Ja, ich frage mich gerade eben auch, wo das herkommt, weil von den Werten her sehe ich das nicht. Ja, ich habe eigentlich gerade noch Stahlhaut, bin ich am erforschen. Aber. Also ich sehe ja zum Beispiel, dass deine normalen Orcs machen halt zehn physischen Schaden, fünf Feuerschaden, fünf Giftschaden. Aber das müsste ja eigentlich auch prozentual von deinen ganzen Resistenzen abgefangen werden. Es sei denn, er hat irgendetwas, was das durchbrechen kann. Also deine Widerstände, das sehe ich jetzt aber nicht. Glaube nicht. Und wir werden überhaupt dann nur ganz vereinzelt. Gerne doch. Hans, verschieben uns mal bitte. Ja, aber nur mit mir. Da müssen sich Pläne, glaube ich, gerade ändern. Nein, 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 nein. Ehrlich. Ich bin nur ein Schoßhund. Ich muss mitkommen. Ich muss auch nur aufpassen. Der Hund muss draußen warten. Wir sind... Das steht in meinem Vasallenvertrag. Nein, das steht nicht drin. Das haben wir nicht so reingeschrieben. Du weißt mein Herz. Ich bin ein ganz treuer Hund Damit kann ich leben. Hans, verschieben uns bitte. Nein, hör mal, ich weine gleich. Du willst doch keinen alten Mann zum Weinen bringen. Ich werde gar nicht da sein, um das mitzubekommen. Okay, Ranger, lass mal hören. Ja, wir sind im Separi. Also, wir sollten gleich, beziehungsweise du sollst gleich direkt deine Einheiten zu mir hochbewegen. Das mache ich, ja. Wenn sonst versucht er demnächst über Maurice drüber zu gehen oder über mich drüber zu gehen. Die Armeen, die hier kämpfen, die haben schon gegen zwei von meinen Armeen ordentlich Schaden bekommen. Deswegen wundert mich das umso mehr, dass er jetzt so stark da durchhaut. Ja, ich brauche... Das kann natürlich sein, dass Maurice einfach nur Pech hat und dass er jetzt hier quasi eine Konterarmee vor sich hat. Also, meine Armeen sind halt auch eher tanky. Aber... Ich muss nur... Ich muss nur ein bisschen Zeit haben, um mich nochmal aufzubauen. Okay, ja. Das kriegen wir hin, dich aufzubauen. Also, ich werde es... Ich habe sechs Armeen. Ich werde sechs Armeen zu dir hochschieben. Okay, ich baue dann schnellstmöglich... Also, ich versuche jetzt erstmal wieder zwei Armeen aufzubauen. Ich habe halt einfach sechs Armeen heute verloren. Okay, das ist heftig. Also, das habe ich nicht. Also, ich habe insgesamt, glaube ich, drei oder vier Einheiten verloren gegen Writing Bull. Es waren zwar einige fast down und ich war froh, dass er in dem Moment nicht nochmal angegriffen hat. Aber ich glaube, er hat es sich einfach in dem Moment nicht getraut, weil er, glaube ich, den Zustand meiner Armeen nicht gesehen hatte. Ja, also, das ist... Er hat mich schon hart erwischt gehabt. Und dadurch, dass ich im Drei-Fronten-Krieg war, konnte ich meine Einheiten nicht fokussiert zusammen irgendwo packen. Also, meine Truppen haben so halt so eine Mischung aus Schaden machen und tanken. Also, die sind halt von Haus aus extrem tanky, weil sie halt Fleißar... Also, Materiumstruppen sind. Aber ich habe halt auch Feuer geskillt, so wie er. Und wenn ich Glück habe, hilft das. Okay. Dann gehen wir wieder hoch, ne? Genau. Dann gleich einfach direkt deine Armeen zu mir bewegen. Mache ich, ja. Okay. Ah. Welcher Glück? Ich hoffe, es nervt euch nicht, wenn ich mal ganz kurz das Thema drauf auf die Nachricht des Tages lenke. Release heute verkündet von Jacket Alliance 3 Mitte Juli. Ah, stimmt. Mitte Juli, oh cool. Ihr habt ja schon gespielt, ne? Ich noch gar nicht. Jetzt nochmal Flaute. Im Sommerloch. Ja, aber toll. Ja, mutige Entscheidung. Sind wir mal ehrlich, ich freue mich ehrlich gesagt so ein bisschen aufs Sommerloch, weil es ein bisschen entspannter wird. Ich glaube, es gibt gar kein Sommerloch. Ich habe auch das Gefühl, Die letzten zwei Jahre werden jetzt alle nachgeholt in diesem Sommer. Ich denke, Lamplighters League kommt auch noch im Sommer. Es ist auch nochmal ein sehr geile Spiel. und jetzt Jacket Alliance ist schon krass. Naja. Ey, diese scheiß Berserker halt, dass die auch noch weniger, dass die nicht sterben können jetzt für eine Runde. Das ist natürlich super ungünstig. Du meinst, dieses Standhaft? Ja. Das ist hart. Das sind nervigeren Fähigkeiten im Spiel. Ich habe sogar schon festgestellt, es gibt sogar ein Standhaft, das sogar zwei Runden dauern kann. Ah Gott. Das hatte ich auch mal, glaube ich, ja. Da habe ich auch gedacht, mit dem Pferd, du. Bei mir im Chat wird gerade nochmal nachgefragt, 14. Juli. 14. Juli erscheint Jacket Alliance 3. Wurde heute angekündigt. Okay, aber das ist schon irgendwie ist es auch ein bisschen spannend. Aber das Spiel der Kampf hier, aber ich sage mal ehrlich gesagt mehr als eine Schlacht in so eine Aufgabe. Also ganz im Ernst, jeder, der ab jetzt eine Schlacht haben möchte, ich lege Veto ein, es hat in dieser Mord bestimmt nicht zu. Ich bin jetzt der Leidtragende. Ich verliere jetzt diese Schlacht wegen der Erkenntnis, die wie Steinwallen und ich von Anfang an gesagt haben. Ja, ich war ja auch dafür. das Veto einlegen können. Ja, ne, ich kann ja ich selbst das Veto einlegen. Das ist ja Quatsch. Ich war ja beteiligt. Also ich hatte natürlich totales Interesse, ja Veto einzulegen, einfach aus Gewinnsucht. Also ich, 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 ich möchte an dieser Stelle einfach mal betonen, wie ehrenhaft das von Maurice ist. Dass er in einer solchen befangenen Situation nicht das Veto einlegt, das ist ehrenvoll. Das wäre Quatsch. Weil ich hätte Autoreswold hätte ich ja easy gewonnen, glaube ich. Mit 600 mehr und Tank-Einheiten. Absolut. Das wäre dann, äh, wäre dann Quatsch gewesen. Und da hätte ich ja nicht, ich hätte ja nicht Veto eingelegt, weil ich der Meinung war, es wäre eine schlechtere Show jetzt, sondern weil ich gewinnen will. Und das ist ja nicht das Kriterium. Maurice, wir alle würden es nicht mitzählen, wenn du einmal bei dieser Gelegenheit sagen würdest, ich bin ein Mann von Ehre. Das darfst du. Zählt nicht mit. Ja, also ein Frosch von Ehre. Die Frösche sind ehrbar. Sie werden ja, man sieht ja, keine, keine gute Tat bleibt ungestraft. Die gesamte Froscharmee wird jetzt vernichtet, äh, weil wir ehrbar waren. Sie werden von den Orks gefressen. Ich fand's, ich fand's übrigens schön, wie du, wie du in dem Moment, Einmal Ehre, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, einmal das Wort Ehre, einmal. Das wollte ich gerade sagen, äh, Daniel. Er hat's, er hat's, in dem Moment ist es richtig aus ihm rausgeplatzt. Dann ist auch gleich noch ein zweites Ehre mit rausgerollt. Ja, natürlich, natürlich. Genau. Wir würden ja alle wahrscheinlich aufzeichnen unsere Dreams auf YouTube. Ich werde meinen mit dem Satz des Tages drüber schreiben, in die YouTube-Überschrift, da steht drin, Maurice Doppelpunkt, ich bin ein Frosch von Ehre. Ja. Ja. Nee, ich glaub, ich hab mich tatsächlich ein bisschen verskillt. Diese, diese Moral-Debuffs klangen auf dem Papier irgendwie lustiger, als sie jetzt in der Praxis hier sind. Die machen kaum was. Äh, weil ich gleichzeitig nicht wirklich den Schaden hab, um halt in Kombination damit die Moral wirklich runterzutreiben, weil du musst trotzdem halt noch Sachen töten. Ähm. Oder zumindest treffen. Welche, welche Moral-Debuff hast du? Es gibt einen, wo du nur treffen musst. Ich hab verschiedenste. Ich hab den, wo man treffen muss, glaub ich. Ich hab auch den, äh. Was war denn irgendwo? Ich hab, äh. Ich hab Treffen, genau. Und ich hab auch noch, glaub ich, irgendwas mit Waffen, dass, wenn der Gegner wenig Moral hat. Und ich hab halt noch die Reittiere, aber da hab ich noch nicht so viele Einheiten, die auch diese Aura geben. Ob es Verskillung ist? Vielleicht einfach nur von der Einheitenkomposition? Ja. Kann auch sein. Kann auch sein. Einfach Schock und Schadensanhalten. Ja, das hast du ja mit, ähm, Licht nicht so viel. Du fängst ja einfach wirklich sehr viel an mit Schildeinheiten und so Zeugs. Aber... Kann gut sein, Zauberer. Kann gut sein. Tatsächlich. Jetzt bin ich ja massiv unterlegen. Kann mal gucken, ob ich hier noch diesen komischen Berserker... Nee, das sind die Zombies. Oder ist das der Berserker? Nee, Zauberer, ich sag ihr, das ist... Kennt ihr die Serie Wer ist hier der Boss? Nee, der ist schon noch da. Das trifft eigentlich ganz toll auf die Situation zu. Ausgenommen. Weil er mehrere Züge lang nicht agieren konnte. Ich hab mal eine Frage an euch, weil es mir gerade eben so in den Sinn kommt. Wenn ihr eure jetzige Spielsituation mit einer TV-Serie vergleichen müsstet, wie würde der Name dieser TV-Serie lauten? Bei mir wäre es... Wer ist hier der Boss? Nee, das wär's bei mir nicht. Das wär's bei mir nicht. So, ein bisschen Schaden richten wir jetzt schon noch an. Immerhin. Ich glaub, das ist noch nicht ganz so gegessen. Ja, doch. Du hast jetzt halt eine Runde, wo du mich richtig weghauen kannst. Äh... Das sind alle, wie gesagt, immer... Haben alle ihre Moral wieder hochgesetzt. Dadurch, äh... Passiert hier sehr wenig. Ist der in so einer Kontrollzone hier? Der Chat wird bei mir vorgeschlagen. Richtig. Traffic voller Leben, voller Helden. Ja, bei mir... Nicht ganz so unrecht. Dschungel-Camp. Ich... Auch. Ich persönlich würde gerne vorschlagen Mr. Bull und die kleinen Strolchen. Wow. Bei mir wird vorgeschlagen, echt so eine Armee. Liebling, ich hab meine Armee geschrumpft. Das finde ich noch besser. Ja, wobei, wenn ich jetzt zu dir... Das ist sehr witzig, ja. Wenn ich jetzt zu dir hochkomme, Ranger... Wenn ich jetzt zu dir hochkommen soll, dann könnte er auch, dass ein Filmtitel heißen, Saving Private Ranger, ne? Ja. Den privaten Ranger muss man retten. Weißt es doch, ne? Genau. Ist jetzt diese Situation so, dass wenn jetzt Ecke gewinnt, jetzt plötzlich alles da fällt auf der Ecke, oder was? Ich bin in seiner Stadt. Er müsste dann schon noch zu mir. Eben, ja. Da ist noch nichts verloren. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass er gerade zeigt, dass seine Armee-Komposition einfach besser ist als meine. Also, mal schauen. Also, ich hab natürlich nur Informationen aus zweiter Handsteinwahlen, aber mir wurde zugetragen von meinem Bündnispartner, dass, ich sag's mal so, die Lunte kurz ist, die zu einem Zusammenfallen führen kann. Da oben. Im Norden. Okay. Und Ecke ist der mit dem Streichholz. Lunte ist kurz. Deswegen ist Ranger so nervös. Ich bin nicht nervös. Ich bin negativ optimistisch. Mein edler Held, er konnte nichts machen. Hat sich ausgequakt. Nee, also, ich nehm positive F.V. mit daraus. Ich mein, durch diesen Kampf hat Ecke jetzt bestimmt zwei Einheiten verloren. Also, hm. Also, wissen wir, das hab ich ihm schon gekillt. So ist nicht, aber zu wenig tatsächlich. Also, für mich ist die Überschrift dieses Videos wäre, sei kein Frosch. Was soll das jetzt? Ihr Schweine. Der Pokal ist grad immer noch zurecht bei dir, Steinwahlen. Ja. Ja, aber man sollte sagen, wenn Ecke jetzt diesen Kampf gewinnt, dann könnte man demnächst zumindest das Filmzitat bei mir anwenden. Äh, ihr habt Ranger getötet, ihr Schweine. So. Das müssen wir. Ja, aber das Problem ist, ich weiß doch jetzt schon bei der Natur dieser Orks, dass ich dann der Nächste bin. Beziehungsweise, es ist eher dann natürlich Riding Bull, der der Nächste ist, weil der noch zwischen mir und ihm steht. Aber, das heißt, ich muss ja sowieso kämpfen. Ja. Das Blöde ist, die eine Person, die sich ja nicht Nächster ist, ist Steinwahlen. Ähm, der weit weg von den marodierenden Orks einfach seinen Punktesieg aufbaut. Oh, vielen Dank für das Stichwort. Klingeling, Klingeling, Mr. Murp ist der Größte und wir schnappen uns Steini. Jetzt gleich, ne? Oh Mann, was, oh Mann, den's ja. Geht's jetzt Richtung Steinwahlen? Du und ich? Und Ranger auch? Hab ich das richtig verstanden? Ja, 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 ich komm mit. Mit, äh, guter Unterstützung und Gedanken. Wir, wir, wir haben einen Masterplan, wir sammeln uns jetzt und dann rennen wir in alle vier Windrichtungen. Das, damit rechnen sie nicht. Das hat meine Armee schon gemacht, bin ich damit jetzt, äh, weiter voran. Äh. Also, ich, ähm, das ist nicht gut, was hier passiert. Lasst es uns sagen, wie es ist. Los, ihr Golems, tötet mal noch was. Kriegen wir noch etwas getötet. Den hast du gut getroffen. Mach doch mal einen Zauber. Hast du eigentlich schon mal irgendwas gezaubert? Ich hab, ich hab, äh, Moralreduktion gezaubert, aber auch das hat wieder nicht so viel gebracht, wie ich dachte, dass es würde. Wenn jetzt die Frage kommen, wer als Zauber? Ja, ich hab mich, mein Mana ist leer, tatsächlich. Äh. Von wem sehe ich denn hier das Mana? Ach, nee, das sind meine Kampfzauberpunkte, die wir mal gezeigt werden. Jaja, das sind unsere Punkte hier. So, also ein bisschen, was nehme ich aber schon noch von dir mit hier. So ist nicht. Vielleicht schaffst du es sogar nochmal irgendwas. Er verteilt seine Armee, damit sie schwerer zu treffen ist. Also, auf der Stabilikarte. Also, er verteilt sie definitiv auch gerade wirklich im Gras, ne? Töte! So ein bisschen zumindest. Hätte er den hier gerne noch gekriegt. Aber der Golem kann nicht nochmal angreifen. Ich glaube, sonst kann es nur noch die hier gehen. Die kriege ich nicht so, dass sie da hinten Schaden machen, leider. Hat mal einer geschaut, wie lange jetzt die Runde gedauert hat? Also, nur als Referenz. Nicht, dass das jetzt so an sich lange gedauert hätte, sondern nur noch mal so gut haben. Halbe Stunde, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. Halbe Stunde kämpft hier locker. Ja, damit habe ich auch gerechnet, wenn man so eine große Schlacht schlägt. Aber ganz im Ernst, das ist halt wirklich, ne? Das ist jetzt schon mal eine wichtige Erfahrung, Leute, ne? Also, für uns alle, das nehmen wir halt mit fürs nächste Mal. Ja, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es sogar ziemlich spektakulisch. Ich finde es schlimm. Ich verliere jetzt deswegen die Runde. Ich finde es spektakulär, dass jetzt die kleine Armee das tatsächlich gewonnen hat. Ja, auch relativ entscheidend. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich tatsächlich irgendwie noch langsamer spielen sollen, noch mehr den Schildball bauen. War mir das auch irgendwie nicht so mega spannend. Aber ich hätte es eigentlich machen sollen, von meinem Spielstil her, vermutlich, mit der Fraktion, die ich habe. Ja, Zuschauer gehört. Auf WB hat er hier Druck aufgebaut. Ja, es ist wirklich, und der Schiedsrichter war ein Problem und der Rasen war nicht gut. Und überhaupt, das Wetter war halt auch nicht optimal. Wir haben ja vorhin geklärt, dass ich der Schiedsrichter bin, als Blinder-Maulwurf. Ja. Ich habe jetzt keinen Regelverstoß gesehen. Ja. Aber ich muss zugeben, dass ich mit einem großen Fragezeichen aus dieser Schlacht rausgehe. Was war jetzt der Grund, warum Ecke so dermaßen Schaden bei Maurice machen kann? Weil die Werte sprechen auf den ersten Blick ja eigentlich gegen Ecke. Ich denke, ich habe teilweise krasse On-Hit-Damage dabei. Also jeder Zauber von mir gibt mir nochmal vier Schaden von allen möglichen Sorten drauf. Weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, dass es auch die asymmetrische Flanke war. Genau. Ja. Das kann sein, ja. Das hat einfach das Spiel überrascht. gar nicht so sehr Maurice, sondern das Spiel war editiert. Also wenn du mehr von diesen Eisengolems hast, die sind absolute Pest, ey. Das ist so ekelhaft gegen die zu kämpfen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Ja, schau. Kein Brennen, nix. Ja. Ja, ich hätte wahrscheinlich noch Lamer spielen sollen. Aber da hätten wir so eine Stunde hier gesessen. Ja. Treffe ich meine eigenen Leute? Ah, zwei Schaden. Also man sieht jetzt hier auch gerade eben mal, wie tough so ein Golem sein kann, ne? Das stimmt. Der ist umzingelt, hauen alle drauf. Der steht immer noch. Die Einser Frösche haben halt echt nicht viel gerissen. Tatsächlich. Ich hab gedacht, ich hätte die gut gebufft, dass die ein bisschen mehr machen würden. Aber die haben halt gar nichts bewirkt irgendwie. Wirklich nur die Golems. Also die Einser sind ziemlich stark, wenn du diesen Schwarmzauber hast, dass die 20% mehr Schaden machen und mehr Figuren. Ja, ich hab halt gesagt, ich hab eigentlich mehr so auf Elite und Moral-Debuffs war der Plan, aber es ist einfach nicht wirklich aufgegangen. Oh, ich hab eine Frage an Ecke. Hast du bei deinen Generälen eher auf Buff auf Einheiten geskillt? Also ich kann jetzt nicht mehr viel machen. Der macht, guck mal, ob es ein bisschen Schaden hier hin. Der macht richtig viel Schaden, diese Bogenschütze. Die ist fies. Aber bei einer anderen Bogenschütze waren auch frech hier vorne. Die haben richtig Schaden gemacht. Ich glaub, die Aussage kam grad nicht an bei denen, oder? Ja, da müsste noch irgendwas mit mehr Schaden rein. Ich hätt mir da irgendein Buch holen sollen, wahrscheinlich, dass es ein bisschen irgendeine krasse Schadenseinheit noch gibt. Ähm. Ja, war eine auf Auto-Resolve geskillte Armee, bin ich ehrlich. Ecke, ich hab eine Frage und zwar, kann es sein, dass du deine Generäle so geskillt hast, dass sie die Einheiten unterstützen? Ähm. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das hätte man sogar noch mehr machen können. Ich hatte nämlich gedacht, dass meine Einheit, weil meine Armee eh so weak ist, dass es keinen Unterschied macht. Ich hab tatsächlich darauf geskillt. Mein Hauptheld hat mehrere Buff-Skills. Aber auch das rettete ihn nicht. Dann bin ich umso verwirrter. Ich such halt immer noch die Lösung. die Matrix kann nicht gelöst werden. In der Chat wird geschrieben, dass er halt sehr viele Schadensmagier hatte, während meine alle eher so Supporter waren. Und die haben echt nicht so viel gerissen. Die können halt eine Einheit pro Runde irgendwie heilen, aber damit weniger Schaden heilen, als halt die gegnerischen Einheiten machen. Und dann bringt es halt nicht wirklich viel. Ja, das war sehr vernichtend. Damit bin ich als Bedrohung ziemlich neutralisiert. Der Marsch der Frösche hat sie in den Untergang geführt. Also bei mir ist es auch so, wenn ich eine Einheit töte, dann haben die halt Blutrausch. Ich weiß nicht, ob alle meine Einheiten Blutrausch haben oder nur die Helden. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Das war jetzt ein Gefecht. Das war wirklich übel. Ein Leichenfeld wird im Chat geschrieben, oh Gott. Hoffentlich erklärt Steinwald jetzt nicht den Krieg gegen Maurice. Eine Schande. Steinwald würde es niemals, der würde auch bestimmte Runde gewinnen. Ich hänge immer noch in meinem Eventfenster. Wir müssen auch noch auf Spielentscheidungen warten. Ja, das wird wahrscheinlich da sein. Ja, nee, ich kann aber ich klick wie blöde. Nee, das ist glaube ich Maurice Spielentscheidung, oder? Nee, ich habe nichts. Ich sehe meine drei Armeen hier noch. Das ist ein bisschen komisch. Nochmal rausgehen und wieder reingehen. Ja, aber dann ist es die Schlacht vorbei. Nein, nein, ich meine also ich bin wieder auf der Weltkarte, ne? Ja, ich bin auf der Weltkarte. Ich meine Steinwallen, Steinwallen, kurz noch mal das wieder raus und wieder rein. Dann vielleicht geht es dann. Kann man mich mal Escape drücken? Alter vier? Alter vier? Was? Ja, das Spiel abschießen. Spiel abschießen. Es ist ein bisschen komisch, weil bei mir also meine Armee ist noch da und belagert jetzt immer noch. Ich kann auf die Belagerung klicken und die Belagerung aufheben. Okay, ich soll jetzt mein Spiel runterbringen, aber dann tickt er die Uhr und sowas alles, ne? Ja, du hast ja drei Minuten 45 steht es hier gerade eben dran, also wir haben genug Zeit. Also ehrlich gesagt, bei mir scheint es so, als hätte er die Schlacht nicht registriert. Maurice, es liegt daran, dass er es nicht registriert hat, weil wir immer noch in diesem Modus hier drinnen hängen. Wenn Steinwallen jetzt wahrscheinlich rausgehen und wieder reingehen, dann wird das wahrscheinlich aktualisiert. Ach, ihr seid noch in dem Schlachtbildschirm. Ah, verstehe. Ne, also wir sind noch davor, sozusagen und ich glaube, das wird sich jetzt wahrscheinlich aktualisieren, wenn Steinwallen seine Entscheidung treffen kann. Im Schlachtbildschirm seid ihr? Ne, will ich nicht. Okay. Wir sind, glaube ich, alle auf der strategischen Karte, nur wir müssen auf die Entscheidung von Steinwallen warten, damit die Einheiten umfallen. Genau. Schatz sagt, ihr müsst wohl die letzte Runde nochmal neu laden und aus Zeitgründen auf Auto-Resolve gehen. Ja, eben. Das wäre nämlich der Punkt, wenn wir die Schlacht nämlich nicht nochmal schlagen, wenn wir jetzt einen zurücksetzen müssen, dann gewinnt Maurice. Das wäre eine Tragödie. Das ist halt der Game-Changing-Moment. Ja, ich sage ja nicht, dass er zurücksetzen soll. Ich sage, dass er scheinbar kurz raus und wieder reinkommen soll. Bei uns wird jetzt die eiserne Mauer hochgezogen. Du darfst deine Truppen behalten und ich habe gewonnen. Ja, das geht ja nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich meine, es kann sogar sein, dass du im Auto-Resolve auch gewinnen würdest, weil... Ja, ich bin wieder im Event und bei mir blinkt halt Maurice... Bei mir blinkt Maurice. Ja, stimmt. Ihr könnt ja mal meinen Stream öffnen. Ich bin hier noch, ich sehe meine Armeen noch. Ich kann die Belagerung aufheben, wenn ich möchte. Äh... Kannst du die Armeen auswählen? Äh... Ich kann... Ja, ich kann die anklicken. Die können sich aber nicht bewegen. Die werden auch noch angezeigt als vollwertig. Das wird derselbe Fehler sein wie vorhin, Leute. Lasst uns einfach mal ganz, ganz kurz noch mal raus... Alle rausgehen und noch mal alle wieder reingehen. Also wirklich alle. Nein. Gut gemacht. Jawohl. Wenn mein Lebensjahr anders sagt, dann mache ich das. Ja, ich kann aber das Spiel schließen und rausgehen. Aber wir machen das. Also es ist... Ich meine, es wurde ja vorher gesagt, dass Auto-Resolve die Hauptquelle von Asynx ist, ne? Nicht Auto-Resolve, sondern manuelle Schlachten. Kann sein, dass das jetzt genau gerade passiert ist. Wir spielen Neustakten oder so direkt nur Laden. Die Runde der KI ist noch nicht zu Ende, wird bei mir gesagt. So, spielen. Ehe... Ja, das Spiel hat sich offensichtlich verschluckt. Das Spiel hat sich verschluckt, ja. Bei uns unten rechts. Also, seien wir ehrlich, wenn es im schlimmsten Fall ist, dann wird die zurückgesetzt, machen wir Auto-Resolve und ich beuge mich dem Schicksal. Ich will jetzt hier nicht auf meinem Sieg beharren oder sowas, um die Runde dann zu blockieren. Das ist ja Quatsch. Also ich finde, du solltest auf deinen Sieg irgendwie beharren. Ich auch. Ja, machen wir einfach nochmal. Dann haben wir anderthalb Stunden lang manuellen Kampf gesehen. Da soll mal jemand sagen, hier sieht man nichts. Und immer denselben vor allem, ne? Wir machen jetzt einen Subazon, Leute. Wie oft wir diese eine Schlacht schlagen. Solange ihr weiter reinzappt, hocken wir alle hier und schlagen diese eine Schlacht immer und immer und immer wieder. 48 Stunden lang und ihr müsst halt, also solange ihr natürlich reincashet. Wenn ihr aufhört reinzucashen, dann haben wir keinen Grund mehr, das zu tun. Es kommen direkt Abos bei mir rein. Sind alle wieder da? Also ich komme nicht mal raus, witzigerweise. Ich bin jetzt in einem beenden Ladenbildschirm gefangen. Ich muss, glaube ich, raustappen aus dem Spiel. Also Taskmanager, weil... Und dann hat es sich bei dir wirklich aufgehängt gehabt. Ja. Die blinken nicht voll. Weil halt mein Spiel protestiert hat gegen diesen unrechtmäßigen Ausgang der Schlacht. Vollkommen zurecht. Ich sage ja, dieses Manöver von Ecke hat das Spiel so irritiert, dass es sogar jetzt deinen Client mit abgeschossen hat. Ja, genau. Das ist absolut nicht okay. Also wenn du nicht schon Krieg mit ihm hättest, ich würde ihn jetzt erklären. Ja. Ich wäre jetzt tatsächlich vor allem auch... Ich wäre tatsächlich neugierig, was der Autoresolve bringt. Aber ich würde dann eigentlich sonst sagen, wenn wir jetzt wieder am Anfang der Schlacht sind, dass ich halt abziehe. Weil das ist ja jetzt auch Quatsch. Wenn er jetzt eine Schlacht verliert, die er fair in square im manuellen Kampf gewonnen hat, das wäre jetzt ein mega unfairer Weg, das Spiel weiterzuführen. Also auch wenn niemand was dafür kann, weil das Spiel gecrashed ist, wäre das ja... Damit wäre alles illegitim, was jetzt passiert, wenn er jetzt seine Stadt verliert. Deswegen... Es müssen Einheiten sterben. Also jetzt... Wir können ja hier nicht beide Armeen jetzt in beide Richtungen wieder verteilen. Es müssen Armeen sterben. Ich glaube, es sterben dann schon welche, weil er wird dann zu dir marschieren. Ja, genau deswegen. Man könnte theoretisch einfach die Einheiten entlassen. Gut, dann hat er keinen XP-Vorteil, aber zumindest... Stimmt, das wäre was. Ja, stimmt, das würde gehen. Ah, nee, jetzt sind wir tatsächlich hier bei der Niederlage. Okay. Jetzt ist der Bildschirm da, dann hat es sich eh geklärt. Das ist natürlich suboptimal, aber da sind alle Frösche gefallen. Eine Tragödie. Ah, und jetzt kann ich mich auch bewegen, ja. Jetzt geht es leider. Ich bin nicht in der Partie drin. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, soll ich reingehen? Ja, komm rein. Guck mal, ich habe sogar... Man sieht gar nicht, ob jemand drin ist oder nicht. Dann fällt mir jetzt gerade erst mal auf. Interessant. Ach, und der Weber-Leiching hat schon eine Saarte Ordnung. Naja. Nicht, dass es mir viel gebracht hätte. Da hat es ja der Richtige verloren. Warte mal, hat dieser Bell auch überhaupt nichts? Doch, den habe ich gemacht. Keine Sorge, mein Vasal. Diese Truppen ziehen nur vorbei. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ich weiß, du bist ein ein Mensch oder ein eine andere Kreatur von Ehre. Alles gut. Ein Maulwurf von Ehre, bitte. Naja. Mindestens. So. Ja, damit bin ich tatsächlich extrem neutralisiert. Das habe ich nicht damit gerechnet, dass diese Armee so viel schlechter sein wird. Ich ehrlich gesagt auch in keinster Weise. Ja. Ich dachte, du belastst mich hier richtig vom Platz. Es bleibt spannend. Ja, nicht mehr für mich. Also, ich bin raus. Jetzt ist die Frage, wer von euch gewinnt nun? Weil das kriege ich in zwei Stunden nicht mehr wirklich aufgebaut. Ja. I feel you. Das alles begangen damit, dass Ecke mir den Krieg erklärt, weil er sagt, ich hätte vor seiner Stadt gesinert. Nein, nein, nein. Das begangen damit, dass du eine Stadt gebaut hast, ohne Mauern. Das war also... Das ist eine Provokation. Das ist eine Provokation. Die Stadt war gerade erst fertig. Ja. Das ist eine Kriegserklärung. Da war aber auch schon fünf Pops drin. Also, ich habe die genug Zeit gegeben, dass du eine Mauer baust. Ja. So ein paar Holzstäbchen da hinlegen. Eckart, für dich recht. Ich habe gestern noch eine alten Dame über die Straße geholfen. Sie wollte bei Grün über die Ampel. Sie hatte Probleme, hatte die Handtasche offen. Ich habe reingegript mir das Porponet genommen. Also, das ist... Damit es nicht auf den Boden fällt. Ja. Einfach mal lasst. Ich habe dir einfach geholfen, das zu organisieren. Dann rein. So ein bisschen. Ja. 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 Verstehen wir uns. Da ist die Armee nicht so stark. So. Also. Ich habe ein wildes Unterfangen hier. Wirklich. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zweigleitig. Ich baue auf jeden Fall jetzt nochmal eine weitere Stadt unterirdisch auf. Gott sei Dank habe ich gleich die Armee fertig. Ich finde es übrigens interessant, dass man scheinbar für die Vasalisierung von jemand anderem keine Punkte bekommt, Leute. Eigentlich schon. Das finde ich überraschend. Also weder beim Expansions-Sieg noch beim militärischen Sieg scheint das eine Rolle zu spielen. Was ich ein bisschen schade finde. Da hätte ich natürlich Riding Bull weiter angegriffen. Leichen pflastern ihren Weg. Aber Leichen mit L-A-I. Da ist ein Wortwitz geschehen. Alle haben sich jetzt in ihre taktischen Ecken zurückgezogen. Ich kann nichts mehr machen. Also ich bin jetzt ewig damit beschäftigt, diese Armee wieder neu auszuheben. Das hat nichts mit rückziehen und mehr mit so, das war es, zu tun. Ich glaube, ich habe in dieser Partie sechs Armeen verloren bislang. Ja, aber genau deswegen habe ich mich am Anfang, als die Eskalation mit WB war, mich jetzt erstmal quasi unten eingemümbelt, weil ich wusste, wenn ich jetzt am Anfang meine Armeen verliere, dann ist es vorbei. Deswegen habe ich mich erstmal aufgebaut. Ja. Also, dann haben wir als Quintessenz quasi Riding Bulle Stult. Ja, schon. Ja. Dann, dass wir uns darauf einigen, das ist doch gut. Er ist auch mein Vasal, er kann dagegen nichts tun. Ist da mal, wer hat gerade gesagt, ich sei doof? Niemand hat gesagt, du bist doof. Schuld, Schuld hat es geheißen, Schuld. Also ich glaube, es ist die Pflicht eines Lehnsherrern, sich schützend vor einen Vasalen zu stellen. Das ist eine Frage der Ehre. Oder Maurice, Frage der Ehre, Stichwort für dich? Ja, ich muss leider zugeben, dass meine Frösche inzwischen dem Fatalismus anheimgefallen sind. Also unsere noble Religion des Lichts ist zu einem Doomsday-Kult geworden. Wir sind felsenfest jetzt überzeugt, dass die Welt verdammt ist, wir müssen neu laden anscheinend, dass die Welt verdammt ist, durch eine Flut rothäutiger Dämonen vernichtet zu werden. Und wir haben nicht mehr irgendwie die Kapazität, glaube ich, dem irgendwie Widerstand zu leisten. Also, Ranger, du hast ein Angebot von mir, sonst kann ich dir nicht helfen. Angebot? Offene Grenzen. Achso, ich habe kein Angebot angezeigt bekommen, deswegen ist es irgendwo um eine Liste gewesen. Leute, es ist völlig egal, was ihr tut. Die rote Flut kommt uns alle zu verschlingen. Oh Gott, die Frösche erleben es wirklich durch. All eure Bemühungen werden sinnlos sein. Es gibt nichts Gutes auf dieser Welt, nichts Rechtschaffendes, nichts Edles. Wir spenden alle unsere Zeit. Dass ein Chaos regiert. Also, Maurice, spätestens jetzt, seitdem du mir jetzt gezeigt hast, was depressive Kröten sind, gebe ich dir recht. Es ist, der Untergang kommt, Leute. Nichts, was wir tun hat, irgendeine Relevanz. It's coming home. Maurice macht mich traurig. Tot und Verderben, Harren unser. Wir müssen trotzdem noch klären, ob wir auf eine gute oder schlechte Art und Weise. Tot und Verderben, Mörb. Ich habe es gehört, ich habe es gehört. Ich stimme dir zu. Ich versuche immer noch, dagegen anzukämpfen, um seine Stimmung zu heben. Auch wenn ich weiß, dass es sinnlos ist. Werde ich jetzt, glaube ich, nekromatisch. Moment, ich muss ein anderes Buch auswählen. Ja, jetzt wird es Zeit, den dunklen Pfad einzuschlagen. Ja, absolut. Also, wenn ich jetzt, wann tan, möchte ich an der Stelle sagen. Jetzt habe ich Hunger, danke. Gut, ich gebe zu, das hatte ich auch vorher schon, aber egal. Ich glaube, dass Ecke uns zu zweit, also zwei Spieler, einfach an die Wand geklatscht hat mit diesen Orks. Weil Ranger hat ja auch nur gegen ihn verloren, oder? Nein, ich habe gewonnen. Nur das hat man nicht so sehr gesehen. Und dann hat man meine Niederlagen nur gesehen. Ach so. Aber mental bin ich der Überlegene. Ach so. Kann es sein, dass Ecke vielleicht auch Globalzauber benutzt hat und ihr dadurch debufft wart vielleicht? Nein, ich habe keinen einzigen Globalzauber, leider. Wenn ich meine Hauselfen, Dobby den Nekromanten gespielt hätte, hohoho. Dann wäre aber was passiert. Dann wäre ein Globalzauber links und rechts geworfen. Einen hätte ich gehabt, den ich tatsächlich, glaube ich, vergessen habe einzusetzen. Ich hatte auch noch, wobei der ist, glaube ich, dann jetzt erst erforscht worden. Also ich habe an dem Globalzauber-Furcht-Debuff auch noch geforscht. Aber hätte, glaube ich, auch nicht so einen Unterschied gemacht. Es war ja nicht knapp. So ehrlich muss man ja auch sein. Burp, weißt du mal deinen Vasallen auch an, dass er sich Richtung Norden bewegen soll? Ja, natürlich. Writingbull, du sollst dich bitte nach Norden bewegen. Dort gibt es Ärger. Ich sehe es schon, komm, das wird fantastisch funktionieren. Er hat sich nämlich gemutet. Also er hört nicht mal, was ich sage. Versucht ihr auch nochmal, euch gegen das Unausweichelige zu stemmeln? Sinnlos und nervisch. Ich glaube, das ist nur eine Phase bei den Fröschen. Der Untergang, Leute, werden alle gefressen werden. Unser Schicksal, all unser Schaffen, unser Streben war von Anfang an sinnlos. Seht ihr nicht, dass die Apokalypse naht? Nee, wo denn? Ihr Narren. Das ist er wieder. Der war Seil. Denen, die noch Hoffnung haben. Also mein Schatz sieht einen Ausweg für dich. Die Unterwerfung und daraufhin den Versuch, deinen Saatensieg, deinen Ordnungsieg noch durchzukriegen. Natürlich unter der Ordnung des Chaos. Es ist natürlich eine Option, dass man sich... In der Niederlage siegreich zu sein, ist auch edel. Der Verdammnis ergibt, ja. Boris. Brandschatzen mit den Orks über die Welt zieht. Wir wollen doch nicht, der Steinbein intervenieren muss. Könnte es der einzige Weg sein, noch dem Untergang zu entrinnen? Der Nihilismus hat den ganzen Teich ergriffen. Ja, ja, absolut. Ich wäre übrigens auch dafür, dass Steinwallen jetzt die Weltpolizei spielt. Das stimmt. Wo ist eigentlich Steinwallen, wenn wir ihn brauchen? Wieso? Ihr wollt mich doch die ganze Zeit angreifen. Nee. Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte die Orks angreifen. Steinwallen, ich bin dein größter Freund. Ich lenke sich ab. Ich claim mit 30% des Sieges für mich. Wow. Heute. Jetzt darf ich nicht fehlklicken. Ich kann ein neues buchen. Oh mein Gott. So, also wie gesagt, ich habe jetzt vorerst mal das hier zu nehmen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber da gibt es natürlich auch noch einen Ausgang, wo ich später noch hochkommen kann. Wie brillantisch. Deswegen bin ich da relativ tiefenentspannt, was das angeht. Aber Möp, du musst deinen Befehl nochmal wiederholen. Ich glaube, der wurde vorhin nicht gehört. Ja, Writing Bull, ich befehlige deine Truppen nach Norden, damit wir gegen die Orkse kämpfen. So, so, Steinwallen hat also... Ich glaube, Steinwallen will auch irgendeinen Magie-Sieg. Kann das sein? Er hat ja mehr Ressourcen als ich. Hat jetzt einer erkannt, welches Buch es ist anhand des Textes? Ich wollte es gerade fragen, ja. Habt ihr was gehört? Nur ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass mein Vasal mir nicht mehr zuhört. Hä? Das kommt, weil meine Katzenohren, meine Kopfhörer nicht richtig... Dadurch sitzen die nicht. Ah. Das tut mir leid. Stimmt. Hast du dein modisches Accessoire noch auf? Ja, natürlich. Ich möchte an dieser Stelle meinen Vasallen nach Norden beordern. Und wir wollen Orkse töten. Ja, und das machst du auch öffentlich, ne? Ja, natürlich. Orkse töten. Strategie, Ecker. Ich habe immer noch ein Bündnis mit ihm. Das darf ich nicht ohne Genehmigung meines Lehnsherrn auflösen. Aber hat nicht dein Leidler die ganze Zeit dir diesen Befehl erteilt? Ja, ich befehlige dich, die Orkse zu töten. Sprich mal bitte in klaren, eindeutigen Worten zu mir. Ich befehlige Hekate Blutmutter, das Bündnis mit den Orks Borg der Verbrannte zu beenden und ihm stattdessen den Krieg zu erklären. Mache ich, habe ich keine Probleme. Tut mir leid, Strategie, Ecker, aber ich bin nur eine Hörersache gerade eingegangen. Muss ich so machen. Ja, die Hoffnung schüttelt und sie ist tot. Ist mir sehr unangenehm, sage ich ganz offen. Das ist okay. Das ist das erste Mal, dass ich hier irgendwie meine Meinung ändere und die Seiten wechsle. Und ich hoffe, das passiert nie mehr. Nein, nein. Bestimmt nicht. Nein. So hätte ich dich auch nie gesehen. Du hast es lieb, dass du das sagst. Da kommen die Tränchen. Dass du so lieb mit mir umgehst, obwohl ich mich so böse aufführe. Ach, ich bin auch böse. Das ist genau das, was uns verbindet. Ich komme rüber und siehe das Fell von deiner Orkhaut. Oder deine Orkhaut von deinen Knochen oder was auch immer. Ihr kommt rüber und das Essen kommt halt dann in dem Fall zum Hund. Das ist das Gute. In meinem Lieferdienst. Ja. In meinem Fall ist es schon ziemlich heiß und gekocht. Denn wir sind die Magma-Moles. Die Magma-Moles, genau. Würde ich auch sagen. Wenn Kannibalen mich fressen würden, würde ich auch sagen. Alles, was ihr tut. Nichts hat einen Sinn. Ich brauche dafür keinen Sinn. Es reicht mir einfach völlig, dass mein Verbündeter sagt, da sind Orks, haut drauf. Und das ist einfach Fantasy. Wie soll ich sagen, common knowledge. Man haut auf Orks drauf. Das stimmt natürlich. Ja, ist richtig. Ja, ich meine, habe ich auch probiert. Habe ich auch probiert. Das dachte ich auch mal. Ich war einst wie du. Ja, dann lass mich einfach deinen Fehler wiederholen. Lass mich deinen Fehler wiederholen oder es besser machen. Eins von beiden wird passieren. Sehr gut. Mautwürfe gegen Orks, der Fantasy-Klassiker. Also ich wäre dafür, wir sollten uns so sechs zusammensetzen und ein Buch darüber schreiben. Oder am besten eine ganze Triologie. Zwei Leute arbeiten immer an einem Buch. Ach, eine Quad-Trilogie kannst du auch gleich draus machen. Warum bei drei Büchern bleiben? Das ist einfach viel zu Mainstream. Lass es gleich mal vier. Ach, fünf draus machen. Am letzten Buch muss Maurice mitarbeiten, damit er dann die Apokalypse als Prophet mit da reinbringen kann. Alles hat keinen Sinn. Ja, oder er macht das gleich von Anfang an. Weißt du, das ist der Aufhänger. Die Apokalypse. Die orkische Apokalypse. Das ist dann die Apo-Quark-Lüpse? Ja, ne? Ja, genau. Die Quark-Kalypse. Da wird man gleich durch den Quarkau gezogen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, ob ich gegen die Truppen von Ecke mit Main ankomme. Ich meine, so hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber was soll man machen? Vielleicht gibt es schon die erste Fetzerei, Mörb, glaube ich. Wo gibt es eine Fetzerei? Wo wird gefetzt? Ja, an unserer zukünftigen Front. Du meinst die da oben im Norden, diese zwei Armeen? Ja, exakt. Ja, ist schön, dass die da sind. Eine der taktischen Grundlagen eines Gefechts, sagt man, ist der Kampf um Informationsüberlegenheit. Wenn man natürlich im Sprachstatt dann raus sagt, die zwei Armeen da, warte mal, ich komme mit meinen fünfeinhalb Truppen gerade mal an. Dann hat man irgendwie dieses taktische Element verspielt. Ja, ich will damit nur untermauern, wie ehrlich ich die ganze Zeit war. Ich habe, wie gesagt, nur ein einziges Mal ein kleines bisschen geflunkert und ich fand das einfach nur so als Revanche nur angemessen. Ich habe mal ein Eichhörnchen Haselnüsse geklaut. Ich glaube, seitdem bin ich wirklich böse. Ja. Natürlich im Spiel. Das sieht auch, glaube ich, die halbe Welt so. Das würde ich absolut so unterschreiben. Das könnte durchaus so sein. Vielleicht wollen deswegen die Orks mir die ganze Zeit diesen Krieg erklären. Vielleicht sind die deswegen so sauer auf mich. Der große Eichhörnchen-Vorfall? Der große, sagen und bogene Eichhörnchen-Vorfall. Ja, das wird es wohl sein. Das macht doch am allermeisten Sinn. Immerhin ist noch die Musik bei mir im Hintergrund episch. Dann haben wir wenigstens ein episches Element hier im Stream. Das stimmt, das stimmt. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich halt mit meinem nächsten Buch vielleicht noch irgendeine Einheit bekomme, die ein bisschen Schaden macht. Und Standard-Schildträger werden jetzt nicht mehr gekauft. Die sind offensichtlich Nonsens und niemand braucht sie. Allgemein diese zwei... Allgemein ist ich echt kein Fan von meinen beiden Support-Einheiten. Also vielleicht habe ich sie auch schlecht benutzt, aber... Für mich gibt es auch wenig Support-Einheiten, die wirklich richtig gut sind. Ich fand die echt nicht so geil. Also da haben wirklich diese Pyromantinnen zum Beispiel, die eine Level-1-Einheit sind, war mein Eindruck, haben mehr zur Schlacht beigetragen. Aber da mag ich auch gerade dem Nihilismus zu sehr anheimgefallen sein. Das ist durchaus möglich. Ich glaube, das ist noch eine objektive Bewertung, die du da durchführst. Absolut, wahrscheinlich, ne. Du meinst, die sinnlose Sicherheit des Seins nimmt bei dir kein Ende? Die Sinnlosigkeit des Seins, Leute, ist die einzige objektive Wahrheit. Und damit bist du der Befreiung deines Geistes ein großes Stück näher gekommen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das alle noch so verleugnen könnt. Ihr Narren. Aber wie auch mit dem anderen Sprichwort, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ganz ungeniert, ist es auch in diesem Falle so. Wenn du weißt, dass alles egal ist, dann fühlst du darin... Weißt du, am ganz tiefen Punkt des noch so trübesten Glases, kannst du, wenn du ganz tief reinguckst, dann doch noch einen tieferen Sinn finden. Das ist richtig. Das ist so befreiend. Wenn du es noch nicht siehst, hast du einfach noch nicht genug getrunken. Ich rede nicht von Alkohol. Das geht auch mit Kakao. Ja, die Frösche werden auch bald mehr trinken, glaube ich. Bei mir im Chat schreibt Kai, Maurice ist der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was jetzt steht, ist es wert, dass es zugrunde geht. Schönes Zitat. Ah. So ist es. So und nicht anders ist die Wahrheit, Leute. Warum beugt ihr euch noch dagegen? Warum begehrt ihr auf gegen die Sinnlosigkeit der Existenz? Wir haben erst 33 Runden hinter uns und drei von sechs Spielern sind bereits am Boden zerstört und zerbrochen. Wir haben die Wahrheit erkannt. Wir haben einfach die Wahrheit erkannt. Mir fällt übrigens auf, was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass offensichtlich die Vasalisierung von Riding Bull keinerlei Punkte für mich gebracht hat. Er kann sich ja noch gegen dich stellen. Vielleicht wird er zum Schluss drauf gerecht. Nee, das kann er tatsächlich eigentlich nicht. Also das ist der Witz an der Vasalisierung. Du kommst da nicht mehr raus. Wenn du einmal Vasal bist, kommst du nicht wieder raus. Das ist zumindest der Text, der dran steht. Ich habe das auch gar nicht vor. Also ich weiß gar nicht, worüber ihr da gerade redet. Würde ich nie und nimmer machen. Ich bin tatsächlich nicht mehr letzter bei militärischer Stärke. Möchte ich an der Stelle nochmal anmerken. Ich bin nicht sicher, ob die, ob die stimmt, die Tabelle mit der Militärstärke. Ja, ich bin jetzt natürlich letzter, weil ich meine ganze Armee verloren habe. So. Hä, wo sind die jetzt hin? Achso. Ein neues Opfer. Dass zur Schlachtwand geführt wird. Nicht nur mit drei, sondern mit sechs. Nee, mit allen neun, die du hast, reingehen. Wo soll ich wo reingehen? Ich glaube, wenn wir jetzt schon hier unbedingt Schaden brauchen, dann klingt doch Schreien der Vernichtung nach etwas, was Schaden anrichtet, oder? Das probieren wir jetzt mal. Also alles, was nach Vernichtung schreibt. Ist hilfreich. Weil es kurz versucht, den Goldgolem zu nehmen, stattdessen, weil ich ihn einfach lustig finde. Aber ich glaube, die Eisengolems sind schon ganz okay. Deswegen. Moment, ist der Schrein ein Belagerungsprojekt? Echt? Das ist eine Einheit. Ich habe jetzt einen blöden Bug. Ich sehe jetzt hier gar keine Texte mehr auf der Karte. Wisst ihr, wie man das beheben kann? Ich weiß nicht mal genau, was du mit Texten meinst. Du meinst das zum Beispiel Forschungszentrum, Nexus und so weiter, siehst du nicht mehr. Ja, er hat auch keine Stadtnamen. Alles, alle quasi, die gesamte UI ist im Prinzip weg. Außer, naja, außer die richtige UI. Aber alles, was auf der Karte ist. Ich glaube, ich muss nochmal raus. Es ist ein Wissenstest. Wir wollen jetzt schauen, ob du dir alle Positionen gemerkt hast. Ich weiß, dass ich da nicht kämpfen brauche mit einer einzelnen Armee. Ich habe gerade nur, wenn ich zuhört. Wir müssen jetzt rausgehen, abwarten oder was? Nee, nee, nur Steinwall muss kurz raus. Ja, dann wachten, ja. Das heißt, wir dürfen jetzt auch nichts klicken und nichts machen, ne? Nein, alles gut, ich bin wieder da. Und ich sehe, wir müssen immer eh neu laden. Direkt müssen wir neu laden, ja. Wie gut, das ist keine wichtige Entscheidung anstand. Ich auch? Ja, also. Ja, das macht er aber, um das wieder auf Einländer zu bringen und zu fixen. Ja, das ist ja okay. Die blanke Ironie ist. Sich auf aufgeben zu klicken. Die blanke Ironie ist, dass ich bei Steinwallens Katzenklo eine Quest hätte. Da kann ich aber nicht rein. Übrigens, ich habe eine Überlegung, dass ich vielleicht an Ecke rankommen kann. Irgendwo hier müssen die Armeen vor denen sein. Versteckt. Ich sehe euch, aber ihr mich nicht. Wow. Wie war das mit dem Wissen? Wann sind Orks so subtil? Ich finde das nicht okay. Ist so. Ist so eine Überlegung, Leute. Also ich würde ja auch mal aufpassen, ob ihr noch, sag ich mal, Ausgänge und Eingänge des Untergrunds unter euren Städten habt. Der Mörb wahrscheinlich nicht, weil er selber unter Erde ist. Genau. Aber da ist auch super für Platz, da kannst du überall herlaufen. Ja, da unten ist wirklich Platz zum Tanzen, das ist wahr. Ja, aber dann kannst du ja trotzdem unter der Stadt sein. Mal ganz kurz in den Zweierraum, ganz, ganz fix bitte. Ich glaube, jetzt eine vor uns. Können wir machen, können wir machen. Jo, was kann ich für dich tun? Ich komme ja gerade zu Hilfe auf dem Weg. Nach oben stehe ich gerade vor den Toren von Gnollmach und könnte dir und mir die Stadt holen. Die gehört Maurice. Das ist quasi sein Versteck bei uns, mit dem er uns jederzeit in den Rücken fallen kann, mit der Stadt, falls er die integriert. Ich würde mir die gerne schnell holen. Dafür musst du pro forma allerdings, weil ich das nicht kann, Maurice den Krieg erklären. Ganz im Ernst, nee, ich werde jetzt Maurice nicht in den Rücken fallen. Nein, werde ich nicht tun. Weil? Tut mir leid. Aber du hast auch eine Fürsorgepflicht uns gegenüber. Nein, ganz im Ernst, Maurice ist schwach. Ach, also der kommt gerade eben nicht mehr hoch. Nee, also das würde ich jetzt äußerst unehrenhaft finden. Ja, da machen wir es nicht. Alles klar, dann nicht. Ich bin noch nicht beleidigt. Alles gut, machen wir es um. Alles klar, bitte. Wie du möchtest bleiben? Ja, genau so. Ja, genau so will ich das. Danke. Ich bin froh, dass du es verstehst. Hans, schick mal zurück, bitte. Die ganze Zeit bedroht hier, Ranger. Ich kann das verstehen. Also ich bin ja der Meinung, dass ich hier als Friedenstifter in die Weltgeschichte eingehen muss, bei dem, was ich hier leiste. Was hat er denn hier? Von mir bekommst du gerne einen Stift. Ey, der Move war aber gerade eben schon wirklich von WW ist schon frech, oder? Komm, du musst kurz mal Maurice den Krieg klären. Ja, genau. Und warum sollte ich das tun? Ich meine, führ den Gedankengang aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Selbst wenn Maurice diese Stadt übernimmt, hat er diese Truppen nicht. Die sind dann weg. Die verschwinden ja dann. Der kann uns gar nicht in den Rücken fallen. Also die Argumentation war schon gerissen. Das ist nicht okay. Den behalte ich für mich. Aber er hat wohl gehofft, dass ich das nicht weiß. Wenn du jetzt sagst, ihr wisst schon, dass Steinwein gleich gewinnt, dann kommst du von mir in den Hut. Nö. Das wollte ich gar nicht gehen. Aber ach ja, du hast ja erst bis vor neun gespielt, dann ist klar. Das ist ja aber doch frech da hinten. Ich warte schon wieder ewig auf andere Spieler. Was ist hier los? Ich warte auch, ja. Ich warte gerade nicht. Oh, bei mir kommt gerade ein diplomatisches Angebot rein. Ist das von dir, Mörb? Aber die Zeit läuft runter. Ist das doch normalerweise nicht. Nee, wieso? Kannst du es mal kurz wegklicken? Oder annehmen einfach. Wer kann was annehmen? Ich glaube, ich habe dir gerade ein Angebot geschickt. Das müsstest du noch durchwinken, kurz. Ist nur eine Formalie, nichts Wichtiges. Ich habe kein Angebot. Klingt total glaubwürdig. Keins bekommen? Danke, Steini. Dass du mich so unterstützt, das ist total lieb von dir. Ich war eben ein bisschen böse zu dir, das tut mir echt total leid. Hm. Leute, die Katzen in Katzenklo sind so glücklich. Ich habe so ein Vergeisterungsevent. Ich werde nicht klicken. Jetzt. Ach toll. So, jetzt habe ich das hier erstmal weggemacht. Das ist mein Problem, dass meine Truppen halt jetzt hier momentan noch angedischt sind. Ja, die haben halt noch nicht die Wahrheit erkannt. Sie haben noch nicht Bekanntschaft mit der Rotgeflucht gemacht. Ich muss mir jetzt also erstmal zurückziehen, nochmal jetzt hier mein eigenes Gelände zum Regeln erschienen. Zumindest ins Verbündete Gelände. Da wäre ich auch glücklich an deren Stelle. Die sind halt noch naiv. Guck mal auf den Militärrang und dann... Ja, ich war auf Militärrang vor der Roten Flut. Ich war ja Rang 2. Hinter dir. Das hat mich nicht gerettet. Ich dachte auch, ich wäre gewappnet. Dachte auch, ich wäre bereit. Am Ende sind wir alle nicht bereit. Ja, die Rote Flut ist ein Problem. Nichts ist bereit. Was heißt schon bereit? Warum kann ich schon wieder nicht kicken hier? Manchmal ist, wenn irgendwer gerade ein Event hat. Ja, ja. Ja, das steht da nicht. Jetzt müsst ihr die Anfrage bei dir mal angekommen sein. Einfach mal kurz draufklicken, wie Steinfallen gerade auch empfohlen hat. Ist nur eine Formalie. Ich habe eine Frage, warum sollte ich das tun? In diesem Moment würde ich dir sofort leider wieder den Krieg erklären müssen, weil du absolut nicht vertrauenswürdig bist. Bis zu diesem Moment. Bei mir regnet es gerade in Köln. Es könnte auch ein Gewitter aufziehen. Sehr unangenehm. Ich bin kurz davor, die Verbindung hier zu verlieren. Kannst du das mal kurz durchklicken einfach, Merb? Ich habe es durchgeklickt. Das ist sehr lieb. Ganz zauberhaft. Dann hole ich mir schnell die Stadt. Und danach sind wir dann wieder beisammen. Aber ich habe es nicht so geklickt, wie du es möchtest. Ich möchte es ungern laut jetzt sagen, aber ich mache es mal trotzdem. Merb ist mir gerade in den Rücken gefallen. Was? Ich muss pro forma an seiner Seite spielen, aber falls irgendjemand bereit ist, Merb anzugreifen, ihm den Krieg zu erklären, dann bin ich bereit. Was ist denn da jetzt passiert? Wenn sie ihn auslöscht und ausrottet mit Stumpf und Stil, mit allen möglichen Ressourcen zu unterstützen, die ich dann rüberschicke oder im Hintergrund Plagen wegmachen, auf Städte aufpassen, Quests erfüllen, im Chat schreiben, wie cool jemand ist. Also wenn Steinbein zum Beispiel. Wisst ihr nicht, dass die rote Flut droht? Also ich möchte an dieser Stelle kurz mal einwerfen, weil Maurice ja gerade eben gefragt hat, was ist hier passiert. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, Maurice, der schon am Boden ist, jetzt den Krieg zu erklären. Weil das, was nämlich Writing Bull möchte, ist Knollmach einnehmen. Das hat er mir gerade im Separé gesagt. Und ich habe gesagt, ich fände es sehr ehrlos, jetzt Maurice noch da noch in den Rücken zu fallen. Oh, wie weh. Also ich finde es weitaus ehrloser Sachen, die möglicherweise im Separé ausgetauscht worden sind, danach im Licht der Öffentlichkeit auszubreiten, das finde ich also, das wirft ein zweifelhaftes Licht auf dich. Ja, ja, also ganz im Ernst mit diesem Licht, also weißt du, wir sind unterirdisch, Writing Bull, wir leben unterirdisch, wir sind mit jedem Licht zufrieden. Ah, WB, das ist aber auch wirklich, weißt du, die rote Flut vernichtet die Welt und du guckst noch, welche Brotkrümel du aufklauben kannst. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Das wird mir aber als Pätze bezeichnet, liebe Leute. Nee, also... Nee, also... Mr. Pätze mit Hut, aber nicht nur Pätze. Das ist, das ist nicht heilig. Nee, tatsächlich, ich betrachte mich inzwischen weniger als dein Vasall, sondern mehr so als deinen Gefängniswärter. Ich glaube, das trifft es eher zu. Bei dem Verhalten... Jetzt scheinst du. Ja. Also, weißt du, ich bin deine Hölle und ich fange an, es zu genießen. Also, wenn du möchtest, dass ich Truppen raufschicke und dir aber irgendwas helfen... Nee, ganz im Ernst, die brauch ich nicht. Die brauch ich nicht. Zwietracht zwischen Vasall und Lehnzehr. Weißt du, ich sehe das immer noch von der positiven Seite. Wenn Ecke mich besiegt, habe ich genug Zeit, mich wieder aufzubauen, weil er muss sich erst durch dich durchschlachten, weil du bist auf dem Weg. Ey, da bin ich dazwischen. Ich bin irgendwie nicht so angetan von dieser Taktik. Ja, ich sage ja bloß, falls ich verliere, Ranger, ne, das ist das Ding, also... Fall, ja. Ich verlasse mich gerne auf das Falls. Dem gehört ein Diameter, eine NPC-Armee. Aber wie gesagt, bei, äh, bei, bei, äh, also, wer einen solchen Vasallen hat, äh, der braucht auf jeden Fall eine gute Panzerung im Rücken. Das stimmt. Wir haben doch noch nicht mal eine Grenze, was soll ich, einem Vasallen, der sonst wo ist. Wir haben eine Grenze in unserem Herzen. Nein, da haben wir keine Grenze. Stimmt. Das ist ja genau das, was ich versuche, Demon King. Genau das habe ich ja vor. Unterirdisch jetzt zur Ecke Hauptstadt zu segeln, aber ich weiß nicht, ob es geht. Ich bin auf dieser Karte rum und ich sehe wieder, ach, Steinwallen hat schon wieder irgendwo was gezaubert. Genau. Der Steinbruch stellt jetzt Eisen her. Alles wild hier. Ach Gott, ich meine, da habe ich... Hey, guck mal, ich habe eine zweite Stadt. Ah, ne, doch nicht. Die zweite Stadt. Aber ich werde jetzt mal da einen Scout hochschicken, weil normalerweise kommt man da hin. Normalerweise. Westen, nichts Neues. Ach. Oh! Jetzt habe ich die... Ah, hallo. ...getroffen. Silber, ganz schön grün angelaufen, bist du da unten. Du Naturhase, du. Naturhase. Wir haben die sich denn getroffen jetzt. Ja, also ich erkenne jetzt keine Katze, muss ich sagen. Naturhase mit kurzen Ohren. Wo bist du denn jetzt? Unten? Haben wir uns unten getroffen oder oben? Ich. Also ich bin nicht wandern gewesen. Also es könnte sein, dass du... Ah, mein Erkunder. Naturhase mit kurzen Ohren. Sag mal, was habt ihr denn für Hasen bei euch? Dass du da Nasen drin siehst. Wo siehst du da? Kein Hasen. Hm. Ich weiß schon, warum ich das Tribunal gelernt habe. Äh, Maurice? Ja? Ich habe ein Interesse an einem Gespräch. So, so. Die rote Flut will sprechen, statt zu vernichten. Wer hätte es gedacht? Ja, von mir aus gerne. Hans, magst du uns einmal ziehen? Ähm, ja. Ich darf ja, obwohl ich verraten worden bin. Oh, geht gar nicht. Die Leute, mit denen ich reden wollte, sind im... Ein... Ein Audio-Kanal woanders weg. Vergesst es. Vertrau dich ruhig mir an. Du kannst mir vertrauen. Wirklich. Na, ich vertraue dir. Der Punkt ist der, mein geschätzter Vasall. Der Lehnsherr kann den Vasallen nicht verraten. Nur der Vasall kann den Lehnsherrn verraten. Das hast du vielleicht missverstanden. Aber ich kann das gerne auch noch mal ein paar Mal rauf und runter sagen. Ich bin da tiefenentspannt bei dem Thema. So, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich gelobt, alle fünf Minuten. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, diesen Satz zu sagen. Und selbst daran hältst du dich nicht. Das sagt schon alles. Ganz doof. Alle fünf Minuten sage ich das ab jetzt. Mörb ist doof. Kann ich auch mitleben. Das führt uns wieder zurück zu dem Zustand, bevor du mein Vasall wurdest. Daran habe ich mich aber auch schon gewöhnt. Und wie du gesehen hast, es hat dich nirgendwo hingebracht, außer ins Vasallentum. Jetzt musst du dir die Frage stellen, was passiert, wenn wir dieses Spiel weiterspielen. Die Abwärtsspirale, ich überlasse es deiner Fantasie. Was hättest du gerne im Austausch dagegen, dass wir das Vasallentum beenden? Und dass wir uns auf Augenhöhe begegnen als echtes Bündnis? Ich hatte nie das Gefühl, dass du mich auf Augenhöhe siehst, deswegen nichts. Also die Diplomatik. Weißt du, ich wollte ja am Anfang diplomatisch sein, aber ich sehe einfach nicht, wo diese Diplomatie hinführt, außer dass du mir im nächsten Moment, sobald ich das Vasallentum beende, mir in den Rücken fällst. Und es gibt gerade eben einfach weltpolitisch sehr, sehr wichtige Dinge, die ich tun muss. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du da in dieser kleinen Kiste, in der du jetzt drin bist, zumindest für mich kein Problem darstellst. Kann ich voll mit leben. Tut mir leid. Die Alternative wäre gewesen, ich hätte deine Städte genommen. Dann müsste ich aber diese Diskussion jetzt nicht führen. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Das ist ja... Also wie gesagt, Steinweilen, das Angebot steht immer noch, falls du einen treuen Vasallen benötigst. Wie er halt einfach nicht aufhört, ne? Wie Riding Bull einfach nicht aufhört. Es ist ein nettes Angebot. Wo immer du mich haben möchtest. Ja, das ist normal, weil ich weiß. Aber er muss damit leben, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Und jemand, der mir einen Schwur leistet, den fordere ich ein. Egal wie gescheuert er ist. Das passt am besten zu deiner Fraktion. Bist du so aufgegeben von den anderen jetzt, die Rutschluft kommt, oder was? Ich bin schon seit Beginn aufgegeben. Ich glaube, wir sind immer noch im Early Game, oder? Zumindest, wenn ich meine Armee angucke. Das ist ja auch traurig. Naja, wenn man einige Einheiten halt verloren hat, dann wirst du halt ganz schön zurückgeworfen. Das darf man nicht vergessen. Dauert vor allem einfach lang. Ich merke es halt jetzt gerade. Es sei denn, du hast halt sehr viel Gold. Oder du bist Freund von Tieren, die einfach zu dir kommen, ohne dass du was tust. Ja, also ich sehe Steinbein da gerade mit so einem Disney-Kleid. Er ist am Singen und dann kommen so die Flöhe, die Vögel durchs Fenster hinein. Die Flöhe. Die Flöhe auch, aber. Dann kommen die Flöhe durchs Fenster und zack, alles am Jucken. Ich habe tatsächlich aber auch den Eindruck, dass mit einer der stärksten Sachen, die du machen kannst, ist irgendein Bild zu gehen, der Truppen beschwören kann mit Zaubern. Ist auch so. Ich hatte mit meinen Maulwürfen, bin ich auf Nekromantie und Buch der Horde gegangen und habe halt haufenweise Boni für Level 1 Einheiten gestackt. Dass die eben kleiner sind, mehr Schaden machen und so. Und habe ständig einfach neue Horden beschworen. Ähm, das ist ziemlich krass. Ähm, während du halt hier so langsam Einheiten Schritt für Schritt fair bauen, da fühlst du dich sehr primitiv an im Vergleich. Das ist alles traurig. Ich weiß gar nicht, warum ihr es so lange braucht, pro Runde. Ich glaube, ich werde jetzt aus Rhinos Prinzip das Buch der Unterwerfung erforschen. Rhinos Prinzip. Das unendliche Buch der Vasalisierung. Genau. Also, falls du Hilfe dabei brauchst, äh, frag mich einfach. Ich habe ja ein langes Tutorial-Video, dreiviertel Stunde lang darüber gemacht, wie man die Enzyklopädie öffnet. Ähm, wir sind zum Schluss nicht aufeinander gekommen, als das Video vorbei war. Ich habe die Enzyklopädie immer noch nicht gefunden, aber ich habe sehr viel über das I gesprochen, oben rechts. Ecke ist ja niedlich, was du da machst. Das ist niedlich. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, ne? Gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja... Menschen. Das ist niedlich, was du da machst. Was erwartest du? Was ich erwarte? Das ist niedlich neugierig, was da passiert. Was bringst du denn Fleisch zur Schlachtbank? Ja, vielleicht bringe ich Fleisch zur Schlachtbank, aber ich habe es wenigstens versucht, weißt du? Also, ich bin nicht der Typ... Wir haben es auch versucht. Ja, aber... Brach uns tot und verderben. Nein, wieder die depressiven Frösche, oh Gott. Aber ich bin halt nicht der Typ, der sagt quasi, Hauptsache bin ich es nicht und dann bin ich am Ende sowieso bloß der Letzte in der Schlange, aber ich stehe immer noch in der Schlange. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt Quarksi, nicht quasi. Ich bin im Zweifelsfall derjenige, der einfach versucht, diesen gordischen Knoten, dieser roten Gewalt zu durchschlagen. Wir haben so viel versucht. Es war alles sinnlos. Ich würde diese Frösche gerne einmal in den Arm nehmen, um mich gemeinsam mit dir auf der Kau schätzen. Ich glaube, man muss mal ernsthaft sprechen. Ja. Also, ich glaube, wir werden jetzt hier eventuell dadurch jetzt hier eine unterirdische Schlacht erleben. Quark. Auf die eine oder andere Art. Schau nur an, Ecke, was du mit Maurice gemacht hast. Du hast ihn gebrochen. Gebrochen. Du hast ihn echt gebrochen. Schämst du dich nicht? Essen sollte nicht jammern, das macht es zäh, wird bei mir im Chat geschrieben. Quark. Quark. So, eine Frage. Ich bin ja nur Vasall mittlerweile, aber ich darf ja reden, mit wem ich will. Ecke, nochmal ein Gespräch? Quark. Das ist immer schlimmer. Quark. Die Zwietracht und der Hass greifen um sich. Wir haben es versucht. Wir wollten ein Licht sein in dieser Welt. Quark. Von Licht geborenen Lurchen zu fatalistischen Fröschen. Ja. Irgendwas ist ja immer, ne? Keine Ahnung, ob das alles gut ist, was ich hier habe. Maurice, der Froschkönig, der in der Schlacht seine goldene Kugel verloren hat. Ich glaube, es bricht mich hier so sehr, wie ich die Armeen gegeneinander schlagen sehe und ich mich hier langsam aufbaue. Ich werde nie wieder ein 4X-Spiel anfassen können. Das ist traumatisch. Nach dieser Runde Multiplayer Age of Wonders 4 hatten mehrere Spieler plötzlich PTPS. Ja, ja. 4X-PTPS. Du bist wieder am Rundenende 0 und... Ja, es gibt einen Kampf irgendwo. Ja, jetzt nicht mehr, okay. Okay. Eikaramba, Dios míos. So, alles wieder gut. Na, jetzt waren die gerade eben oben. Nichts ist gut, nichts wird je wieder gut sein. Quack. Ich glaube, er hätte einen Punkt. Ja. Reini, hast du einen Zauber, mit dem du mir Provinz um Provinz klaust? Der Zauber heißt... Wachs, seid fruchtbar und mehrere. Ja, schön. Dann weiß ich nichts, was mir gerade hier geschieht. Und ich kann mich dann nicht mehr so viel ersetzen, weil man sagt, wir wollen nicht den angreifen, der gerade gewinnt und oben in der Punkteliste ist, sondern, na nein, ich habe anderes zu tun. Ich glaube nicht, das war unbesetzte Provinzen. Ja, 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 ja. Naja, das war unbesetzte Provinzen. Bist du dir ganz sicher, dass wir Steinwahlen nicht angreifen, sondern zulassen wollen, wie er gewinnt? Ich muss mich jetzt erstmal um diesen anderen Typen da kümmern, der sich der Ork nennt. Aber dir ist schon klar, in einer Stunde ist das Event vorbei und Steini hat gewonnen. Vielleicht hat er auch nicht gewonnen, vielleicht hat er auch gewonnen. Aber, weißt du, vielleicht bin ich da altmodisch als Stein. Aber ich kümmere mich um die Sachen, die zuerst auf der Agenda stehen. Und das ist momentan jetzt halt einfach diese Ork. Oink, oink. Ja. Nee, Ork, Ork. Ja, nee. Ja, nee. Doch. Ich bin ein zutiefst misverstandenes Wesen. Ja, bestimmt. Ja. Wo ich gerade Unterhülle und Oberhülle sehe, wusstet ihr, dass es, ich glaube, in der Nähe von Dresden, ein Oberhässlich und Unterhässlich gibt? So, mal sehen. Die Arme, Leute. Was? Nee, wusste ich nicht. War wirklich gut. Aber ich bin dankbar, dass ich es weiß. Da war ich auch in der Situation, als ich da durchgefahren bin und dann dort angehalten habe und eine Woche da verbracht habe, das war schon. Was? Extra eine Woche da verbracht? Dann muss es ja dort echt schön gewesen sein. Ranger, der Hässlichkeitstourist. Kann man eigentlich Einheiten auflösen? Ja. Der Frosch verzweifelt komplett. Oh Gott, halte ich hier auf. Ich habe halt so ein paar Level-1-Einheiten, die ich ja schon gesehen habe, dass sie nichts bringen. Wo mache ich das denn? Ich kann mal Einheiten-Bildschirm, also mit Rechtsklick auf die Einheit gehen und dann direkt oben. Ah, da ist so ein Potrack. Ja, er braucht schon noch Kupfer-Golems, Leute. Weg damit. Zieht uns gerade nur Gold. Wertvolles Gold. Gold. Gold hätte ich auch gerne. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier endet. Aber wir gehen jetzt im Zweifelsfall einfach mit einem Hurra in die Schlacht. Ach, halt. Ach, jetzt habe ich schon auf Grunde beenden. Tatsächlich bin ich überrascht. Naja, du kannst es wieder rückgängig machen, ne? Ach. Also, ich muss jetzt irgendwie noch den Typen jetzt hier, Brandt, den Tapferen jetzt hier abwehren. Aber das dürfte an und für sich kein größeres Problem sein. Würde ich mal momentan annehmen. Weil der kann ja nicht einfach so rein. Und ich bin ja mit meiner Truppe da. Ich weiß gar nicht, ob er sie überhaupt sieht. Also, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass Ecke meine Armada hier sieht. Das dürfte er eigentlich nicht sehen können. Es sei denn, er hat irgendwelche Fähigkeiten, die ihn wirklich episch weit rumlassen. Ich denke an meine Ausrüstung, keine Sorge. Findet jetzt hier der Kampf statt, oder nicht? Zwischen euch beiden. Ja, ich habe gerade ein Auto kam. Vielleicht ist es auch das. Das ist wirklich mein Mörb und Ecke. Ob die beiden jetzt ineinander reinknallen, oder? Ihr seid in meine Lande gekommen, ne? Das ist ja wohl die größte Lüge, die ich am heutigen Abend gehört habe. Während ich in meiner ursprünglichen Stadt stehe, jemand, das jemand zu mir sagt, ich bin in seine Lande gekommen. Das werden wir gleich noch diskutieren. Ja, Ecke, ich habe schon gesagt, es ist niedlich, was du da auffährst. Es ist niedlich. Ach. Putzig. Nehmt uns mit, was ist passiert? Eine Armee. Danke für diese ausführliche Berichterstattung. Morgen werden wir dazu eine ARD-Sonderreportage machen, glaube ich. Dieser wahnsinnige Frosch bleibt mein Highlight. Bis abends auf jeden Fall. Das Ende. Behalte genau den Charakter im Kopf, das in deinem nächsten Crusader Kings durchkommt. Ja, aber 100%. Ein lebensgroßer Frosch. Ach Gott, was ist denn hier oben los? Okay, dann schauen wir mal weiter. So, also wie gesagt, ich werde jetzt hier einmal meine Heimat verteidigen und gleichzeitig da oben versuchen, einen Angriff durchzuführen. Wenn ich jetzt hier da oben scheitere, dann wird es hoffentlich Ranger hier immer noch schaffen, mit seiner Armee dann theoretisch den Zweitangriff zu fahren. Zumindest hoffe ich das, ehrlich gesagt. Was ist denn du eigentlich für ein Held hier? Und ich habe vor, diesen Typen jetzt hier irgendwie zu stellen. Also er hat hier immer noch zu wenig Truppen, um mir hier jetzt irgendwie gefährlich zu werden. Ich habe ja auch gleich wieder fünf am Start. Oh, was ist da schon wieder passiert? Zack, springe ich wieder zu Steinwallen drüber. Ist schon wieder was passiert? Also Steinwallen weiß echt, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ne? Das hat er drauf. Nee, eben nicht. Deswegen rennen wir hier oben im Nordwesten die ganze Zeit ineinander rein, während er da unten das heilige Katzenklo von Katzistan gebaut hat. Nein, es ist ein Phönix aus der Asche erschienen und hat sich meiner Armee angeschlossen. Entschuldigung. Ja. Wie viele Armeen hast du mittlerweile, Drölf? Ja. Ja. Ich habe nicht so viele Armeen. Der braucht ja keine. Ich habe nur gute, liebe Tiere, die mir folgen. Das ist wieder, das ist einfach eine Unverschämtheit, wie jetzt hier wieder ein nobler Steinwallen gemacht wird. Dass ich auf gar keinen Fall in eine 2 gegen 1 Situation gegen Ecke komme. Jetzt hier mit dem gleichzeitigen Ziehen, das könnte jetzt ganz blöd enden. Deswegen darf ich das nicht passieren lassen. Ich gebe zu, ihr seid wahrscheinlich die besseren Entertainer. Aber was soll man machen? Aber irgendwer muss ja auch gewinnen, ne? Statt nur einfach rumzuquaken. Nein, ich meinte, wenn man mir schon so etwas Langweiliges wie Feudal zulost. Ja, das stimmt natürlich. Feudal ist mega mächtig. Also ohne Witz, ich finde das fantastisch. Die KIs nur zu doof ist zu benutzen. Als Fantasy Topos ist es irgendwie langweilig, aber außer man spielt Katzen. Weil Katzen sind grundsätzlich nie langweilig. Insofern bin ich sehr glücklich. Ja. Ja, aber irgendeiner muss halt Feudal kriegen, ne? Sollen wir machen? Klage mich da nicht. Ansonsten, ich habe eine Klagemauer bei mir in der Stadt gebaut. Der Frosch ist auch schon da. Ja, also. Josh, doch, die Armee belagert mit. Die müssen nur nebeneinander stehen. Es geht de facto nur um diesen einen Charakter. Wobei, ich kann auch da drüben hingehen. Also die müssen eigentlich nur... Zwei Reichweite hätte gereicht. Alles gar kein Problem. Nicht, dass es irgendwas bringt. Der Belagerte ist er hier. Aber sonst niemand. Hm, hm, hm. Da ist schon wieder ein Forschungsposten explodiert. Tut mir leid, Ecke, aber die muss weg. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Habe ich vergeigt da unten. Ich glaube, bei euch passieren total spannende Sachen. Aber ich gucke, glaube ich, schon das zehntausendste Mal Spitze des Trosts an. Gut, dass meine Hauptstadt auch standardmäßig diesen Namen hat. Weil irgendwie... Hast schon ziemlich. Ja, das könnte aber theoretisch Maurice gebrauchen. So eine Spitze des Trosts, habe ich so das Gefühl. Ich nenne jetzt meine Stadt ohne Klagemauer. So, jetzt haben wir die Klagemauer. Ja, gegen drei Arminen keine Chance da unten, na. Okay, wir müssen ja zehn Stattung treffen. Gehen wir hier drauf oder gehen wir hier nicht drauf? Wir haben eh kein Geld, um Einheiten zu kaufen. Dementsprechend können wir jetzt auch hier fighten, ne? Hast du absolut recht mit. Würdest du mich jetzt hier angreifen, oder? Ich kann geotet. Ey. Ich bin ein bisschen neugierig. Entweder die rote Flut, die jetzt an Mörb scheitern, oder die weiße Flamme ist stärker als die rote. Eins von beiden. Also das wäre natürlich für die Frösche eine interessante Entwicklung. Wenn die rote Flut tatsächlich... Wo ist denn der Kampf überhaupt, Leute? Äh, du stehst direkt davor. Ranger. Ich bin blind, deswegen sehe ich das nicht. Passiert was? Ja, tüffelt das gerade aus, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch keinen Effekt oder sowas bekommen. Also gar nichts. Auf Kampf warten, wie der hier steht. Ja, der rechnet den Kampf einmal durch. Dauert jetzt auch eine halbe Stunde. Hätten doch spielen können. Oh nein. Ich sehe es von der Seite. Ich hoffe, dass meine Truppe so weit dich dezimiert, selbst... Was ist passiert? Und? Ich habe verloren. Ich sehe nichts. Also ich sehe noch nichts. Ah, doch. Ja, ich habe sogar deutlich gewonnen. Oh man, hat meine Armee mitgekämpft. Was? Weißt du, wenn wir vorher auch schon auf den Trichter gekommen wären mit dem Outer Resolve, dann, dann, dann... Wir hätten meine Frösche jetzt noch Hoffnung und Freude im Leben. Das habt ihr ihnen genommen. Warum denn schon wieder meine Armee? Was? Ich habe doch nur die eine. Mittlerweile. Jetzt nicht mal mehr das. Ach, ist das schön. Das Schöne ist, ich habe jetzt noch... Ich habe jetzt zwei Helden von Ecke getötet. Beziehungsweise erobert. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein gutes Gefühl. Ah, ich habe kein Geld. Ah, ich Idiot. Ich habe ein Fehler begangen. Okay, ich werfe mal was in den Raum. Wir haben Punkt 23 Uhr. Der Steinwald ist supermächtig. Haben wir nochmal vor, irgendwie... Warte mal, warte mal kurz. Also, sehr vernünftig. Warte mal, im Punktrang liegt der gute Maurice vorne. Also jetzt erzählt doch mal kein Quatsch. Ja, Maurice wollte ich auch angreifen. Ich bin bereit, jeden anzugreifen, den man mich angreifen lässt. Ich will ja nicht motzig sein, aber lasst euren Bluthund von der Kette. Genau. Ihr solltet von einem... Albori sein Reich. Jetzt lasst euch mal nicht ablenken durch den Gesamtpunkt des Sieg. Der Gesamtpunkt des Sieg wird sowieso nicht mehr ins Tragen kommen, wenn er nämlich seinen Expansionssieg durchgesetzt hat, der Steinwald. Das ist doch total unrealistisch. Was? Ja, guck doch mal, wie viel man dafür braucht. 101 Provinzen. Das ist ein Witz. Ja, das kann der nicht. Wie viel hat er denn da? Nee, das kann ich vergessen. Wenn es einen Sieg für die Person gibt, die am meisten Krieg geführt hat, ich glaube. Also, ich habe in meinem kleinen Ding schon 15. Und er ist ja bestimmt 10 mal so groß wie ich. Du, das ist wirklich nicht so einfach, so viele Provinzen zu haben. Nein, vergiss das. Also, ich habe mir das gestern auch angeguckt, weil ich mir die Siegbedingungen angeguckt habe. Also, ich meine, der Magiesieg, da muss man halt einfach ein paar Sachen bauen, beziehungsweise erforschen und dann bauen. Aber der Schwierigste ist, glaube ich, wirklich der Expansionssieg, weil du einfach so viel Land haben musst. Da bist du, glaube ich, meistens schneller, indem du einfach dann Städte eroberst. Dadurch kannst du ja auch diesen Expansionssieg bekommen. Wahrscheinlich sogar schneller. Ich bin da aber noch nicht von überzeugt. Er frisst sich die Provinzen von Riding Bull mit rein. Das stimmt, aber es waren unbesetzt. Ich habe da überhaupt nichts gefressen. Das sind wirklich unbesetzte Provinzen, Ranger. Nein, er hat mit den Cloud. Ja, die war nicht. Ja, die hast du beansprucht, aber es waren nicht deine. Es waren nicht deine. Nein, das war nicht deine, Baby. Ich habe es gesehen, es waren nicht deine. Ich meine, ich gucke doch da auch hin. Steini, du hast beim Civ VI-Event behauptet, meine Flotte sei nicht neben deiner. Wenn du Fake News verbreiten kannst... Moment, ich muss mir kurz den Schaum vom Mund erwischen. Jetzt geht es weiter. Wenn du Fake News verbreiten kannst, dann ich aber auch. Das waren meine Provinzen. Nennt mich Riding Donald Bull. Das ist immer schlimmer hier. Lass uns mal eine Mauer bauen. Aber du bezahlst dafür. Ich habe ein Angebot für dich, Riding Bull. Oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wie gnädig er das so sagt. Ich gönne dir jetzt was. Vom Turmfall her, ich würde jetzt schon am liebsten Nein brüllen, wenn ich dürfte. Ja, wirst du wahrscheinlich auch, weil ich fordere sehr viel. Wow. Du gibst einfach alle deine Städte an ihn? Nee, nee. Ich verlange eine Stadt. Eine. Für seine Freiheit. Dann kannst du dir im Gegenzug Gnollmoch holen. Okay, dann mache ich dir folgenden Vorschlag. Ich hole Gnollmoch. Was? Und schenke dir dann Gnollmoch. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich traue dir nicht und deswegen, sobald ich dich von der Kette lasse, nein. Das ist der Deal. Ich komme als Mediator mit rein. Du solltest jetzt Riding Bull von der Kette lassen, weil sonst gewinnt einer von den beiden, die rechts in Ruhe die ganze Zeit irgendwelche Dinge tun. Ja, ich arbeite doch gerade eben daran, dass ich der Gewinner bin, indem ich jetzt Ecke Slender rein wegnehme. Aber Ecke ist keine Gefahr beim Sieg. Ecke ist eine Gefahr insgesamt, aber nicht beim Sieg. Ja, aber ich baue dadurch Punkte auf und vielleicht gewinne dadurch ich. Ach, das wollte ich aber. Wir haben ein Bündnis. Wenn du gewinnst, gewinne ich auch. Ich finde es immer unweilig. Ich habe dir ein Angebot gerade gemacht. Das ist, du kannst es auch als Kriegsreparation bezeichnen. Weißt du, ich hätte mir diese Stadt vorhin sowieso nehmen können im Krieg. Warum sollte ich sie jetzt auf sie verzichten? Ich hatte die schon belagert. Was ist eigentlich gerade mit dem Spiel los? Weiß das jemand? Gegner bewegen sich. Sag an, ja. Ich hatte kurz in die Tischkante gebissen. Das hat das Spiel viel interpretiert. Ja, das kommt in den besten Familien vor. Ich frage noch meinen Chat. Mein Chat entscheidet. Soll ich Mörb eine Stadt geben und es die Freiheit zurückerlangen? Ja oder nein? Ich lese einmal vor. Zuschauen wäre fast spannender. Würde ich ihm geben. Der hat keine Ehre. Mörb merkt es bald. Mörb sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh Mann, vielleicht LOL. Nimm an, es ist kompliziert. Nicht geben WB, lass den hängen. Gott, macht mich das aggressiv. Ich habe einmal eine Weile aufzuschreiben. Nein, ja, nein, 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 nein. Greif sein Außenpost an. Darf ich nicht. Niemals auf keinen Fall. Oh Mann. Nein, das ist kacke. Also nein, das ist kacke, hat mich überzeugt. Freiheit ist wichtiger. Bleib Vasall. Nimm, die Stadt geht nicht. Die Stadt kann man sich eventuell wieder... Ja, das würde ich jetzt nicht laut vorlesen. Wow. Ja, es kamen ein paar interessante Ideen im Chat hoch. Man kann als Vasall wirklich nicht aus freien Stücken heraus sich die Unabhängigkeit erkämpfen? Was ist das für eine Menge? Welche Stadt hättest du gerne? Ja, ich habe dir ein Angebot gemacht. Das ist die Stadt Drac weg. Nee, die nicht. Ich bin bereit, in die Stadt Otto... Du, das Problem ist einfach, ich weiß, also ich rede da Tacheles. In dem Moment, wo ich dich von der Kette lasse, greifst du garantiert nicht Steinwallen an, sondern du wirst wie immer mich angreifen. Wie von Anfang an. Und das ist der Grund, warum ich an dieser Stelle einfach sagen muss, na, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich kann in Writing Bull vertrauen. Der hat mich noch nicht ein einziges Mal enttäuscht, diese Runde. Diese Runde ist ein großes Wort. Genau, die aktuell laufende Runde 39 hat er mich noch nicht betrogen. Was sagt denn Maurice dazu, weil ich bin mir ziemlich sicher, in dem Moment, wo ich ihn halt jetzt von der Kette lasse, dann wird er deine Stadt, also deinen Vasallen dir da wegnehmen. Nein, ich werde ja auf ewig für zu Dankbarkeit verpflichtet. Das ist natürlich eine Unverschämtheit, aber wir können ja nichts aufhalten, Leute. Das Leben ist hart und traurig. Und es gibt nichts Gutes auf der Welt. Ich nehme das Angebot mal an, aber nur aus einem Grund, damit wir endlich eine Patte kommen und irgendwas passiert hier. Ich nehme das Angebot mal an. Wo kommt es rein? Hast du es mir überhaupt geschickt? Ja, ich habe es dir geschickt, das war halt letzte Runde. Musst du, glaube ich, noch mal schicken. Kann ich nicht. Jetzt kann ich nur noch Erklärungen machen. Also das Angebot muss noch bei dir liegen. Ich kann nur Erklärungen abgeben. Angebote anzeigen. Ein anderer Herrscher ist kein Vasall mehr. Ja, da ist es. Gut. Ich freue mich, mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Ja, mich freut das auch. Das ist nochmal so ein Nachtreten. Es wird alles gut werden, meine Frösche. Quark. So, wie gesagt, also für irgendetwas muss er ja bluten an der Situation. Für den Anfang. Und ich finde das absolut gerechtfertigt. Ja, wirklich. Ich finde das absolut gerechtfertigt, was hier passiert ist. Und jetzt ist er wieder frei. Und ich meine, er hat ja jetzt noch zwei Städte. Er wird sich jetzt hier wieder noch eine dritte holen. Also ich denke, das war jetzt ein harter Schlag. Aber wir sind ja schließlich auch nicht hier, um quasi ringig Pizzo mit anfassen zu machen. Aber wir hatten jetzt eine schallende Niederlage, kam herein. Ich bin, also das ist, die Frösche halten das für ein Gerücht. Die Rode Flut ist unbesiegbar. Wir wissen alles. Wir wissen es alle. Unsere besten Armeen sind gegen sie marschiert und nie zurückgekehrt. Dass irgendein anderes Volk die wir zwungen haben soll, ist für uns undenkbar. Das kann gar nicht passiert sein. Ja, das sind Urban Legends. Ich sehe schon. Ja, unmöglich. Ist das Quatsch. Ausgeschlossen. Niemals ist das passiert. Hä? Okay, ich brauche auf jeden Fall nochmal eine weitere Einheit. Ein Split Screen Rainbow. Ja, mach mal aus dem Zeichen Multi. Genau. Ah, die Zeit geht aus. Aber mein Spiel... Ja, bei mir hängt es auch gerade. Ja. Ja, weil die Runde gerade eben wieder endet. Jetzt geht es. Jetzt geht es wieder. Das ist immer beim Rundenende irgendwie. Aber nee, bei mir ist, glaube ich, gerade das Spiel an sich gecrasht. Ja, nee. Was wird wieder? Hä? Ja, das hatte ich ja vorhin schon einmal. Das ist irgendwie so ein zögerte Ding. Jetzt bewegen sich wieder Gegner. Die Armee von Balthasar. Hier bewegen sich welche? Das werde ich gleich noch lösen. Hier bewegen sich das Spiel. Nächste Runde habe ich die Punkte dafür. Ja, das müsste gleich wieder gehen. Nee, es ist also die Anwendung ist so richtig mit Windows Startseite eingeblendet und so. Oh, jetzt auch bei mir. Ah. AOW 4.X reagiert nicht. Ja, genau. Oh, du hast recht. Bei mir ist jetzt auch plötzlich... Ja, das Spiel hat sich gerade verabschiedet. Ach, faszinierend. Bei allen auf einmal. Okay. Ein kollektiver Crash. Ja, weil jemand den Sieg erinnert hat, stimmt. Ja. Darf nicht gezeigt werden. Das Spiel sagt uns damit, Leute, dass es ausgeschlossen ist, dass die Rote Flut besiegt wurde. Als allein diese Möglichkeit, die die Grenzen des Froschreiches erreichte, ist das Spiel einfach abgestürzt, weil es so offensichtlich Quatsch ist und nicht passiert. Es ist Quatsch. Nein, Leute, es ist Quatsch, in der Tat. Es ist Quatsch. Ich bin im Hauptbesuch. Spielen wir weiter, Leute. Ja, ja, wir spielen weiter. Es ist bloß ein Crashed. Mörb ist am drüberrollen über die Rote Flut. Ja, außer einer sagt, der ist so nah am Sieg, dass er jetzt sowieso nicht mehr aufhaltbar ist. Quatsch. Leute, das Problem ist, ihr redet alle die ganze Zeit so viel und macht so wenig. Ich hab versucht, was zu machen. Was meinst du, warum wir keine Armeen mehr haben? Ich hab eine Stunde lang einen Scheißkampf geschlagen. Es hat nichts bewirkt. Jetzt muss ich mir von dir auch noch anhören, dass ich nur rede. Ich hab ja das nicht dir vorgeworfen, sondern mehr so den anderen. Ja, das verstehe ich. Da bin ich dabei. Die anderen, also prinzipiell, sind alle doof. Jetzt kommt der auf einmal hier an. Ja, ja. Derjenige, der die ganze Zeit gegen drei Fronzen kämpft. Die Dallwürfe haben nie irgendwas für uns getan. Ich bin auch ein Baulwurf. Meinst du mich? Ja, natürlich. Was? Ich hab einen schwarzen Silber im Laden. Ja, ich auch. Oh nein, ist jetzt die... Das Spiel ist schon wieder weg, ne? Hat irgendjemand... Oh, das wäre ja jetzt schlimm, wenn jetzt einfach der gewinnen würde, der jetzt gerade auf Platz eins der Punkte war, Leute. Weil wir nicht weiter spielen können. Wir müssen jetzt nochmal neu anfangen, nochmal sechs Stunden. Das wäre ja wirklich... Oh, das würde ich jetzt ja gar nicht wollen. Das wäre ja so ein unbefriedigendes Ende. Jetzt rechnet Windows wieder. Ich setz mal Runde zurück, ne? Ja, setz mal Runde zurück. Ich hab das Gefühl, ja, keine Rückmeldung. Oh je. Ja, bei mir ist auch geil. Ich geh mal aus dem Spiel komplett raus. Ich glaub, ich muss... Ah ja, ja genau. Man muss abschießen, ja. Eieieiei. Ja, ja. Also wir sehen, Multiplayer ist auf jeden Fall noch so halbstabil, ne? Ist verbesserungswürdig, ja. Ja, also, ähm... Ich hab's zurückgesetzt. Open. Jetzt stellt sich die Frage, wo waren die Maulwürfe, als die Frösche fielen? Ja, das ist absolut richtig. Die Maulwürfe... Die haben nichts gesehen, die wussten nicht, wo es lang geht. Also wenn du meine Maulwürfe fragst, die waren in einem Kampf gegen die Untoten, die sie quasi direkt wieder unter die Erde drücken wollten, und zwar in doppelter Hinsicht. Quatsch. Quatsch. Ich möchte an der Stelle jetzt einmal mein Leid klagen, ja? Ich spawne neben einer feindlichen, freien Stadt, die mich direkt angreift, wo meine Armeen dran gebunden sind. Danach bittet mich, Righting Bull, ihnen gegenüber zu helfen. Dann wird meine Armee von irgendeiner NPC-Armee zerrissen, und dann heißt es, oh, du kommst nicht mit deiner Armee, dann erklärt mir der Ork den Krieg und reißt mir eine komplette Stadt ab und meine zwei Armeen noch zusätzlich. Ich bin bedient für heute. Das verstehe ich. War ein sehr, sehr schönes Event. Apropos, richtigerweise im Chat. Ich freu mich auch schon sehr auf Shadow Gambit, das neue Spiel von Mimimi Games. Ja, ebenfalls. Sehr neugierig drauf. Ich weiß auch nicht, warum ich da gerade draufkam. Ja, das ist tatsächlich auch von mir. Da habe ich lange Zeit dran gearbeitet. Das Spiel ist übrigens wieder offen. Ihr könnt wieder reinkommen. Ah, sehr schön. Ich bin schon drin, ja. Hab's nochmal kurz umprogrammiert. Warte mal, Shadow Gambit, war das da nicht irgendwas komisches damit? Nee. Nee. Nee, gar nix. Alles okay. Nee, ich habe halt bloß eine Warnung bekommen, dass halt diese Einladungen nicht real werden. Ja, nee, das war, ähm, das, es gab tatsächlich mit dem Spiel ein Problem mit, äh... Ich bin schon wieder wassal. Nein, Mama, bitte nicht, hol mich hier raus. Ich will mit den Jungs nicht weiterspielen. Ja, ich kann dir dasselbe Angebot gerne nochmal... Für das Mimimi. Nee, das Angebot ist noch da. Du musst jederzeit... Mein Herz steht still. Ich weine, ich weine blutige Tränen. Das schaffe ich nicht. Bitte schick mir nochmal ein Angebot. Erlöse mich, Maurice. Ach, Maurice, sag ich schon. Erlöse mich mal von dieser finsteren Hutqual hier. Das Angebot müsste bei dir liegen. Ich kann kein weiteres nennen. Ja, ich nehme es an. Ich nehme es ganz schnell an. Wo ist es? Einmal rein. Echt, davon träume ich nächste Nacht. In dem Augenblick, wo ich erlöst bin, von der Qual hier dienen zu müssen, werde ich wieder reingezogen. Ja, dann weißt du ja vielleicht fürs nächste Mal, dass man auf mich, sobald ich den Kopf aus der Erde strecke, nicht gleich draufhaut. Angebot anzeigen, Vasallentum beenden. Ja, Moment. Ja, hat's geklappt? Jetzt springt meine Kamera schon unter die Erde. Was macht Steinwallen jetzt da? Bergbau. Ah, nee, ich hab abgebrochen. Ach so, ich hab noch eine andere Idee. Ich muss noch eine Kleinigkeit, hatte ich eben vergessen. Entschuldigung. So. Die Wohlerde. Irgendwann werden Archäologen aus unserer Welt diese Wohlerde entdecken und werden dann sehen, dass dort Menschen große Frösche gegen Menschen große Maulwürfel gekämpft haben. Das wären auf jeden Fall interessante Fossilien. Wir spielen hier eigentlich nur die Erdgeschichte nach. Genau. Gut, sie ist ein bisschen alternativ, aber... Ah, da guckt man jetzt nicht so sehr drauf. Ja, man muss ja da auch jetzt nicht so... Einheiten. Schmuck am Nachthemd. Aber das hat nicht geklappt. Kann das sein? Ich hab das vorher schon angeklickt, da ist es im Chat. Was hab ich gemacht? Du hast jetzt angeklickt, dass du mir jetzt einfach Drack weggibst. Ach, das ist ja Quatsch. Dann sei das so lieb und klick das weg. Ich bin mich am Verzweifeln gerade. Nee, also ich mach das jetzt so. Moment, also ihr Angebot... So, jetzt. Jetzt hab ich das nochmal hinzugefügt. Jetzt ist beides wieder drin. Das ist lieb. Hä? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Also, die Angebote sind gerade ein bisschen buggy. Ich glaube, es ist alles gerade ein bisschen buggy. Ja, 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 definitiv. Also, gerade eben konnte ich, obwohl ich Drack weg nicht habe, Riding Bull seinen Drack weg anbieten, dass ich es ihm gebe, was ihm momentan... Das klingt doch nach einem guten, fairen Deal. Sehr verwirrend, sagen wir mal so. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mit dem Witz alle kill. Jetzt stimmt's. Jetzt passt alles, Leute. Jetzt hat es, glaube ich, geklappt, oder? Jetzt hat es geklappt, ja. Bei mir sieht es gut aus gerade, ja. Alles gut. Ich will ja nicht, dass am Ende jemand behauptet, ich hätte den armen Riding Bull die ganze Zeit geknechtet. Das würde ich nie behaupten. Deswegen lässt er nochmal 40 Minuten frei. Naja, so lange war er jetzt nicht Vasal. Zumindest nicht in Runden. Ich weiß, Zauberer, aber ich möchte das behalten. Ich möchte es nicht als Vasal freilassen. Ich werde gleich mein Stadtlimit erhöhen und dann ist alles wieder gut. So, also, ich, äh... Ja, wie sieht's aus? Ja, wir warten auf die nächste Runde, ne? Ich diese Punkteliste sehe. Also, unfassbar. Weiß er nicht, nach welchen Punkten das... Also, wie viel... Woher sich die Punkte durch den Punktsieg überhaupt berechnen? Ich glaube, ein Durchschnitt aus den Rängen, also Militär, Expansion, Magie und Wirtschaft, ist dann, glaube ich, halt der Gesamtrang. Und das... Das wird wahrscheinlich halt Kriterien sein, wie viel du produzierst, wie stark deine Armee ist und so weiter. Also, glaube ich. Okay, das kann sein, ja. Wobei, es gibt ja einen festen Punktwert, den man hat. Achso, gibt's den auch? Ich guck mal da... Ja, wenn du auf, äh... Wenn du auf Aufträge gehst und dann bei Siegbedingungen auf Punktsieg draufklickst, dann siehst du deine Punktzahl. Das hab ich noch gar nie gemacht. Ach, das, das meinst du? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist für mich momentan noch so ein bisschen undurchsichtig, wie diese Punkte sich da zusammensetzen. Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Wenn ich seh, wie irgendwie hier auf der... Weiß das vielleicht jemand im Chat? Wenn ich seh, wie irgendwie hier auf der linken Seite geknubbelt sind mit vier Leuten, ne? Und wie viel Freiheiten beide auf der rechten Seite haben. Es blutet das Herz. Richtig, McVenna. Die Alternative wäre halt Auslöschung gewesen. Also, bei dem, was er halt da getrieben hat, sag ich mal, er hätte auf jeden Fall diese Stadt verloren. Ob er da nicht aufgehört hätte, ich hätte halt auch nicht aufgehört. Was ist jetzt aktuell so von so einer Idee? Ich hätte es ja nicht beenden müssen. Es war ja nur das Angebot, dass er weitermachen kann. Also, ich hab das Gefühl auch von der Dauer des Ganzen. Er hat mir ja schon angedroht, dass er mich gleich am Anfang rausnimmt. Aber jetzt noch mehr Leute, also bei dem Spiel würde ich sogar fast sagen, dass ein, zwei Leute weniger sogar noch okay wären. Ich finde, bei Crusader Kings zum Beispiel verlangsamen mehr Spieler es weniger. Aber hier ist ja irgendwie, es steht schon langsamer, finde ich, als so manch anderes Spiel, das wir schon gespielt haben in solchen Konstellationen. Deswegen würde ich, glaube ich, jetzt nicht noch unbedingt Leute dazuholen. Das ist aber nur meine Einschätzung. Sagt mir gern, wie ihr es seht. Finde ich derselben Meinung. Also noch mehr bringt es wirklich nicht, ja. Also ich glaube, sechs ist schon das Maximum eigentlich, sondern aber so ein bisschen, so ein Sweetspots, also sechs, fünf Leute, so in die Richtung vielleicht, vier, wenn man nicht genug zusammenkriegt oder so, aber ich glaube, das ist schon fein so. Was ich mir überlegen könnte, wäre bei der neuen Runde, ob man die Entfernungen, also der einzelnen Startpunkte noch näher zusammen macht, wenn man noch schneller diese Reibereien hat, also dass man statt Standardeinstellung auf nahe setzt oder so, wenn man noch schneller in diesen Clinch kommt. Weißen, also, wenn ihr von meiner Position aus waren wir so nah, dass ich nicht mehr mehr expandieren konnte. Die Verteilung auf der Karte war seltsam. Das stimmt. Ich hatte ziemlich viel Freiraum, Steinwallen auch. und Ranger hatte direkt Feinde. Du hast halt auch diese, bei dir war die freie Stadt feindlich, ich habe die halt direkt mir untertan gemacht. Also das war, ich habe nicht deswegen, ich bin jetzt nicht deswegen hinten in der Rangliste, aber das war auf jeden Fall mit der Stadt, die mir den Krieg direkt erklärt. Daniel direkt im Süden von mir und Ecke, der dann direkt im Norden hochgegangen ist und Berg dann noch. Das ist ein bisschen doof gewesen. Suboptimal, das verstehe ich, ja. Aber ich sage es mal so, wer Paradox-Spiele spielt, der kennt das eventuell. Also ich rede jetzt mal von Stellaris, da kommt sowas auch vor. Das stimmt, das stimmt. Insel wäre eine gute Idee gewesen. Ne, dann hätten wir zu viel Marine mit dabei gehabt und dann wären die ganzen Armeen eigentlich, hätten manche einen größeren Vorteil gehabt als andere. Dann hätte das reich, dass dann zum Beispiel die, einfach von Anfang an den Marine-Vorteil sich nimmt, also dieses Staatselement, wäre natürlich krass ein Vorteil, weil das haut da so rein. Dankeschön an Schöttik. Habe ich das Gefühl, dass Writing Bull mir gerade eben in den Rücken fällt erneut? Hast du mir gerade eben eine diplomatische Nachricht überbracht, Writing Bull? Andere Herrscher brechen ihr Bündnis. Aber was tust du auch, Mörb? Ich wollte, ich wollte einfach freundlich sein. Ich wollte... Diesen Menschen vertraut. Das ist ja, irgendwann ist man ja auch selber schuld. So ein bisschen. Also gut. Also gut. Also wir können auch über einen Frieden im Norden sprechen. Jetzt kommt der an. Ja, wieso? Halbe Stunde vor Ende will er Frieden hier machen. Ganz im Ernst, ich bin mir ziemlich sicher, ich komme damit klar. Mit dem Frieden oder mit der Kriegssituation? Mit dem, was Writing Bull gerade eben macht. Der Mörb ist auch ein bisschen wie der Kaiser von Byzanz. Ja, ich schaffe das schon. Und der ist auch frevelhaft. Den wir machen auch mal weg hier. Der da hinten. Guck mal. Es ist ja nicht so, dass ich hier ein Kind von Traurigkeit wäre. Ja, ich schaffe das Glauben bei dir. Kann man eigentlich Provinzverbesserungen wieder abreißen, wenn ich versehentlich zum Beispiel die falsche Saat gebaut habe? Aber Ecke? Die sind im Baumenü, glaube ich. Und da kannst du es dann nochmal rausnehmen. Oder es ist schon fertig gebaut? Nee, es ist schon fertig gebaut. Aber ich kann hier Provinz, nee. Kannst du die auf der Provinz draufklicken und dann mit diesem Rädchen probieren, die ähnlich wie eine Steinbruch zu einem Förster machen oder was? Ah, das ist eine gute Idee. Stimmt, ich kann hier ersetzen durch, ja, durch ein anderes Ding. Das geht. Ranger, hast du ganz kurz Zeit? für Separee? Ja. Folgender Vorschlag, du nimmst jetzt die Oberhölle ein, ich ziehe mit meinen Truppen zurück und ich werde jetzt mit aller Macht auf Riding Bull draufhauen. Wenn der mir jetzt wirklich den Krieg erklärt, ey, ich lasse nichts übrig. Aber dann, aber, aber Moritz Ecke hat keine Truppen mehr. Ecken hat keine, du, Steinwallen interessiert mich nicht. Ich kann dich auch noch gegen Steinwallen Krieg führen. Ich gebe dir jetzt hier die Möglichkeit, dass du dir Oberhölle holen kannst und das muss reichen. Wie viele Armeen hat der noch? Der kann nicht mehr viele haben, der hat zwei unten gehabt, eine davon habe ich vernichtet. Die drei da oben sind vernichtet. Das heißt, wenn er noch was hat, dann sind es vielleicht zwei oder drei Armeen und die sind irgendwo, aber nicht hier in der Gegend. also ganz tiefenentspannt. Na gut. Und ich sehe, was Riding Bullis hier macht, dass es seine betrügerischen Manöver sind geradezu offensichtlich, aber ja, wie gesagt, also wenn er das jetzt macht, dann ist mein einziges Bestreben, dass er bis zum Ende des Spiels nicht mehr im Spiel ist und das ist ein Versprechen. Quasi so wie ich. Ja, okay. Du lebst ja noch. Du lebst ja noch. Ja, ich glaube auch, dass Ecke nicht mehr viel hat. Also wenn er noch was hat, dann hat er nicht mehr viel. So. Hast du meine ehemalige Stadt zu deinem Vasallen gemacht? Ja, natürlich. Ich hätte es den zerstören können. Du hättest sie behalten können. Nein, hätte ich nicht. Ich hatte nicht genügend Imperium. Aha. Ich hatte wirklich nicht genug Imperium. Ja, ist gut. Ja, das ist schon krass, was der jetzt hier gerade eben macht. Maurice, könnten wir noch mal sprechen. Ja, klar. Sehr gut. Mag uns Hans einmal ziehen? Ich würde aber auch noch mal gerne mit Ecke sprechen. Danach. Danach, ja. Hm. Ich hole noch Nachtwächter rein. Beteiligungsanlagen hat das Ding, glaube ich, genug. Okay, ihr seid noch. Oh, jetzt. So. Welch eine interessante Situation hier für uns alle. Wohl wahr. Wohl wahr, wohl wahr. Also, wie gesagt, er glaubt es, dass er jetzt hier mit seinem angefressenen, dreckigen Dutzend, was er jetzt hier hat, was ausrichten kann. Aber alleine dadurch, dass er jetzt hier dieses Bündnis jetzt hier schon runterschraubt. Also, ich werde ihn nicht angreifen. In dem Moment, wo er mir den Krieg erklärt, werde ich angreifen. Und wenn er durch Steinwallen gewinnt, dann hat wenigstens Steinwallen ehrlich gewonnen. Da habe ich kein Problem damit. Da habe ich kein Problem damit, wenn Steinwallen gewinnt. Aber so wie diese Hekate-Blutmutter den armen, armen Terranias, naja, er heißt Terrorbringer, aber eigentlich sollte er Tunnelbrecher heißen, behandelt hat, ähm, ja, was soll man dazu sagen, ne? Von Anfang an, von Anfang an, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es halt auch manchmal heraus. Hm. Jetzt ist es auf jeden Fall schon ziemlich still jetzt hier. Geld mache ich auf jeden Fall gerade eben einen Riesenhaufen, ne? Da mache ich mir ehrlich gesagt gerade eben gar keine Sorgen. Also es wird nicht am Geld scheitern, hier zu gewinnen oder zu verlieren. Das wird es nicht sein. Ich würde mich gerne noch mal Steinwallen als sein Vassal anbieten. Vielleicht hat er ja seine Meinung mittlerweile geändert. Na los, machen wir. Ja? Ah, okay. Ich unterwerfe mich dir gerne. Ich kann meinen Krieg beugen, ich habe es mit dem Rücken, aber... Frage, warum willst du dich jetzt Steinwallen beugen? Ich meine, ich habe dir geholfen. Weil Steinwallen wirklich sehr gute Angebote mir gegenüber gemacht hat. Okay. Gut. Meine Ding, aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch durch deine Länder laufen kann, weil ansonsten muss ich nämlich dann doch Kriege erklären. Ja, wird schon gehen. Warte mal. Ähm, ach so. Sollte ich dich dann fragen? Jetzt kommen hier ein paar Strickungen. Ja, Abkommen, wo macht man das eigentlich? Brauchen wir jetzt mal wie eine Voraussetzung? Na, guck mal, ich habe übrigens auch Groll gegen Steinwallen. Ich könnte ihn eigentlich theoretisch benutzen, aber ich benutze ihn momentan noch nicht, weil ich einfach zu sehr abgelenkt bin von dem, was hier passiert die ganze Zeit. Was ist das? Ja, einen offenen Grenzpakt habe ich ja schon mit ihm, also der müsste normalerweise gehen. Das ist nur bestimmt Atemball. Aber auch in meiner Enzyklopädie, worüber ich ja ellenlange, stundenlange Tutorials gemacht habe, schreibt mir nichts an. Ach, wir müssen, im Chat wird geschrieben, wir müssen Krieg haben damit. Damit das geht. Das wäre ja auch ein Ding. Naja, aber irgendwo ist es schon nachvollziehbar. Ja. So, ja, das mache ich jetzt hier weiter. Was ist das jetzt hier noch? Ja, das ist schön. Das hier ist nicht so schön. Ich lasse hier lassen, was alles mal sein. Wissen Sie, das... Da ist es passiert. da hat jemand gerade eben seinen Untergang besiegelt. Wer? Ja, ups. Andere Herrschaften. Ja, natürlich, Riding Bull, er hat gerade eben mir den Krieg erklärt. Ist alles so schlimm? Ja, das sehe ich auch so. Man kann sich auf nichts mehr verlassen in dieser Welt. Nee, nee, das stimmt. Aber ich meine, auf nichts, also nicht auf Riding Bull, aber das hätte man eigentlich auch vorher wissen können. Ach, weißt du, ganz dezent gesagt. Nenn es Naivität. Ich habe mich jetzt den ganzen Abend von Riding Bull beschimpfen lassen müssen, obwohl er die ganze Zeit Lügengeschichten erzählt hat. Es ist, weißt du, ich habe am Ende ihm noch den Olivenzweig gereicht, in dem ich ihn habe gehen lassen, aber ich kann natürlich ihn nicht ohne eine Reparation ziehen lassen. Nee, irgendwann ist auch mal genug. Und jetzt werde ich ihn vernichten. Ich werde jede Stadt, ich werde sie nicht mal erobern, ich werde sie, ach nee, doch, ich werde sie erobern, um zu gewinnen. Aber am liebsten würde ich sie einfach schleifen, einfach nur zerstören, seine Existenz auslöschen. Er war nie da. Verstehst du, Maurice? Er war nie da. Ich verstehe das so total. Ich sehe übrigens gerade, oh, der noble Steinwallen, er kommt zu mir. Der noble Steinwallen kommt zu mir. Okay. Okay. Wenn zu einem Punkt sie kommt, wird Maurice gewinnen. Kurze Erinnerung, das ist der Maurice, dem ich eine Stadt nehmen wollte. Mörb meinte aber, mach das nicht, das ist eher los, ich verbiete dir das. Mörb wird gewinnen. Also ganz im Ernst, steig Lügelhalter Mörb. Also Maurice, wenn du gewinnst, also komm, einen Moment, ich muss mir schon wieder den Raum vom Mund mischen, entschuldigen. Der ist so unabitätlich. Ich habe schon wieder den Bildschirm angespuckt. Ich bitte herzlich alle Zuschauer um Verzeihung. Also wie gesagt, Maritik Bull, ich muss jetzt da einfach mal dazwischen grätschen. Du hattest deine Armeen unten bei Gnollmoch. Du hättest diese Stadt jetzt gerade eben holen können. Aber was hast du getan, statt, dass du das tust, unter der Voraussetzung, ich dich letzten Endes aus dem Vasallentum entlassen habe, du fällst mir erneut in den Rücken, erklärst mir sofort wieder den Krieg. De facto ist das Papier unserer Trennung noch warm von unserer Berührung. Und schon haben wir miteinander Krieg. Und zwar von dir erklärt. Jede Runde hast du unseren Pakt um eines weiter reduziert. Und... Es ist ganz simpel, der Chat wollte das. Und jetzt... Ja, und... Es waren auch mehrere Zuschauer aus deiner Community rübergekommen, die haben gesagt, hör mal, wir sind zum Beispiel überdrüssig, du musst ihn jetzt angreifen. Ich möchte, dass du aufhörst, angeblich für meine Zuschauer zu sprechen. Das steht dir nicht zu. Dein Mund ist mit... Nicht nur mit einer gespaltenen Zunge gesegnet, dass jeder einzelne Zahn ist eine gespaltene Zunge in deinem Mund. Jeder Zahn ist eine gespaltene Zunge? Ja, weil offensichtlich... Ich mache einen Termin beim Doktor. Ja, ich muss dieses Bild einfach mal den Leuten in den Kopf setzen, weil ansonsten ist das alles nicht mehr zu erklären, was hier geschieht. Ich glaube, dieses Bild wird niemand mehr vergessen. Das hoffe ich doch sehr. Jetzt habe ich endlich gefunden, warum diese Einheit sich so komisch bewegt hat. Hat eigentlich von euch schon mal jemand Zunge gegessen? Was ist denn das hier, was hier so passiert? Was ist mit Zunge? Ich mache einen Waldgang. Einen Waldgang. Okay. Noris, ich habe dir auch was geschickt einmal. Vertragstechnisch. Ja, das finde ich gut. Ich würde gerne einmal mit Steinwallen in ein Separee gehen, wenn das geht. Ja. Super. So oder so werde ich ihn jetzt einsperren, Leute. Auf die eine oder andere Art und Weise werde ich ihn jetzt einsperren und mich an ihm rächen. Das erste Mal nehme ich das Wort Rache in den Mund und ich finde zurecht. So. Hm. Magma-Geist hier ran. Nochmal so einen kleinen Stein-Geist. Da sind Dinge passiert. Jaja, dass Armeen in mein Territorium eingedrungen sind, das ist mir durchaus geläufig, liebes Spiel. Ach ja, klick, klick. Komm schon. Shadowhunt ist erstaunt über die Zahl meiner Armeen. Aber ich habe auch eine mega krasse Wirtschaft. Wie gesagt, Materiumsaffinität ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. So, jetzt bin ich gespannt, was die hier besprechen für Schurkereien. Also ich habe gerade Rangers Armeen gänzlich vernichtet. Von denen ist keine Gefahr mehr auszugehen. Das finde ich gut. Ich habe dir nochmal was geschickt. So Steinwallen, was wird das? Moment, hat jetzt Ranger, hat Steinwallen den Krieg erklärt? Oder umgekehrt? Ja, ich glaube, die cheaten sich jetzt gerade diese Vasalisierung ganz ehrlos natürlich. Aha. Weil es geht ja nicht anders, so wie es aussieht. exploitet ihr euch da gerade eben eine Vasalisierung, Leute? Nein. Wir sollten uns gar nichts, wir sind im Krieg. Nein? Wie sie Nein sagen? Hier funktionieren hier nochmal Gewaltmärker. Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie gemacht, tatsächlich. Aber die hier könnten das jetzt gebrauchen. Weiß das jemand, wo ich das aktiviere? Über Chat, weiß das jemand? Ja, wenn du die Einheit annimmst, dann hast du unten rechts neben der Einheit, da wo auch das Buddelsymbol ist. Können diese Runde keinen Gewaltmarsch durchführen? Interessant. Er hat aber schon ein paar sehr, sehr starke Einheiten, Leute, jetzt hier. Das darf man nicht vergessen. Ah, nee, jetzt. Jetzt geht's. Ah, okay. Oh ja, er hat sogar wirklich ein paar sehr starke Einheiten, die ich nicht so stark habe. Interessant. Die letzten 20 Minuten brechen an. Ja. Mhm. Wenn ich Glück habe, kann ich diese Armee hier direkt abfangen. Das wäre das Beste. Absolut. Aufgrund dessen, wie die Runde jetzt gerade hier bei mir lief, kann man im Spiel, im Spiel kann man glaube ich nicht mehr als zwei in Armeen gleichzeitig haben, ne? Das ist richtig, oder? Im Spiel? Genau. Man kann ja mal zwei Armeen haben, ne? Ja, ja. Guck mal lieber meine Armeen an. Also wenn du nicht sehende Maunwürfe spielst, dann schon, ja. Vielleicht habe ich die auch einfach dann hinterher verloren, ne? Und übersehen. Kann ja auch sein. Übersehen hast du seh, genau. Maurice, ich hab dir noch mal was vertragstechnisch zugeschickt. Das habe ich gerade nicht bekommen, glaube ich. Oh, dann muss ich da auch mal hinterher gehen. Aber nur, dass ich hier kriege nur das Steinwallen auf seinem Waldspaziergang hier in mein Gebiet kommt. Immerhin gibt's ehrenhafte Frische da oben. Das ist richtig. Hm. Also im schlimmsten Falle bekomme ich jetzt halt hier aufs Maul, ne? Aber egal. Stört mich dann auch nicht, aber dann gehe ich mit wehenden Fahnen unter. weitergeht. Mein Auftrag ist fehlgeschlagen. Ja, nun. Ui, ne, das schaffe ich nicht. Mein Chat macht sich lustig über mich, dass ich zu oft tatsächlich sage. Und es stimmt tatsächlich. Das ist die Kompensation für ehrenvoll. Und Ehre. Da sind wir im Krieg. Steinwallen. Steinwallen. Ach, Steinwallen. Das klingt schön, wie du sagst. Ja, was ist dein Plan hier? Boah, angeblich schaffe ich das halt nicht, ne? Scheiß drauf, ich probier's. Was ist denn jetzt hier noch für eine Spielentscheidung? Meine Güte. Ich mache es einen YOLO-Angriff. Mir alles egal. Nee, das war's. Ja, er hat so gute Truppen. Wer? Wie dein Vasall gewinnt, dein ehemaliger? Naja, er hat, äh, er hat T3-Einheiten aufgebaut. Nimm das, Terranias-Towerbringer! Nimm das! Er hat halt instant fünf Berserker-Einheiten auf T3 plus sieben erhält. Au! Gar nichts. Au! Du hast ihn zum Vasall gemacht und danach angegriffen, oder? Was hast du gemacht? Ja, ich hab seine Armee angegriffen und er hat halt jede Menge Tier 3-Einheiten und sogar einige Tier 4-Einheiten und die hab ich halt noch nicht. Braucht der liebe Wighting Bull noch einen Vasallen? Sumpftroll, sag ich jetzt mal, ist jetzt hier, äh, das Thema. Hm. Ach du meine Güte, ey. Das ist mal ne Wendung. Ja. Gibt ja noch mehr. Die Stadt holen wir uns zurück. So war ich, Herr Karte, Blutmutter heißer. Ich hatte eben das im Chat schon mal gesagt, wir machen auf jeden Fall mit der Karte Blutmutter auch noch mal eine richtige Reihe her. Irgendwann mal. Ich hab echt Blut geleckt hier. Äh, Maurice? Ich hatte dir noch mal vertragstechnisch was zugeschickt, was dir helfen könnte. Okay. Ich glaube, jetzt wird's hier, bei mir wird's jetzt hier sehr interessant. Ähm. Ich müsste den Helden wiederbeleben. Blau bewegen. Kann ich bloß gerade nehmen. Scheint ein mobiler Zoo zu sein, den Steinwallen hat, ne? Ja. Gott, das sieht ja aus, als wenn hier Schamanen über Schamanen nach vorne gehen. Sieg und Ruhm! Puh, dann rekrutieren wir mal nochmal weiter. Was? Für die Ehre! Dein Wallen. Das ist ja doch noch schnell Einheiten zusammengebracht. Ich hab noch, ich hab so viele Einheiten. Du hast keine Ahnung. Aus dem Fatalismus, aus der Asche erhob sich ein neues Stere des Frosch-Menschen-Imperiums. 5.000 gegen 2.700. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, das war meine einzige Chance jetzt. Ja! Aber du hast natürlich Glück. Ja, was heißt Glück? Ich hab nicht Glück. Ich hab das gesehen, dass du dich aufgeteilt hast. Ja, ja. Beide sind gut, Leute. Beide sind gut. Bastionen sind gut und die sind gut. Oh mein Gott. Ja, Respekt. Ja, sehr schön. Quark! Quarkt sie alle nieder! Niemand von diesen Baumkuschlern soll überleben! Quark! Nun, das ist, das ist meine Wendung. Quark! Du meinst die Kurzohrhasen aus dem Süden. Steinwallens komplette Armee ist weggeballert! Ja. Die Quarkopalypse. Das war auch mehr eine Verzweiflungstat. Weil ich nicht verstehen kann, wie du einfach vorne liegst in Punkten. Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, ich hatte die ganze Zeit, ich hatte halt die ganze Zeit drei Vasallenstädte, die ich auch gebufft habe mit diesem Produktionswerkzeugezauber. Ich glaube, dadurch habe ich tatsächlich einfach ziemlich viel produziert. und konnte dann hier habe dann wirklich, also ich habe wirklich meine Lektion gelernt auch aus dem Kampf gegen Strategie-Ecke. Feis auf Billow-Einheiten. Jetzt werden Vernichtungsschreine gespammt und Tyrannenritter. Und wir fangen, die Froschmenschen haben ihre Militärdoktrinen neu justiert. Der Eisengolem war vorher das Pinnacle. Jetzt ist er die unterste Stufe unserer Einheiten. Und wer hätte es gedacht, wir mussten uns einfach auf unsere froschige Überlegenheit besinnen. Und dann hat das sogar funktioniert. Quark. Die rote Flut hat euch die Augen geöffnet. Das stimmt. Euren Misseweg. Das ist absolut richtig. Ja, die rote Flut öffnete die Augen, dass wir auf dem kompletten Holzweg waren. Wir wollten irgendwie die Schwachen vereinen und erheben. Ne, die Starken müssen herrschen. Ja, so muss das sein. Wie viele Städte hast du denn, Boris? Wie viele Städte hast du? Äh, was bitte? Wie viele Städte hast du? Ganz einfache Frage. Drei. Wie, du hast drei steht? Ich hab sechs Städte, Alter. Wieso kannst du mehr Punkte haben als ich? Investiere. Ich hab noch drei Vasallenstädte halt. Aber die geben mir ja nicht so viel eigentlich. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich hatte die stärkste Armee also laut Ranking. Ich hab diese blöde Wurzel schon gebaut. Die hast du noch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich glaub, die Vasallen zählen unfassbar viele Punkte. Ich bin verwirrt. Ich bin auf einmal auf Platz zwei beim Punktsieg. Ja, bist du schon eine längere Zeit, ja. Hab ich beobachtet. Und ich verstehe es nicht. Aber vielleicht die Vasallen, ja. Aber das ist natürlich da ein bisschen Lack, welche Städte in der Nähe sind, ne? Weil ich hab halt nur eine. Nee, ich hab tatsächlich, das stimmt gar nicht. Ich hab, ich hab eine meiner Vasallenstädte ist am, literally am anderen Ende der Welt. Ah, okay. Ähm, die hab ich nur gesehen, weil ich mit Ranger Sicht geteilt habe und die andere ist unterirdisch. Wow, so hat er die Stadt bekommen? Das ist ja unfassbar. Ich hab tatsächlich, weil ich hab halt, wenn du auf Ordnung gehst, dann, dann lieben dich halt diese Städte. Du hast halt einen Zauber, dass du, also in zwei, drei Runden hast du ja das, äh, Vasallen-Ding mit ihnen. Ähm. Und, und, äh, aus irgendeinem Grund gilt meine Stadt jetzt immer noch als belagert. Ich glaub, das Spiel hat man wieder nicht ganz gecheckt. Äh. Sieg statt zurückerobert. Keine Einheit verloren. Sehr schön. So, ich möchte noch kundtun, dass ich nun das Buch des Gottkaisers aufschlage. Ähm. Die Einheitenstufe zählt auch in Punkte rein. Es ist wahrscheinlich jetzt, wir haben ja, viel in dem Zugzeit, die vorletzte Runde, ne? Ähm. Ja. Soll man sagen, das ist auf jeden Fall die vorletzte. Ja. Weil dann mach ich nicht irgendwelche absurden Aktionen jetzt noch, die, äh, eh nicht mehr zum Erfolg führen, weil ich nicht rechtzeitig dort ankomme. Also ich hab also ich einen Back, dass meine Stadt irgendwie nur noch als belagert gilt und ich da jetzt nichts mehr drin bauen kann. Äh. Aber ja, stimmt. Ich seh's. Soll jetzt, soll jetzt halt so sein. Kann ich nicht mehr so viel bauen. Ich hab wirklich jetzt mein Gold rausgeballert. Ähm. in, in alles, was ich hatte. Ah. Also, ich bin gespannt, wie ich am Ende des Tages stehe. Wir werden sie wirklich, aber ich kann's, aber, ich kann's nicht verstehen, ja. Aber, okay, alles, was vor, aber es gilt nicht. Ich kapier's ja auch nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich bin so weggeballert worden in dieser Schlacht und hab so gefehlt. Äh, äh, ich versteh die Punkte nicht, weißt du, ich hab doppelt so viel steht. Ich hab, ich hab, keine Ahnung, 60 Provinzen. Ähm, ich hatte die, das stärkste Militär, aber, scheint alles punkte-mäßig nicht relevant zu sein. Wie gesagt, ich wundere mich ja auch, Leute. Das Ding ist alles so, Erfahrungswerte, die wir jetzt, vor allem, weil es auch der erste große MP ist, ne? Ja, aber ich würde, ich sammeln muss. Ich wundere mich halt auch, ne? Weil Vasallen scheinen halt nicht rein zu zählen. Also, Writing Bull war halt, äh, währenddessen er Vasall war, offensichtlich für meine Punkte überhaupt nicht angerechnet. Also, ich hab das extra verglichen, bevor er mein Vasall wurde und danach, und da war nichts, da hab ich keine Veränderung gesehen. Also, ich versteh nicht, wie es funktioniert. Ja, das ist für mich ein bisschen blöd, ne? Wenn's einen Punktesieg gibt, muss man natürlich auch Strategien entwickeln können, die Punkte zu sammeln. Ich mein, ich bin einer von euch. Also, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich jetzt relativ weit bin. zum Beispiel, wenn ich, glaube ich, mit den Büchern am weitesten, oder? Hat jemand schon Stufe 5? Das kann sein, da ist doch ein Beides, ne? Ähm, dadurch hab ich... Entschuldigung, weiß denn jemand überhaupt verlässt nicht, wie die Punkte sich addieren? Ey, das ist ja das Problem. Überhaupt nicht. Genau, das wissen wir nicht, ja. Zum Beispiel von den, von zwei der Vasallenstätte von Maurice, ähm, da landen mittlerweile die Vasaleneinnahmen komplett bei mir, weil ich die mit der Schattenmentalität mir geholt hab, mit der Affinität. Ja, das kriegst du nur nicht mit. Das kriegt man wirklich nicht mit, lustigerweise. Interessant. Maurice kriegt auch sehr viele Punkte, weil er, ähm, diese alten Wunder auch teilweise hält. Die geben, glaub ich, auch gut Punkte. Da hab ich jetzt ein Haar geklärt tatsächlich. Das hab ich jetzt gegen Ende gemacht, als ich halt dann so starke Armeen hatte, dass die ein Cakewalk waren. Ja, hab ich mir da nochmal. Hab ich auch vier oder so. Ah, okay. Gucken wir das doch einfach mal, äh, noch mal im Nachgang in Erfahrung. Ich würde jetzt gerne, ähm, ja, die letzten beiden Runden haben angebrochen, aber lass uns doch mal bitte gerne die Punkte der ersten beiden vergleichen miteinander. Ähm, dass wir hier nicht sonst sinnlos rumklickern müssen. Also, Maurice und Merv, sagt mal, wie viele Punkte ihr habt. Ob überhaupt noch innerhalb von zwei Runden nicht wäre. Steht noch ne, um Punkt zu sagen. Äh, 430. Doch, wenn du auf Punkt zu sagen. Äh, 390. Also, ich bin knapp hinter Moritz de facto. Ich mein, da ist es natürlich schon relevant. Achso, man kann das Track, ah, okay, alles klar. Wo steht das? Äh, wenn ihr oben auf den zweiten kleinen Reiter Aufträge geht und dann bei Siegbedingungen auf Punkt Sieg klickt. Ah, 350. Da ist dann jetzt gerade schon relevant, dass meine eine Stadt nichts mehr bauen kann. Äh, wie viele Punkte liegt hier auseinander? 40. Nur 40. Aber schafft ihr das innerhalb einer Runde? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wir sind den ganzen Abend dran und der Höchste hat 430 Punkte. Wahrscheinlich, das stimmt. Zehntel in zwei Runden zu erreichen, halte ich für unwahrscheinlich. Deswegen mein Vorschlag wäre, wir machen dann jetzt quasi hier einen Cut, dann können wir von mir aus noch einen Aftertalk machen. Moment, ich will mal kurz, Maurice, ich habe dir noch einen Vertrag geschickt. Das magst du unterschreiben. Das ist natürlich ein wichtiger Vertrag, die Korrespondenz darf nicht unterbrochen werden. Abkommen wurde, was, schon wieder gebrochen? Nee, eins solltest du nur noch gekriegt haben, eine Anfrage. Basalisierst du dich jetzt unter Maurice? Nein, nein, das ist nicht. Ich habe ein Bündnis geschmiedet. Das wurde auch direkt wieder gebrochen, oder was? Ja, ein Abkommen wurde gebrochen, ja, ein Abkommen wurde gebrochen. Du hast ja Verteilungspraktisch geschossen, ich weiß gerade nicht genau. Es gab keinen Zeitpunkt im Spiel, wo ich die Kampfkraft gehabt hätte, um das hier zu schlagen. die gebrochen und gemacht wurden. Ich hatte alles angenommen, aber ich glaube, das Spiel ist auch gerade in einem dezent, wie gesagt, verbackten Zustand. Diese Stadt hier ist immer noch belagert. Ich habe keine Ahnung, was es mir genau sagen will, damit, aber... Ja, dann, okay, passt. Würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Maurice, auch wenn es schmerzt. Ich weiß ja selber nicht, also ich habe ja mittendrin so komplette Scheiße gebaut. Ich habe viel gelernt, immerhin. Ich kann jetzt hier zum Abschluss noch, das ist gerade, finde ich, schön... Ach nee, Moment, ist das jetzt wieder weg? Darf ich ganz kurz in deine Siegesrede reinplatzen, nur um was zu erhellen? Also ich habe jetzt vier Punkte verloren. Also ich glaube, jetzt wurde die Stadt angerechnet, Drack weg, aber die war wohl dann nur vier Punkte wert. Ich möchte das beenden damit, dass ich meine Frösche jetzt noch zu Engeln aufsteigen lasse. Das wurde literally jetzt zum Abschluss erforscht und ich finde, es haben sie sich verdient. Gott, sieht das dumm aus. Das sieht schon echt sehr bescheuert aus. Ähm, ja, äh, jetzt haben wir engelsgleiche Frösche. Äh, ich weiß tatsächlich, ich bin... Also ich meine, ich habe, denke ich, schon ganz gut am Anfang einfach sehr viele Ressourcen bekommen durch diese drei Basalenstädte und habe dadurch vielleicht meine internen Städte schneller ausbauen können als andere und habe halt schon versucht, zumindest sehr aus dem Fehler zu lernen, dass ich offenbar eine schlechte Armee aufgebaut hatte gegen Ecke und habe dann versucht, okay, jetzt versuch noch mal einen ganz anderen Schnack. Weniger Support-Einheiten, mehr Schadenseinheiten, habe die Bücher auch ein bisschen darauf dann ausgewählt, ähm, wie ich dann aber dich mit diesem Riesengebiet überholen konnte, bin ich mir ehrlich gesagt selber auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, weil deine Meinungszusammensetzung hat ja keine Relevanz für die Punktzahl. Also das ist... Ich würde schon vermuten, dass das die Stärke der Truppen natürlich zählt, weil... Einheitenstufe zählt den Punkt da rein. Nee, aber auf Militärrang war ich bis zu unserer Schlacht auf Nummer 1. Ah, okay. Also das, das ist ja die Einheitenstufe und so. Mhm. Ich habe mich da aber auch, muss man der Fairness halber sagen, äh, gut erwischt, weil wir haben ja nicht mit drei Dreier-Stacks, mit drei Full-Stacks gegeneinander gekämpft. Da stand ja einer von dir mit zwei oder sowas rum und den habe ich angegriffen. Ja, ja, klar, diese Schlacht am Ende, das war ja völlig, das war ja einfach nur YOLO noch ein bisschen zu spät in den Hebel umgelegt, das ist ja immer mein Problem. Ähm, aber weil ich halt, ich war ja lange Zeit punktemäßig vorne und dann irgendwas passiert. Aber ich, also ich bin nicht... Nee, also ich... Ich kann es einfach nur verstehen. Ich verstehe deine, ähm, Konstellation, will ich es mal nennen, weil ich auch nicht ganz, ich war ja selbst überrascht, also tatsächlich, der Chat spekuliert schon, dass mein, ähm, ähm, mein Fatalismus gespielt sei. Das war er tatsächlich nicht. Ich dachte, okay, scheiße, dumm gelaufen, ich hab einen glorreichen Feldzugversuch, der ist gescheitert und jetzt probieren wir mal noch irgendwie ein bisschen was wieder aufzubauen. Dass ich ernsthaft noch im Rennen war, doch noch zu gewinnen, hab ich selbst erst so in den letzten eineinhalb Stunden kapiert, ach, Moment, ähm, ich konnte mich ja wieder aufbauen. Ähm, ich wäre auch, glaube ich, ziemlich im Arsch gewesen, wenn Ecke mir nachgesetzt hätte, wobei er dann vielleicht andere Feinde noch gehabt hätte, die ihn attackiert hätten. Ich konnte dich nicht nachsetzen. Äh, dafür war dann Mürps und Rangers Armee dann wieder zu nah dran. Ja, wir haben sich da im Grunde gerettet. Da gab es kein Zeitfenster, wo ich dann wirklich hinterhergehen konnte. Da kannst du dich bei Ranger bedanken, der hat im Grunde deine Rettung organisiert. Also der Zweifrottenkrieg war Katastrophe. Leute, was würden wir uns denn wünschen, was die Entwickler für Multiplayer-Matches noch verändern, mal abgesehen von den Technikproblemen und der Synchronisation und dem Nachladen. Also was wären so Sachen, wo die noch nachbessern sollten für den Multiplayer-Modus? Die Punktzahl Transparenz macht. Transparenz, ja. In meinem Chat wird übrigens gesagt, und das könnte ich dann wieder nachvollziehen, dass offenbar das Besiegen von Gegnern, also auch in Schlachten oder so Punkte gibt. Das finde ich an sich das Spiel sehr gut, weil dann so eine eher so defensive Spielweise wie meine dann auch nicht belohnt wird. Kann ich absolut mit leben, ja. Das könnte man im VOD nachvollziehen bei mir, weil ich hatte die Punkte die ganze Zeit eingeblendet und ob sich durch die Schlacht gegen dich jetzt gerade massiv was geändert hat. Jetzt warte mal, ich schaue das jetzt tatsächlich mal selbst nach. Ich gehe in mein eigenes VOD. Aber es wäre so oder so hilfreich. Entschuldigung. Ja, im Reinkopf zwei Wünsche, die ich selber hätte. Zum einen würde ich mir wünschen, ja, also aus der eigenen Betroffenheit heraus, dass es halt möglich wäre, einen Vasallen-Status mit mächtigen Nachteilen auch als Vasallen selber zu lösen, weil sonst kriegt man sich nur noch müde dadurch und ist im Prinzip raus aus der Match. Und die andere Sache, ich würde mir wünschen, dass so eine Situation wie ganz am Ende, dass Steinies mächtigste Armee nur dadurch vernichtet wird, weil man in einem einzigen Augenblick statt drei nur zwei Armeen da rumstehen hat, so war das glaube ich in etwa, dass nicht so ein Verklick darüber entscheidet, ob ein ganzes Reich dann militärisch abbraucht. Weil das ist ja so, wenn man einmal die Armeen falsch hin und her gestellt hat oder bei der Internetverbindung ein bisschen hinterher gezogen hat, dann kann es passieren, dass alles, was man hat, komplett verschwindet, die gesamte Armee vernichtet wird in einem Kampf, den man hat, nur weil man einen Minifehler in einer Runde gemacht hat. Und das empfinde ich auch als wenig fair, das hätte ich mir auch ein bisschen anders gebalanced. Das fiel mir tatsächlich sogar auch im Singleplayer schon störend auf. Mir fehlt eigentlich sehr aus Total War die Möglichkeit, sich nochmal einen kleinen Schritt zurückzuziehen, wenn man erwischt wird. Und vielleicht ja auch durchaus mit Du erleidest dabei ein bisschen Schaden. Ja. Aber, dass man jeden Kampf, der einem aufgezwungen wird, machen muss, was vor allem auch so ein bisschen, ich habe das tatsächlich, das habe ich bewusst nicht gemacht. Ich habe gewartet, bis Steinwallen nach meinem Dafürhalten fertig war mit der Positionierung. Weil du kannst ja auch mit Schnellklicken dann, wenn eine Armee sich gerade vorbewegt hat, dann deine reinwerfen durch Simultanrunden. Und das macht das ja dieses Problem noch schlimmer. Da würde ich mir auch irgendwas wünschen, dass es da eine Mechanik gibt, dass du irgendwie einem Kampf nochmal auskommen kannst. Es gibt ja die Rückzugsmöglichkeit, aber die funktioniert nur, wenn dann noch Bewegungspunkte haben, wird geschrieben. Ja, genau. Ja, das gibt es. Du musst halt Bewegungspunkte haben. Genau, ja. Was ich übrigens noch anbringen wollen würde, was ich übrigens gerne noch anbringen wollen würde als Kritikpunkt. Das ist mir sowohl auch schon im Singleplayer passiert und jetzt auch mit dem lieben Daniel. Wir sind viel zu nah und auch Ranger mit Ranger viel zu nah aneinander gespawnt. Wenn man sich mal anguckt, was für einen Kontinent der Steinwallen besiedeln konnte, das ist ja eine Prärie endlosen Landes und bei uns sind drei Spieler quasi gefühlt auf einen Quadratmeter geschmissen worden. Das stimmt. Ihr habt drei Spieler auf der Zeit, wo Steinwallen ist. Genau. Ja, das stimmt. Und dann haben wir noch zusätzlich noch Berge, die uns noch mehr einschränken. Also, das ist, meine Sachen, ist das Hauptproblem einfach dabei, dass es bei Ranger von das Vier ja relativ wenig Städte gibt, die man im Laufe einer Partie gründet und das bedeutet, dass die Stadtstadt und der Standpunkt, den man da beim Zufahrtsgarten-Kriff Gruppen und Raids schönen guten Abend. dass der übermäßig großen Einfluss auf den Partieerfolge generell hat. Das ist bei Singletoner-Matches, wenn man frustriert ist, egal, dann lädt man neu, man hat keine Zuschauer. Beim Multiplayer-Match geht es nicht. Das kann man natürlich so entscheiden als Entwickler. Wenige Städte, okay, kann man machen, schnelle Partien, aber dann braucht man, müssen wir als Spieler auch sehr hohe Ansprüche haben dürfen an eine vernünftige Verteilung der Städte. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man so eine Spielmechanik einführt. Zu einer anderen Sache noch, zum Punktesieg. Danke an einen meiner Zuschauer, an Vivi Stvari. Da hat das irgendeine Quelle, die anscheinend eine offizielle sein sollte, sich einen englischen Text rausgesucht, wie das erklärt wird. Ich habe mir das mal kurz übersetzt und lese mal flüssig die Übersetzung runter. Um die meisten Punkte zu erhalten, müssen Sie in fünf verschiedenen Bereichen des Spieles gute Leistungen erbringen. Bei Militär, bei der Diplomatie, Wirtschaft, Expansion und Forschung. Zum Beispiel steigt Ihre Militärwertung wenn Sie mehr Einheiten sammeln und mehr Schlachten gewinnen. Ihre endgültige Punktzahl für den Punktesieg wird durch Ihre Platzierung in allen fünf Kategorien bestimmt. Das heißt, es ist anscheinend ein Algorithmus dahinter, der quasi eine Übersicht darstellt über die Einzelplatzierung und die dann nach irgendeiner Form zusammenrechnet. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da gar kein super transparentes, man guckt mal drauf und kapiert es sofort. Aber ich war Militärrang eins, ich war Expansionsrang eins und ich war Wirtschaftsrang zwei. Also wenn Sie... Aber Sie haben auch einen Diplomatie-Rang. Das wollte ich gerade sagen. Wenn der drin ist, da dürfte ich sehr viele Punkte bekommen haben, weil da dürfte bestimmt eine Vasallenstadt auf Maximum bringen. Da zählt dann gar nicht vielleicht, dass WB sich später die Ressourcen gesnackt hat. Aber ich habe ja drei Vasallenstädte komplett auf den höchsten Rang gebracht. Und ich hatte auch ein paar Bündnisse, mit denen ich auch gekämpft habe. Vielleicht zählt das auch, dass ich eine Weile mit mehreren Leuten verbündet war gegen die Rote Flut. Also möglicherweise war das dann, wo meine Punkte herkamen. Meine Vasallenstadt, die habe ich quasi auch integriert, weil ich halt ein hohes Stadtlimit hatte. Ich habe mein Volk so gebaut, sodass ich quasi gar keine Untertan hatte, keine Bündnisse, quasi null Diplomatie. Könnte natürlich sein, dass mich das runtergepuscht hat. Aber das macht Sinn. Wirklicherweise hat aber keine Punkte gebracht. Ich habe es gerade geschaut. Ich hatte danach sogar ein bisschen weniger, weil ich Truppen verloren habe. Also das macht Sinn, was ihr sagt. Also ihr habt auch gesagt, Wirtschaft spielt eine Rolle, weil bei mir schreiben die Leute im Chat die ganze Zeit, also meine Wirtschaft wäre so brutal stark. Wahrscheinlich bin ich deswegen auf Platz zwei. Und ich bin halt auch schon bei meinem ersten Stufe-Vier-Buch. Das hat wahrscheinlich auch reingekickt. Ne, wir haben schon Maurice hat fünf. Ich habe schon zwei Stufe-Vier-Bücher. Ne, ne. Dann liegt es nicht daran. Ich habe das letzte Buch. Das hat sich ja auch bei mir Punkte gebracht. Also ich bin jetzt schon dabei, hier das Buch des Gottkaisers durchzuforschen. Dann ist es bei mir nur die Wirtschaft. Also dann ist es bei mir einfach nur die Wirtschaft. Also ich habe ein Stufe-Drei-Buch. Ich auch nur. Ich habe eigentlich gerade eben angefangen. Fühlt man sich eingeengt. Es ist schade. Ich wollte an der Stelle gerade nochmal ein Ende sagen. Ich finde es schade, dass ich am Ende, also dass wir jetzt gerade eben zum Ende kommen. Weil ich wollte Riding Bull noch so ein Abschiedsgeschenk in fünf Runden da lassen. Die Atomrakete. Ja, so etwas Ähnliches. Die pyroklastische Eruption. Also ich hätte angefangen jetzt hier oben einfach alles in Lava zu verwandeln. Es gibt einen Meteoriten-Schlag. Ich glaube, der kommt am ehesten an die Atombombe von Zifran. Ja, den habe ich gerade erforscht. Aber ich konnte den jetzt leider nicht mehr einsetzen. Ich wollte das bei Maurice auch machen. Das konnte ich schon seit zehn Runden. Erweckung des Waldes und sowas. Nee, was anderes. Alles zerstören und Wald pflanzen. Aber Maurice hat gut gespielt und hat die Zauberblocker da geworfen. Ja, ich habe natürlich gemerkt, dass du viel auch am Zaubern bist. Und mir gedacht, okay, der wird da irgendwas machen. Und da muss man bereit sein. Das hätte ich auch in dieser Schlacht extrem geholfen und so. Also die Schlacht ist schon völlig zurechtgewonnen. Ich hatte halt nicht gewusst, dass deine Einheiten in der Nähe stehen. Ich musste halt all in gehen. Ich musste die bekommen. Hätte vielleicht noch mal Fachpunkt geholfen. Ich möchte jetzt ganz am Ende noch was einwerfen. Und zwar habe ich das Kunststück vollbracht. Sollten wir jetzt rein theoretisch das letzte Runde gewesen sein und jetzt der Sieg jetzt sein, der Punktesieg sein, stände ich tatsächlich quasi hinter Maurice auf dem Siegertreppchen, da wir, glaube ich, eingestellt haben, dass Verbündeten Siege möglich sind und wir jetzt in der letzten Runde noch ein Bündnis geschlossen haben. Ja, wie das quasi erschlichen habe, weil ich weiß, ich wäre ja nur ein Klotz für dich am Bein gewesen. Du bist jetzt allen besser, auch militärisch alles. Na, du wärst schon, du wärst ein guter Roadblock gewesen, falls die anderen auch noch irgendwie auf die Idee kommen von der anderen Seite. Das war der Plan. Auf meine wohlhabenden Ländereien zu geiern. Deswegen sei dir das. Die Rote Flut hat uns ja auch dann am Ende doch das Licht gezeigt. Ich brauchte Ordnung in das Chaos. Ja, wirklich, wirklich. Sie hat uns den Fehler unserer Wege aufgezeigt, dass wir völligen Quatsch zusammengespielt haben. Also diese Schlacht, das war wirklich, also well played auch natürlich, aber das war ja richtiges Waterloo. Das kann doch nicht sein. Ich hab damit auch nicht gerechnet, in keinster Weise. Da hat keiner mit gerechnet. Also es war auch mega gut gemacht. Also Ehre, wem Ehre gebührt, um das Wort jetzt hier gleich noch zweimal zu sagen, meinen armen Chat, der heute sehr geplagt war. Aber, ja, nee. Hab ich jetzt ehrlich gesagt, also ich hab, offenbar muss ich mein Gespür für dieses Spiel verfeinern. Weil als ich mit meinem sicheren Sieg rechnete, hab ich krachend verloren. Als ich mit meiner sicheren Niederlage rechnete, hab ich gewonnen. Ich weiß nicht, was das über mich sagt. Ich weiß nicht, also mir wär's genauso gegangen. Also ganz im Ernst, die Schlacht, die du jetzt angesprochen hast, die war aus meiner Sicht eigentlich ein klares Ding für deine Truppen, zumindest rein von den Werten her. Und ich kann mir immer noch keinen Reim draus machen, was da schiefgelaufen ist. Das ist Chaos. Chaos ist eine Leiter. Chaos. Annuelle Schlacht kann halt auch mal interessant sein. Aber es war insgesamt trotzdem eine spaßige Sache, muss man sagen. Ich glaub auch, weil wir uns die Regeln auferlegt haben. Ja, ja. Das stimmt. Das war eine coole Sache, ja. Hat mir gefallen. Also ich finde die Regel auch, mit dem alle zustimmen müssen, glaube ich, für solche Formate, finde ich, der Sweet Spot. Also das finde ich richtig gut. Das, ja. Ich glaube, wir haben aber schon gelernt, dass für dieses Spiel Multiplayer-Autoschlachten einfach nicht gehen. Nee. Also den Autoschlachten nicht gehen. Manuelle Schlachten. Nee, manuelle Schlachten, genau. Ja, manuelle Schlachten. Weil das hat ja ewig gedauert. Man hat auch direkt gemerkt, so spannend zum Zuschauen war es dann teilweise nicht. Und jetzt zum Beispiel die Schlacht mit Steinwallen hätten wir eigentlich auch dann, das war eine Finalschlacht, das hätte eine Stunde gedauert. Wahrscheinlich. Aber das wäre spannender gewesen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt wirklich die Entscheidungsschlacht ganz am Ende und nicht so ein Plänkel in der Mitte, dann kann man das auch nicht spannender gewesen. Ja, ich würde die ganz rausstreichen. Ja, würde ich auch so sagen. Bevor wir uns alle in Freundlichkeit verlieren und gleich ins Bettchen wanken noch, wenn ich den Klassensprecher mal machen darf oder den Alterspräsidenten, dickes Dankeschön an Mörp und an Ranger für die supergute Orga, für die tolle Idee, dafür, dass sie uns alle zusammengetrommelt haben und uns allen, den Zuschauern, Zuschauerinnen und auch uns Teilnehmern, einen wundervollen Abend beschert haben. Danke euch beiden. Ja, nicht zu danken. Absolut. Schließe ich mich zu 100% an. Sehr gerne. Absolut. Wir haben doch alle Spaß gehabt. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Genau, danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja, war mir ein Fest. Eine Frage noch, kann man so ein Multiplayer-Ding jetzt irgendwie so beenden, dass der Held dann auch ins Pantheon geht oder sowas? Oder müssten wir dafür zu Ende spielen? aufgeben, oder? Ich glaube, wir alle geben auf, außer Maurice. Hat Maurice gewonnen? Oder wie läuft das? Ja, das sollte man machen. Ja, komm, probieren wir das mal. Dann wissen wir das. Fantastisch, dann kann ich diesen komischen Froschmensch in mein Pantheon stellen. Wollen wir das so machen, wir geben in Reihenfolge auf oder sollen wir einfach das aufgeben? Ich habe auch schon aufgegeben. Ja, dann gebe ich jetzt auch auf. Also ich bin auf letzter Platz, um das nochmal hier am Ende nochmal zu sagen. Aber zumindest in der zweiten Reihe. Wieder noch die eigenen Armeen so abstürzen. Äh, aufgeben, los. Jetzt. Ja, jetzt habe ich aufgegeben. Da. Die Totenschädel. Jetzt werden vielleicht auch mal die Punkte nochmal aufgeschlüsselt. Das wäre auch interessant. Irgendwas kommt jetzt, ja. Ich sehe jetzt zum ersten Mal die Niederlagebildschirm in diesem Spiel. Du hast aufgegeben. Da ist der mächtige Froschkönig. Gott, sieht der dumm aus. Guckt ihn euch an. Entwicklung anzeigen. Warum bin ich so weit unten? Naja, wenn du nur eine Stadt hattest seit langer Zeit, ne? Gesamtsrang. Hier sieht man den, hier sieht man, dass ich die, 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 äh... Genau. Guck mal. Hier sieht man, Diplomatierrang war ich zum Beispiel sehr weit oben. Zwischendurch war, wer war gelb? Sogar... Ich war gelb. Mörb war gelb. Ja, weil du, weil du... Da hat dann dein Basal wohl doch gezählt. Ähm... Ne, 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 ne. Das ist die Phase gewesen, wo ich sieben Armeen hatte und meine Wirtschaft einfach mega krass reingekickt hat. Ne, aber ich gucke gerade nur den Diplomatierrang an. Achso, warte mal. Ja, da, da bist du zwischendurch ganz oben. Wer hat denn welche Farbe? Gibt's denn Legende irgendwo? Ach, schau dir das mal an, aber auch weiß, äh, Writing Bull ist da auch voll nach oben geschossen. Das heißt, Writing Bull hat in dem Moment auch voll davon profitiert. Und wir sehen am Ende... Weil ihr ein Bündnis hatte. Ja, genau. Genau, und wir sehen am Ende so Treppchen beinahe schon, wie Writing Bull die ganzen Beziehungen mit mir so nach und nach runtergestuft hat bis zum Krieg. Und da geht's bei uns beiden auch runter beim Diplomatierrang. Okay, also Beziehung zu anderen Spielern bringt Diplomatierrang. Ja. Das ist immer interessant. Ich sehe gerade noch, dass ich wirtschaftsmäßig eigentlich die meiste Zeit geführt habe. Am Ende habe ich halt voll eskaliert. Da hast du richtig überholt, genau. Expansionsrang war Steinwallen mit Abstand der Beste. Und das nicht mal close. Da sieht man aber auch ein bisschen die unfaire Verteilung, weil Ranger richtig weit unten ist, weil er einfach nicht so viel Platz hatte. So eine kleine Ecke. Expansion geskillt. Also ich habe halt mit plus eins irgendwie... Es gibt da so ein Skill, dass du Städte billiger bauen, ganz plus eins Bevölkerung. Ich hatte Natur und sowas alles. Das war halt... Also das... Ich gebe zu, auf die Militärrangkurve bin ich ein bisschen stolz. Also nicht auf das, was da in der Mitte passiert, aber... Ja, aber das ist auch merkwürdig, ne? Krass. Ne, da habe ich halt alle meine Armee verloren. Das war ja die... Ja, ja, ja. Da hat es komplett geweibt worden. Und dann konnte ich mich nochmal aufbauen, weil ich so eine starke Wirtschaft hatte. Und Forschungsrang war ich sogar gar nicht so viel besser. Ich war zwischendurch, aber da waren... War Mörb... Und wer war Weiß? Bibi. Weiß ist Friday Bull. Ihr wart auch ganz gut dabei. Also so aufgeschlüsselt ist es dann doch... Stimmt, ich hätte als letztes aufgeben müssen, ne? Da hätte ich gewonnen. Ah. Oh, tut mir leid. Ne, tatsächlich hast du recht. Also so aufgeschlüsselt sieht das ganz interessant aus. Also man sieht halt immer nur sich selber und fragt sich, warum bin ich an der Position? Weil man kennt die Werte der anderen ja nicht. Aber so macht es auf einmal plötzlich Sinn, so vom Gesamtkontext her. Ich gucke jetzt auch gerade mal ein bisschen... Am Ende kriegst du ja diese Pantheon-Punkte. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, was Ingame-Punkte gibt. Und da ist ja zum Beispiel Bündnisgeschlossen ist drin, Buchfreigeschaltet ist drin, Hausgefolgschaftstreue verbessert, also halt Städte. Haus zum Basallen gemacht, gibt viele Punkte. Plagevernichtet gibt noch Punkte. Gut, das wird wahrscheinlich nicht reinzählen. Aber es scheint schon so, dass diese diplomatischen Sachen mehr bringen, als man denkt. Ja, das war bei mir jetzt der große Gap zu dir zum Beispiel, meines Erachtens. Ja, aber ist das nicht auch irgendwo gerecht, Steinwallen? Du hast dich isoliert. Ja, ich gebe es. Du wolltest... Ja, ja, ich gebe es. ...und schweigsam wolltest du uns im Punktbesieg davonziehen und deine wortkarge, isolationistische Natur hat letztlich deinen Untergang besiegelt, weil dir auch niemand helfen wollte, als du am Ende noch gegen die Frösche ziehen musstest, weil du hattest ja keine Beziehungen aufgebaut. Du warst ein Niemand-auf-der-Weltbühne-Steinwallen. Ich gebe es zu, die Katzen waren sehr selbstgenügsam. Selbstverliebt könnte man vielleicht auch sagen. Ja, ja. Die grünen Hasen meinst du wohl. Aber ich habe auch gerade eben festgestellt, also auch das Besiegen von anderen Helden bringt sauviel Punkte. Also ich sehe das hier bei Ecke. Ich habe zum Beispiel fünf Helden besiegt. Das brachte jetzt am Ende 50 hier ein. Insgesamt Stadterober bringt 25. Ein Haus zum Basallen gemacht hat mir 50 Punkte gebracht. Wie, bist du auch so in den Pantheon aufgestiegen? Oder steigt ihr... Ja, ja, ich habe auch per Antheon Punkte bekommen. Alle, die eine Runde beenden, schreien den Pantheon auf. Ja. Das muss ich gar nicht, dass das alle bekommen. Das wäre cool. Das finde ich fair. Also das heißt, es ist eine wichtige Erkenntnis, dass man auch in einer Niederlage in einem Spiel Punkte bekommt. Das finde ich cool. Ja, also wenn du eh noch Spielständler hast, die du eh nicht weiterspielst, kannst du die alle aufgeben. Da kriegst du überall Punkte für. Ah, okay. Schlecht. Das erklärt so manches. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die in dieses Spiel reinsetzt, gibt dir Punkte. Also natürlich, wenn du irgendwas machst. Wenn halt eine Partie beendet ist. Genau. Oder aufgibst halt. Also ja, beendest ja. So, Frage. Wer von euch macht noch weiter? Ich nicht mehr. Ich bin ziemlich durch, glaube ich. Ich bin nicht ganz gesund. Also ich habe eh noch total Schnupfen und so. Ich würde auch ausmachen. Ich mache nur für 10 Minuten noch einen Absack. Ich werde noch eine halbe Stunde ungefähr machen. Ich muss noch für morgen im Stream was vorbereiten. Ja, dann schicke ich die Leute zu dir rüber, Ranger. Ja. Ja, komm. Das hat er auch. Ja, das mache ich dann auch. Der Punching-Ball der Runde. So viel einstecken. So. Verabsehle ich mich an der Stelle von allen. Ebenso. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Danke fürs Organisieren. Gerne wieder. Jetzt schon mal wieder spielen. Das ist schon auch ohne Kämpfe laulich. Das stimmt. Man sollte wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen abwarten, bis es noch ein bisschen fein geschliffen wird. Wäre so meine Vermutung. Ja. Aber es hat echt Spaß gemacht. Das wird schon. Ja. Im Juli kommt das erste DLC raus. Dann gibt es hoffentlich ein paar Updates bis dahin. Neuen Content. Schauen. Mhm. Mhm. Also, dann sage ich Ihnen mal an alle Tschüss und gute Nacht. Ein tolles, verlängertes Wochenende. Es hat mir einen Mordspaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis. War sehr cool. Ja, es war hammer. Wahrscheinlich bleibt ihr uns noch kurz beim Stream. Guten Nacht euch allen. War mir ein Fest und eine Freude. Tschüss. Tschüssi. Tschau. So, Leute. Und damit bin ich jetzt hier auch raus. Und schicke euch jetzt rüber zu Ranger. Und wie gesagt, Leute. Kein böses Blut. Ich mag den Daniel. Ich mag den Writing Bull. Das war eine lustige Runde. Es war eine geniale Erfahrung für mich. Ich habe ihn bis jetzt immer nur so in seinen Zipf gekauft. Gipfeln und diese Art und Weise so erlebt. Aber zum ersten Mal jetzt quasi Ziel seiner Intrigen zu werden. Das hat mir auf jeden Fall eine Menge interessante Erfahrungen beschert, die ich nicht missen möchte. Ich wünsche jetzt allen ein tolles Wochenende. Morgen Abend bin ich auch wieder live. Haut rein. Ciao, ciao. Vielen Dank.